Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Schön, dass ihr hier seid und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. So, zack, 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 wunderbar. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Heute ist Ignite, also ich mach immer wieder Community-Runden, aber wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken. Irgendwann mach ich mal so ein reines Community-Match, auch wenn das wahrscheinlich übelst der Troll wird, weil die Teams einfach nicht ausgeglichen sind, aber mal gucken. Alter, Carina, aber ich komm leider nicht an deine Sexiness ran. Also, ich versuch immer wieder so gut auszusehen wie du. Ich schaff's einfach nicht. Dankeschön für 22 Monate, das ist verdammt nice. So, jetzt passt mal auf. Ich muss mal kurz meine Switch noch neu starten, weil Vic will... Junge, Junge, Junge. Alter, Vic hat sich so krass auf diesen Stream heute vorbereitet. Das ist das erste Mal, dass ein anderer Streamer besser auf einen Stream vorbereitet ist als ich. Aber es ist ja gottlos, was dieser Mann gemacht hat. Der hat komplette Routen skizziert. Der hat in Paint oder so, hat der auf Karten eingezeichnet, wo wir in Odyssey hinlaufen. Der hat den ganzen Nachmittag... Der hat vier oder fünf Stunden lang Routen gezeichnet. Bruder! Ada! Was? Ich weiß nicht, ich find's krass, aber er ist all in gegangen. Wann hast du Allisley das letzte Mal gerannt? Uh, das ist schon ein bisschen her. So, ich muss jetzt meine Switch neu starten, dass ich die Sprache auf Chinesisch umstellen kann. Ey, Kek, dankeschön für deinen sechsten Monat. Was geht? Guten Abend, Tobi. Übe, 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 übe. Grüß dich. Und Wic... Ah, Bruder, Alter, wie viele Wickets. Äh, die sind hier immer am Reinsubben. Es wird Zeit für die Brillen, Kekwe. Wicked City, ich danke dir. Alter, Lingo jetzt auch noch. Alter, jetzt flattern dir die Subs rein. Dankeschön, heller Wicked an der Stelle. Hä, warum kommt jetzt das Lied nochmal? Na, ist okay, ich hab kein Problem damit. Ach so, weil das eine 80er-Playlist drin ist. Lol. Oh mein Gott. Was denn Zufall? So. Du, Übi, ich hätte eine Frage. Ich wollte fragen, ob ich meinem Video einen Clip von dir einfügen darf. Darfst du? Memes und so dürft ihr von mir gerne verwenden. Na, verlinkt einfach. Dann ist alles großartig. Credits geben, dann läuft zwei neue Badges. Brot, wenn du aufhörst, in meinen Stream zu kommen. Ich danke dir vielmals für 28. Irgendwann, dieses Jahr, dieses Jahr werden sie kommen. So, ich muss kurz meinen Pro-Controller verbinden. Und jetzt geh bitte. Oh, boy. Moment, ich muss meinen Pro-Controller verbinden jetzt. Das sieht gut aus. Kommt irgendwann wieder Bloons? Oh, mit Sicherheit. Ich bin sicher, dass wir irgendwann mal wieder eine stabile Bloons-Runde einstreuen werden. Da bin ich sehr optimistisch. Ja, Badges kommen erst, wenn ich Twitch-Partner bin. Aha! Wir sehen uns dann nie wieder, aber für ein Zwei-Jahres-Badge tue ich alles. Was? Du bist wieder voll in der Bloons-Zucht drin, Michael? Was tust du, Meister? Was tust du? Alter, Bruder, jetzt geht's los. Alter, Sub-Nachricht, einfach, einfach, Harry Potter 8. Das ist sehr lieb, Meister. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist äußerst korrekt von dir. Sehr, sehr, sehr liebe Nachricht. Wenn dann Harry Potter 5 auch true. Auch true. Good point. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Und vor allem, du hast, glaube ich, auf die Grammatik geachtet. Ada, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Genau, Simi. Das reicht vollkommen aus. So, jetzt habe ich mein Odyssey auf Chinesisch gestellt. Und jetzt muss ich die Switch neu starten. Moment. Aber gemodet neu starten. Ich meine natürlich, ganz normal neu starten. Aber über den Sunshine One Stream Wonder sind echt einige auf den Kanal gekommen. Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass der so krass polarisiert hat. Aber irgendwas... Irgendwas muss der richtig gemacht haben. Also dieses Thema Mario Sunshine One Stream Wonder taucht häufiger auf. Oh, ich muss kurz hier... Hier mal kurz ein bisschen beeinflussen. Oh, das Lied ist nice. Aber mir fasst es so deep für den Stream. Ah, okay, Michael. I got it. I got it. Danke für die schnelle Antwort von vorhin. Werde im Laufe der Tage eine weitere Nachricht schicken. Alles klar, Inspirator. Ich danke dir für den Euro. So, äh, passiert was? Ne, es passiert erstmal nichts. Ja, richtig. Da ist ohne ein Mario entstanden. Absolut richtig. Dass du damals eine 10-monatige Stream-Pause hattest, ist aus heutiger Sicht auch unvorstellbar. Ja, das war... Alter, war das scheiße. Stimmt, das war die Zeit, wo mein Internet nicht mitgemacht hat, ne? Ich konnte nicht streamen, auch wenn ich gewollt hätte. Ey, stimmt. Ich hab fast ein Jahr lang nicht gestreamt. Unvorstellbar. Also wirklich. Ich dreh ja schon hol, wenn ich eine Woche nicht streamen kann. Vic hat dir grad geschrieben. Ja, sofort, sofort. Ich, äh, ich muss, ich muss kurz meine, äh, Switch, äh, passend starten. Ich melde mich gleich bei dem sweeten Boy. Ist voll geil. Vic und Ceo haben heute miteinander aufgenommen. Dann hab ich heute mit, äh, äh, mit, mit Ceo auch telefoniert. Und hab ihm gesagt, du, wenn ich jetzt gleich auflege, äh, dann chill ich mit Vic. Das heißt, jeder war heut mal mit jedem. Das war geil. Okay, so, Launch, hier, zack. Du hast echt die Geist, die Mucke. Danke. Das ist, dass es ein paar 80er Enjoyer gibt. Oder 90er, 80er und 90er. Findest du auch, dass Seegogen überbewertet sind? Nein. Die haben genau die Anerkennung, die sie brauchen. So, Odyssey. Schauen wir mal. Ob da was passiert. Und dann rufen wir gleich den, den süßen Boy an. 80s sind schon geil. 80s sind schon fett. Er wurde noch Musik mit Liebe gemacht. Und nicht mit Algorithmus. Ja, äh, Ring Fit war fett. Also damals war ich nicht fett. Ich bin jetzt wieder fett gefühlt. Alter, Junge, ich darf nie Ring Fit Videos zu mir angucken. Das war, das war Höchstform. Das war einfach damals Höchstform. Wenn ich jetzt heute Ring Fit Videos angucke, wo die Bizeps Ader hier so rauskommt. Das ist, wenn ich jetzt auf meine Bizeps Ader gucke. Schwierig. Da passiert gar nichts. Ja, wir haben wieder hühlt wie fett gemacht. Nein, das ist okay. Ich bin sehr zufrieden. Sehr gerne Sit Bar. War mehr als notwendig. So, ist mein Spiel auf... Ne, mein Spiel ist auf Deutsch. Warum ist mein Spiel auf Deutsch? Naja, vollkommen egal. Äh. So, warte mal. Ich lege mal meine Switch ein. Und da müssen wir gleich weg die Luftpumpe anrufen. So. Äh, ich glaube, ich stream heute mit Over-Ear. Obwohl, ne, ich stream mit In-Ear. Aber In-Ear ist mit Greenscreen kackig. Ich stream mit Over-Ear. Es ist alles, alles, was ich mache, ist schwierig, Freunde. Alles, was ich mache, ist schwierig. Ich meine, allein die Frage, welches Headset nehme ich? Es ist so... Freunde, ich habe schon schwer in meinem Job. Michael, vielen, vielen Dank. Zehn Monate Prime. Pipo Prime an der Stelle. So. Ich finde es gut, dass in meinem Headset rechts und links drin steht. Shoutouts an Rode an der Stelle. Weiß nämlich immer, wie ich es aufsetzen muss. Und ich muss sagen, heute ist halt All Black Everything. So, es muss halt passen. Das ist der Style, Freunde. Ihr wisst doch Bescheid, wie das ist mit dem Style. Überarbeite dich bitte nicht durch solche harten Entscheidungen. Ja, da muss ich durch. Welches Headset nehme ich, na? Welches Videospiel spiele ich heute? Selbst Nick kommt damit nicht mehr klar. Yuki, dankeschön. Fünf Monate Prime. Alter, ich habe gehört, wer Prime subbt, hält fünf Minuten länger im Bett durch. Immer wieder neue Dinge, die nicht Prime zustande kommen. Welchen Lambo fahre ich heute? Oh, es ist jeden Morgen eine Qual, Brot. Es ist jeden Morgen eine Qual. Da. Wo ist, wo ist, äh... Wo ist hier? Da! Da ist Vic, die Sau. Sagt Bescheid. Ich, ich call ihn. Wir callen Vic, Freunde. Ich meine, guck mal, wer annimmt. Ja, von welchem Konto hebe ich ab? Es ist, es ist schlimm. Vor allem, wenn die Konten voll sind. Wenn die, wenn die, wenn die Bank kein Geld mehr nimmt, weil das Girokonto voll ist. Ja. Aber so reich wie Sefi bin ich nicht. Weil ich, also ich weiß, ich weiß, welchen PC ich nehmen muss. Moin, moin. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, Vic, ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht. Jetzt höre ich dich. Hallo. Du bist nur jetzt, jetzt wunderbar. Hallo, was für Dates hier? Ja, wir haben gerade über die Probleme eines YouTubers gesprochen. Kennst du es auch, dass du einfach nicht weißt, welchen Lambo du in der Früh nehmen sollst? Äh, ich weiß nicht. Also bei mir ist es nicht ein Lambo, bei mir ist es ein Bugatti. Aber welche Farbe hat eigentlich deiner? Oh, Moment. Äh, äh, meiner ist lila. Nein, Spaß. Ah, die Leute schreiben mir gerade, sie hören dich nicht. Warum hören sie dich nicht? Ja, ich weiß doch nicht. Ich, ich arbeite dran, Guys. Es ist, danke Windows Update. Äh, wir schaffen das. So, Audio. So. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß warum. Ich, ich, ich weiß exakt warum. Weil ich einen Discord, den Sound auf meinen Lautsprecher aufgebe und nicht auf meinem passenden Audio Channel. Aha. Warte, ihr sagt jetzt noch mal was. Mario Odyssey Online Stream ist kein Mario, ist kein Mario, ist kein Mario Odyssey Online Stream, wenn es nicht technische Probleme gibt. Das ist immer so. Jetzt müsste man nicht hören. So, wunderbar. Aber das, ja, weißt du, das macht ja den Profi aus. Ne? Ein Profi hat nicht, keine Probleme, aber ein Profi weiß, wie er seine Probleme behebt. Ach stimmt, darum geht es. Ist aber, das ist legit so. Ich hab früher immer gedacht so. Das ist echt wie eine Weisheit. Ja, ich dachte immer, du musst krass sein, du darfst keine Fehler machen, du darfst schon Fehler machen. Aber irgendwann weißt du einfach, an welchen Stellschrauben du drehen musst, dass du es innerhalb von zwei Minuten behoben hast. True, true. Baby, ich hab auch eine Weisheit für dich. Okay. Zu hohe Erwartungen sind ein Vertrag mit dir selbst, bei dem du so lange unglücklich bist, bis er erfüllt ist. Deswegen immer aufpassen, dass man sich nicht zu hohe Erwartungen setzt. Ja, aber am Ende des Tages erfüllst du ihn ja. Das stimmt. Also ist, das heißt, du bezahlst quasi mit schlechter Laune im Voraus. Ja. Dass du dann dein Ziel erreichst. Warte mal, das sind ja alle meine Mario Odyssey Challenges. Okay. Hast du den Server auf? Der Server müsste auf sein, aber ich muss doch die IP schicken. Einen Moment. Nice. Wollen wir gleich ganz kurz durchgehen, was ich hier geklant habe? Ja, ja, ja. Und ich blende da nochmal die Bilder im Stream ein, damit die Leute sehen. Ich hab den schon angekündigt. Wie lange saßt du da dran? Vier Stunden kann das sein? Drei oder vier Stunden, würde ich sagen. Die Sache ist, bei vielen Maps brauchen wir ja keinen Plan, weil die sind relativ linear. Also wir brauchen ja zum Beispiel bei Bowser's Kingdom keinen Plan. Wir brauchen bei Lake Kingdom keinen Plan. Weil der einfach, also der eine ist ja quasi in Late Kingdom und kommt dann eher später dazu bei Wooded Kingdom und macht das einfach ganz normal. Ja, ja. Und die ersten beiden Maps haben ja auch nicht wirklich eine Strategie. Da heißt es einfach nur schnell sein. Mhm. Außer, dass nur einer den T-Rex-Kampf macht. Genau. Und ich würde das gerne mit der Seed probieren, weil ich kann die Seed sehr, sehr gut inzwischen wieder. Stimmt, aber da reicht es, glaube ich, wenn du die Zeit umstellst. Das müssen nicht wir beide machen. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wie ist das bei Mario, wie ist das bei Mario Online, also bei Mario Odyssey Online gelöst? Ich weiß halt nicht, ob wir das nicht beide machen sollen. Weil es ist ja auch irgendwo dein Server. Weißt du, wie ich meine? Also, dass wir beide das Datum unstellen und dann noch beide mit dem geänderten Datum starten. Also, sicherheitshalber. Also, ich meine, wir können es ja mal testen, aber ich glaube, es reicht, dass du es das Einer machst. Also, das Datum von der Switch meinet. Weil wir teilen uns, glaube ich, nicht das Datum. Das ist, ich glaube, so... Ich glaube, es reicht, wenn einer das Datum macht. Wir können es einfach mal ausprobieren. Ja, ja. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, es reicht. So, warte mal. Ich muss kurz mein HDMI-Kabel umstecken. Ich habe doch die PS5 drin. Ich darf gar nicht sagen, welche Spiele ich spiele, weil ansonsten geht es wieder los. Was bringt das andere Datum? Also, man stellt ein Datum ein, das quasi kurz vor der Zeitumstellung ist. Weil es gibt eine Seed in Mario Odyssey und die wächst innerhalb von einer Stunde. Und wenn man sieben Minuten waren das. Ich danke dir, Hübert. Wenn man sieben Minuten vor der Zeitumstellung umsteht und innerhalb dieser sieben Minuten quasi die Seed aktiviert, wird sie nach sieben Minuten instant gewachsen sein. Du kannst sie direkt im Mond abholen. Du bist quasi Gott damit. Genau. Also, du machst Time Travel, damit du den Mond von der Seed direkt einsammeln kannst. Aber tatsächlich habe ich eine Ausweichmöglichkeit, wenn ich das mit der Seed nicht rechtzeitig schaffe. Die ist auch nur fünf Sekunden schneller, wenn überhaupt. Aber theoretisch müssen wir es schaffen, weil unser Kaskadenland ist etwas schneller. Das heißt, man ist schneller als im Singleplayer. Also, wir haben generell jetzt einen Plan. Ja, du hast aktuell einen Plan. Der ist nicht kompliziert. Der ist wirklich nicht kompliziert. Wenn wir uns nach dem Plan halten, dann können wir das schaffen. Dann schaffen wir diesen blöden Singleplayer-Weltrekord. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und ansonsten nächste Woche, nächstes Stream. Ja, und wir hatten auch beim letzten Mal, als wir 58 Minuten hatten, glaube ich, so ein bisschen Mecha verkackt. Und wir hatten lange Ladezeiten. Nee, das hatten wir erst beim zweiten Mal. Ach, das hatten wir erst beim zweiten Mal. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So. Alright. Ach, du hast schon geschickt. Natürlich, Meister. So, ich muss gerade mein Stream-Design ein bisschen umfremeln. Äh, wie geht das nochmal, dass ich die IP eingebe? Äh, eben Menü öffnen und dann ZL gedrückt halten und A. Äh, bei mir geht's irgendwie nicht. Äh, das Menü muss ein bisschen offen sein. Boah, kennst du auch das Problem, dass du nicht weißt, wo du deinen Sub-Counter hinschiebst, weil er einfach 20-stellig ist? Ich glaube, ich starte das Spiel mal lieber neu. Äh, ich versuche es die ganze Zeit, aber irgendwie, liegt das vielleicht daran, dass mein Spiel auf Chinesisch ist? Ich habe keine Ahnung, Meister. Also, ich habe meins versucht, auf Chinesisch umzustellen. Jetzt ist es Deutsch, davor war es Englisch. Okay. Ja, also, wie gesagt, das geht halt nur mit der ungemoddeten Switch. Nur da kannst du die Sprache ändern. Aber Chinesisch ist wirklich viel schneller. Ja, aber, hm. Ich, wir bleiben, wir gucken mal. Wenn wir den Rekord um 10 Sekunden verkacken, stelle ich auf Chinesisch um, okay? Okay. Machen wir, machen wir. So, ich hoffe, ich kann das hier machen, ne? No, ich danke für 21 Monate, Mann. Kann ich das auch in einem normalen Menü machen? Also, wenn ich das Spiel starte, oder muss ich erst mein Spiel starten? Äh, das ist eine gute Frage. Also, ich habe gesagt, ah, nee, da steht, oh, warte mal, Super Mario Odyssey, der sagt nicht online. Nein, ich glaube, meine Switch ist nicht gehackt. Oh, was? Hacken? Bruder, was? Oh, in meinem Album sind ja Fotos. In meinem Switch-Album. Das sind aber schöne Fotos. Ich habe einfach mal raufgeklickt, um zu gucken, was für schöne Fotos das sind, Freunde. Okay, gut, dann starte ich mal meine Switch kurz neu. Das Ding ist, ich glaube, ich habe keinen 100%-Spielstand. Das brauchen wir doch eh nicht. Aber wenn wir es am Anfang durchgehen wollen. True. Ja, wir können es ja auch, wir können es ja auch, äh, Ding, wir können es auch gedanklich durchgehen. Ja, aber das wäre schon, aber kannst du nicht uns trotzdem teleportieren? Ach so, oh ja, pass auf, ich teste mal. Stimmt, ich bin nämlich auch gerade... Teleport sollte trotzdem gehen. Warte mal, pass auf, Sand or Lake. Ah, ja, ja. Okay, das macht das sehr, das macht das viel einfacher. Freunde, ab ins Lake Kingdom. Obwohl unsere Odyssey noch gar nicht da ist. Oh, aber es wird jetzt übrigens heute echt der finale Test, ne? Ob meine Switch funktioniert. Also es wird jetzt heute das erste Mal, dass sie so länger als zwei Stunden läuft. Oh shit. Und du hast deine Switch wirklich repariert? Oder ist das eine neue? Nee, nee, ich habe sie repariert. Ein Zuschauer hat gesagt, er hat Bock, die zu reparieren. Dann habe ich sie ihm geschickt. Ich habe sie ihm geschickt und er hat mir sogar so eine fette Dokumentation geschrieben, welchen Lüfter er gekauft hat. Er hat sogar Temperaturmessungen gemacht und so. Ehre. Richtig, richtig aufwendig, ja. Voll krass, Mann. Ich weiß, Kirtney, falls du gerade hier im Chat bist, Ehre, Mann. Aber jetzt sehen wir, ob es funktioniert hat. Aber ich habe vorhin mal so reingehört, also da dreht sich ein Lüfter. Das ist schon mal mehr als davor. Also es ist ein neuer Lüfter verbaut worden und neue Wärmeleitpaste geschmiert worden. Jetzt hast du so einen Überlüfter drin und Mario Odyssey hat bei dir einfach gar keine Ladezeiten mehr. Ja, ich habe jetzt einfach eine SSD verbaute in meiner Switch. Ey, Mensch. Und ich spiele einfach auf 300 FPS. Oh. Geil, Mann. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob mein Spiel jetzt auch wieder deutsch ist. Ne, es ist immer noch chinesisch, okay. Und ich kann eine IP eingeben. Let's fucking go. Dann wollen wir mal. Ey, ich wollte übrigens noch eine Frage stellen, jetzt wo wir jetzt zusammensitzen, weil ich immer im Stream über dich herrante. Ja. Seit du gesagt hast, ich streame nicht mehr auf Twitch, streamst du viermal so viel auf Twitch? Äh. Nein. Doch. Das ist Fake News. Das ist Fake News. Ich weiß, wie gesagt, dass ja, also ich ein Video aufnehme jetzt viel geiler, Mann, so. Ich streame jetzt nur noch auf. Also ich streame jetzt gar nicht mehr so. Ich habe das für mich. Ich mache nur noch React Monday. Und jetzt so, ja, wick mal wieder acht Stunden live mit Mario Odyssey Elite Jump. Ne, weißt du, was ich mache? Ich habe keine Streamingzeiten mehr. Ich fange einfach, wenn ich ein Video aufnehmen würde, sagen wir vormittags oder nachts oder wann auch immer, dann mache ich manchmal einen Twitch-Stream draus, weil ich mir denke, ich kann ja nebenbei einfach streamen. Oder ich lasse es sein, wenn ich mich nicht danach fühle und drehe nur ein YouTube-Video. Also ich halte mir das komplett frei. Ach, verrückt. Ich glaube, du bist einfach ein Lügner. Ne, das ist Fake News. Du wolltest den Comeback-Bonus. Du wolltest alle so traurig machen, ja, Leute, ich streame nicht mehr. Und jetzt so, ich bin wieder da. Zap-Bombe, let's go. Der ist ja im Deutschrap so geil. Ich glaube, es gibt mittlerweile sechs oder sieben Deutschrapper, die alle gesagt haben, sie beenden ihre Karriere und alle rappen. Leute, ich beende meine Karriere. Bis morgen. Das ist bei YouTube-Butters ist das auch immer so geil, ne? Diese Videos. Ich höre auf. Ich höre auf. Gibt es irgendeinen YouTuber, der da, also klar gibt es das, aber kaum einer. Der wirklich aufgehört hat. Ich glaube, GLP hat bisher gut durchgezogen. Ich meine, der ist ja so ein bisschen noch da, glaube ich. Also, der hat ja seinen Podcast und ist nochmal als Gast irgendwo dabei. Aber ich glaube, so selber wirklich aktiv Videos politizieren tut er, glaube ich, nicht mehr, oder? Kann sein. Aber, das weiß ich nicht. Aber weißt du, was ich weiß, ist, dass ich mich jetzt in deinem Server befinde. Ich sehe auch, dass Client Wix sich connected hat. Yeah. Okay, dann porte mich mal, Meister. Okay, pass auf. Wo wollen wir anfangen? Wüste, ne? Ja, lass mal Wüste anfangen. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es kann sein, dass mein Wüstenland ein bisschen anders ist als deins, weil ich einen Spielstand aufhabe, wo ich alles durchgespielt habe. Meine Switch ist gefreezt. Ich habe nämlich einen Multimoon in dem Level geholt, wo die Odyssey noch gar nicht da war. Oh, shit. Okay, ich starte mal kurz neu. Kein Problem. Okay. Aber der Server ist noch auf, ne? Der ist, ja, das ist alles gut. Ich starte nochmal ein Spiel neu. Alright. Alex, ich danke dir für 25 und ich danke dir auch noch Sandy für den frischen T-One-Zap. Ja, habe ich. Bloß die hintere nicht. Also Wüste habe ich mir komplett angeschaut. Warte mal, 100 Euro? Was? Verarscht mich gerade der Chat oder ist das real? Bruder, Bruder, Alter. Da wird das mit dem Bugatti doch noch real. Man weiß es nie hundertprozentig, ne? Ich muss jetzt extra auf Tepi-Stream gehen, um das zu sehen. Du musst jetzt extra deine Alerts anmachen, Bruder. Das Leben ist aber auch schwer. Ja, ach man, was überweisen die auch hundert Euro, wenn ich weggucke? So. Als ob. Als ob. Real MPD. MPD. Vielen, vielen Dank für hundert Euro. Ich dachte, das wäre ein Prank. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe es auch nicht mal gehört. Bin auf deine YouTube-Videos gestoßen, habe alle Videos durchgesucht. Ehre. Vielen, vielen Dank. Ehre. Aus dem Nichts. Ach, dafür schaffen wir das. Für dich, Bro. Oh, jetzt setzt du mich unter Druck. Zieh mich da nicht mit rein, Mann. Aber no pressure. Typ, ich schaffe das heute für dich. Dann kannst du ihm auch hundert Euro überweisen. Spaß. Hundert Euro, das toppen wir alle. Macht nicht diesen, Chat. Macht nicht diesen. So, äh, bist du da? Nee. Äh, ich bin drin. Ich bin gerade in, äh, Schlemmerland. Okay, aber dann wurdest du nicht teleportiert von meinem Send All. Warum? Äh, ich komme mal so, ich komme mal so in die Wüste. Ja, ja, ja. Dann guck mal, ob ich dich sehe. Ansonsten machen wir einfach Reconnect. Scheiße, Mann. Ich kann nicht lesen, weil das, ich muss mir das Bild angucken, weil alles chinesisch ist. Bro spendet hundert Euro, um ignoriert zu werden. Aber ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, ich sehe dich. Siehst du mich? Äh, noch nichts. Äh, siehst du mich? Nee. Okay. Aber mich kannst du sehen. Ja, ich mache mal Reconnect to Server. Okay, mach mal. Ich mache auch Reconnect to Server. Ja, okay. Reconnect to Server. Warte, es hat gerade gepufft. Jetzt sehe ich dich. Was ist bei mir? Jetzt bist du weg. Okay, warte, ich gehe nochmal in die Odyssey rein und wieder raus. Jetzt geht die da los. Jetzt sind wir wieder hier angekommen. Ich gehe in die Odyssey. Ja, ich habe dich in die Odyssey gesehen. For real? Und du hast mich rausgeschoben. Ja, ja, ich sehe dich, verdammt. Liegt das vielleicht, weil meine Wüste anders ist? Achso, dass wir... Hast du noch Eis? Nee. Nee, ich habe noch Eis. Okay, pass auf. Ich lade mal lieber einen anderen Spielstand. Aber ich meine, Send All hat auch nicht funktioniert. Also... Weil ich mache nochmal Send All. Und dann... Warte, ich starte gerade einen neuen Spielstand. Okay. Wo das Eis noch da ist. So ein Iceberg ist da. Du hast da so ein... So ein Iceberg? Mit God Game. Okay, pass auf. Ich mache nochmal. So, ich bin jetzt in der Eishüste, aber ich sehe dich trotzdem nicht. Weil ich bin jetzt auch im Kaskadenland. Ja, aber der teleportiert dich nicht mit Send All. Mach nochmal... Reload nochmal das Game. Äh... Ach Mist. Ach, alles gut. Warte, ich mache noch einen Reconnected Server, bevor ich reloade. Ja, ich sehe auch, dass du was tust. Also da passieren noch Dinge. Dann starte ich mal das Game neu, Freunde. Liegt das vielleicht daran, dass mein Mario Odyssey auf chinesisch ist? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Kann ja nicht sein. Der Server sagt ja so, Bruder, ich sehe dich. Ja, true. Ich meine, du hast mich ja auch gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe alles gesehen, was du getan hast. Also das ist kein Problem, was wir nicht lösen könnten. Ja, ist ja auch nicht das erste Mal. Ich glaube, wir haben uns zwar nicht gesehen, aber ich wette, wenn ich einen Mond eingesammelt hätte, hätte es trotzdem bei dir gezählt. Das heißt, im schlimmsten Fall, selbst wenn wir uns nicht sehen, die Monde zählen trotzdem. Ja, easy. Wir schaffen das ohne Probleme. Set bei dem Mario Odyssey! Wahoo! Jahoo! Ich habe von einem Kollegen einen Toad zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist ein Plüschtoad. Wie groß? Ja, schon so ein bisschen größer. Oh, ich wurde teleportiert, Bro. Jawollo! Yes! Ich sehe dich auch. Ich sehe dich. Da bist du! Jawollo! Let's go! Okay. Dann ab ins Wüstenland wieder. Ja. Da müssen wir eben. Aber krass, dass du mich schon vorher... Ich glaube, du siehst mich vorher, Bro. Ich glaube, deine Switch ist wirklich schneller. Bei mir lädt noch. Lädt. Lädt. Jetzt. Jetzt. Lädt gleich schnell. Lädt gleich schnell. Okay. Okay, pass auf. Wollen wir anfangen? Wir fangen an. Ja, aber warte mal. Ich mache den Plan auf. Theoretisch musst du mir... Ja, ich mache ihn mir auch mal auf. Aber ich kann jetzt nicht zeigen, weil der ist halt noch in WhatsApp drin, ne? Das ist dann der Lös. Du kannst ihn ja einfach runterladen. Also einfach auf Desktop schieben oder so. Ja, ja. Alter, du bist so intelligent, Mann. Ich verstehe, warum du so Fame bist. Weil ich Pläne für Mario Auditor-Specons mache. Nein, weil du weißt, wie man von WhatsApp Bilder runterlädt. Ich schicke mir aber auch... Die Sache ist, ich schicke mir extrem oft selber Dinge. Hast du eine Monolog-Gruppe? Äh, ja. Ich auch. Bei mir heißt die tatsächlich Monolog. Das ist eine WhatsApp-Gruppe, wo nur ich drin bin. Bei mir ist es einfach weg. Das fühlt sich immer sehr einsam an. Man schreibt dann manchmal so rein, hey Leute, wie geht's? Keiner antwortet. Emulator? Ne, 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 ne. Wir spielen nicht auf dem Emulator. Real Console. Ja. Okay, pass auf. Ich glaube, jetzt... Wir haben auf der Switch Pro das letzte Mal ausprobiert, aber da sind die Ladezeiten irgendwie zu lang. Deswegen... Das für den Speedrun nicht so gut. So, dann... Switch Pro ist nämlich schwächer, müsst ihr wissen. Ja. Zumindest bei dem. Okay, pass auf. Ich balle jetzt einfach mal den Plan hier mitten... Einfach in den Stream rein. So. Hm? Chat, jetzt... Jetzt seht ihr. Okay. Äh, geh mit mir... Wollen wir erst blau oder grün durchgehen? Zeig mir grün, weil nur... Weil ich werde nur grün laufen, weil ich habe die Zeit... Die sieht nicht. Also du rennst hier los. Ich folge dir. Und dann mache ich die Note? Ja. Genau, machst du die Note? Okay, ja, passt. Müssen wir nicht machen. Okay, alles klar. Weiter geht's mit dem kleinen Hügel hier. Ja, passt. Weiß ich. So, dann geht's weiter mit dem Kaktus da hinten. Ja. Wenn du deinen Kaktus gemacht hast, rollst du dich hier nach unten. Ja. Zu der Jaxi-Area. Ich habe jetzt wieder Bock auf Heiden Sieg, ne? Ja. Und ich glaube, du könntest sogar von hier einen Triple Jump machen. Also quasi eins, zwei, drei. Und, ja, ich glaube, mit dem Homing schaffst du es auch hier rauf. So. Und von hier ist es eigentlich relativ easy. Warte, ich... Von hier ist es relativ easy. Also du kommst einfach mit so... Ich gehe mal rüber. Mit ganz normalen Jumps kommst du hier hoch. Okay, warte mal, warte mal. Muss ich da noch... Ich lande dazwischen. Sehe ich das richtig? Genau. Genau, genau. Du landest quasi... Also hier zu landen ist wirklich nicht schwer. Ah, ja. So, und dann einfach nach oben. Du kannst sogar mit dem Wall Jump da hoch. Oder halt so, genau. Okay, ja, ja. Und sammelst... Nimm die hier auf jeden Fall mit. Ja, da ist Cash drin. Da ist Cash drin, ja. Dann sammelt du den ein, springst hier runter. Und du könntest hier, ja, so einen Triple Jump machen. Und dann hier rauf. Ja. Oder die Wandsprung einfach... Genau. Ja. Und dann holst du dir Kugel Winnie. Ah, den kann man hier catchern, ja. Ja, und mach den Ding auf, ja. Und holst den. Und das war's. Das waren alle deine Munde. Aber ist das gleich schnell wie deins? Ungefähr. Pass auf, ich zeig dir meins. Äh, achso, lass mal zur Odyssey einfach teleportieren. Es könnte sein, dass meins, wenn ich irgendwo verkacke, minimal langsamer ist. Ja. Aber die Sache ist, du hast halt so... Achso, äh, okay. Ich hab mich so teleportiert. Okay, pass auf. Ich, äh, rolle mich. Zack, zack, zack. Dann werf ich die Seed rein. Zack. Du, 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 du pflanzt quasi deinen Samen ein. Genau, genau. Dann mach ich hier den Vogel. Ja. Dann sammle ich das ein. Dann sammle ich den Mund ein. Dann spring ich, äh, hier rein. Also mach die Röhre. Ja. Nach der Röhre sollte der Samen da sein, das Seed. Mund wird eingesammelt. Das heißt, du musst deinen Samen erst wachsen lassen. Apropos, warum ist das Seed, äh, achso, okay, das ist ja ein Spielstand. Ähm, okay, dann geht man hier rein. Also ich geh hier rein. Ja. Und mir da den Mond rollt schnell zu dem Berg. Rollt schnell, äh, da hin. Ja, dann auf den, auf den Torbogen und dann die drei Monde. Ja, kapiert, wir gehen zum Forstland. Genau. Pass auf, ich zeig dir, ich zeig dir die drei Monde, welche ich meine. Ja, das ist doch da oben. Auf dem, äh, auf dem Torbogen. Nee, 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 also es ist, es ist ein Clip, es ist ein Clip. Ich hab den noch nie gemacht in einem normalen Speedrun. Ach, das ist der 1-0er Clip, der Glideon-Glitch? Der Platform-Clip ist das. Ah, wo man, wo man an der Ecke sich da so reinklippen muss. Achso, nicht der Glideon-Glitch. Also warte, ich kann dir das mal zeigen, also ich werde hier unten den Mond einsammeln. Warte mal, wo bist du jetzt grad? Äh, rüber, rübergesprungen. Ah, okay, ja. Bei dem Treffsland. Ich seh dich, ich seh dich. Genau, dann geht's hier hoch. Zack. Und jetzt pass auf. Hier. Imagine, Nintendo bringt ein neues 3D-Mario raus, tschuldigung. Hier häng ich mich dran. Ja, ja. Jetzt ist blöd, weil die Plafung ausgerechnet jetzt gekommen ist. Aber im Normalfall kannst du folgendes tun, pass auf. So, und dann kleb ich mich hier durch. Mashallah, wie hast du das gemacht? Gehe zum, äh, und sammle hier zwei Monde. Also ich kann den Mond bei dem Treffsland einfach so einsammeln. Ja. Und den Mond, und ich kann durch den Eingang von der Sphinx hinten einfach rein. Ah. Und den Mond einsammeln. Und dann bin ich fertig, das war's. Ja, aber Mashallah, wie hast du das gemacht? Äh, warte, ich kann's dir zeigen. Also man hängt sich daran, wo die Plattform ist? Genau, man hängt sich daran, wo die Plattform ist. Und die Plattform, wenn sie zu dir kommt, da ist ja so ein Punkt, also so ein größerer Kreis am Ende von dieser Fahrbahn oder was das sein soll. Und wenn die Plattform das Ding berührt oder kurz davor ist, dieses Ding zu berühren, dann lässt du los und machst, gehst wieder neutral mit deinem Stick und machst einfach mal so einen Käppi-Wurf. Gegen die Wand oder gegen die fahrende Plattform? Einfach gegen die Wand. Das heißt, du machst neutral mit deinem Stick und wirfst Käppi. So, und dann, wenn Mario sich so runtergleitet, also wenn er so runterslidet, dann klippst du durch die Wand und kannst dann einfach durch. Alter, du bist einfach übelintelligent. Ist ein bisschen komisch zu erklären, aber warte, ich kann's zeigen. Also gleich kommt die Plattform, also bei mir kommt sie jetzt. Ja. Zack, Urf, runtergleitend. Okay, ich hab's nicht geschafft. Aber in den meisten Fällen... Ah, ich bin drin! Nein, ich bin da! Du warst durch, du warst durch, du warst durch. Ich war in der Wand. Ja, genau, so funkt... Es ist kein harter Trick. Ey, Wüsten hat es übel krass. Erst holst du dir deinen Samen, dann wartest du darauf, dass die Plattform kommt und dann gehst du einfach rein. Ja. Ich feiere das. Also es ist nicht viel langsamer. Äh, wenn ich alles richtig mache, sind wir ungefähr gleich schnell, würde ich sagen. Okay. Okay, dann, äh... Warte, lass mich nochmal probieren, lass mich nochmal probieren. Okay. Ich feier das. Ah, das war jetzt nix. Und dann springst du quasi nach links. Und dann ist es ein bisschen schwer, also bei dem Treibstand, äh, bei dem Treibstand-Mond kann man sich sehr leicht reinklippen, sodass du nicht mehr rauskommst. Ja. Ah, okay. Ey, ist egal. Muss ich nicht machen. Machst du. Okay. Hast du auch ein Backup, wenn es nicht funktioniert? Äh, ich hab ein Backup, wenn es nicht funktioniert. Okay. Und ich hab sogar ein Backup für den Seed. Und zwar, ähm, ich bin ja in der Sphinx drinne, ne? Ja, in... Oh, das ist nicht gut, dass du in der Sphinx bist. Ich bin in der Sphinx, man weiß. Und, äh, wenn ich die Seed nicht geschafft habe, dann roll ich einfach aus der Sphinx raus und hol mir den Mond da oben. Ah ja, verstehe. Ja. Genau. Weil das ist nur ganz, ganz minimal langsamer als die Seed. Also es wäre nicht mal schlimm, wenn ich das mit der Seed nicht richtig hinbekomme. Alter, mein Chat ist grad so, so sassy unterwegs, das ist unfassbar. Wieso? Ja, du bist in der Sphinx und dann die Frage ist ja doch... Ist ja nicht das erste Mal. Ja, eben, eben. Okay. Äh, dann mach ich Seeland, das kann ich. Dann kommt Wooded. Genau, äh, genau. Dann tue ich jetzt nach Wooded und du sagst mir, was ich in Wooded machen muss. Alright. Hm. Ähm, du bist ungefähr... Nach drei Minuten Lake fertig. Also, wenn ich hier so ungefähr drei Minuten schon in Wooded bin, kommst du quasi hier rein. Ja. So. Und das heißt, du machst... Warte, ich, äh... Pass auf, ich blend kurz das neue Bild ein. Hm? Äh, aber ich muss hier die zweite Route jetzt nehmen. Ich glaub, das ist das aktuelle, ja. Du bist blau. Du bist blau. Ja. Ich bin immer blau. Du machst, ähm, den Hasen ein, den Stein und den Job am Anfang. Okay, ja. Die ganze normale Route. Genau. Und, aber dann, äh, gehst du zu dem Firebro, zu dem Firebro. Ja, ja. Und fragst ihn, wann er endlich wieder neue Videos hochlädt. Nee, also du, äh... Ja, der macht nur noch Firebro Films für Easy Cash. Ja, was soll die Scheiße. Ja, ist so. Genau, und dann sammelst du den über den Firebro ein. Ja. Und dann fehlt eigentlich nur noch einer für dich. Und zwar, der ganz außen links. Also, du läufst einfach nur geradeaus, verwandlst dich in dieses Vieh. Ah, da hinten in der Ecke, in der Sackgasse. Genau. Also, die, die blaue Eins, ganz hinten, Mitte, links. Ja, ich bin die blaue Nummer Eins. So, und das ist dann schon der letzte Mond. Und das kommt, also, das, das geht sich von der Zeit gut aus. Alles klar. Dann kommt, äh, Cloud, das ist Easy. Dann kommt Lost. Äh, ja. Ja, warte. Genau, mach mal Lost. Ja. So. Ja, Rönkris, danke schön. Lost müssen wir beide auf die Palme rauf. Gar kein Bock. Na, ich hasse die Palme, Alter. Da sind schon viel zu viele Runs gestorben. Jetzt ist halt die Frage, wer macht... Also, an sich ist egal. Der eine... Ich kann dir aber beide Roten zeigen, okay? Ja. Genau. Also, der eine läuft hier hin. Oh, warte, ich muss kurz die, 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 die neue Karte einblenden, damit mein Chat weiß, was wir tun. Okay, perfekt. Hast du eine Lost-Karte gemacht? Ich hab eine Lost-Karte gemacht, ja. Zu mild. Müsste ich dir geschickt haben. Ja. Lasst euch nicht auf die Palme bringen. Wir versuchen's. Aber die Palme ist wirklich nervig, weil die so ganz komische... Die hat eine ganz komische Hitbox. Also, genau. Also, dann sammelt man den Mond da ein. Dann sammelt man ganz mal den Schmetterling ein. Da ist der. Breski. Dann runden auf die Drehplattform. Genau, dann runden auf die Drehplattform. So, und dann... Dann wird's aber interesting, ne? Weil dann... Dann löst man Gleidon aus, wenn ich's richtig sehe. Es geht, glaub ich, sogar schneller, wenn du direkt von hier erstmal den Mond holst und dann Gleidon auslöst. Also rein von der Route her, aber es macht keinen großen Unterschied. Ach, ah, nee, der Baum ist da nicht dabei auf der Route, oder? Nee, nee, der ist nicht dabei. Pass auf, dann löst man Gleidon aus. Also, warte. Dann springt man sofort hier runter. Ja, aber wenn ich jetzt blau bin, wenn ich jetzt blau bin, dann sammle ich nicht den Mond auf den Baum ein, ne? Nee, nee, nee. Nee, du springst einfach direkt runter und landest hier drauf, wo ich grad stehe. Aber davor muss ich Gleidon auslösen. Um hier die Stabattacke zu machen. Ja, du musst die Gleidon auslösen, weil wenn du hier unten rumchillst, dann klaut er dir die Käppi. Okay, okay. So, und der letzte ist einfach hier unter der Brücke. Das ist die Route von der einen Person. Und die andere Person springt quasi von der Palme nach rechts. Ja. Muss Gleidon aber auch auslösen. Aufs Drehkreuz, auf dem Baum Gleidon auslösen. Unter der Steinplattform. Und dann die... Ah ja, ich weiß, welche das sind. Ja, ich weiß Bescheid. Genau, warte. Ich will da mal kurz hin, weil ich... Eins, zwei, drei. Genau, also man springt dann einfach... ...auf das rechte Drehteil. Daniel, big, big rip an sich. Gleidon aus. Aber danke dir für den Support. Ach nee, der Blaue holt sich gar nicht den beim Baum. Das macht der Grüne. Weil das ist auf seinem Weg. Ja, genau. Das ist das, was ich gefragt hatte. Genau, genau. Sorry, dann habe ich das ein bisschen missverstanden. Dann einfach den hier und da, wo du bist. Genau. Und der da hinten, genau. Yes. Ja, das dauert für beide auch ungefähr gleich schnell. Wunderbar. Okay, dann City Nacht. Oh Gott. City Nacht ist keine... Haben wir jetzt keine wirkliche Strategie. Außer wie beim letzten Mal, dass da einer halt... Ich würde sagen, dass du den Wriggler machst. Ja, ja. Weil du kannst ihn besser als ich. Und ich sammle nebenbei draußen schon mal die Monde ein, die da sind. Alles klar. Also du brauchst für Moon Kingdom 20. Aber du hast 12. Also nur noch 12, die du einsammeln musst nach Nacht. Okay. Ja, pass auf. Da gehen wir jetzt Metro. Let's go. Oder warte. Klebt so dieser Hurensohn. Weißt du, wenn ich dich jetzt teleportiere, hast du dann deine Mütze? Stell dir mal vor, ich habe jetzt keine Mütze. Das wäre so dumm. Das wäre so dumm. Ah, loll, ich habe keine Mütze, Bro. Echt jetzt? Bro, keine Mütze. Ich kann... Bei mir hast du Mütze. Ja, okay. Ich kann nichts machen. Ja, dann machen wir nochmal einen kurzen Abstecher nach Lost. Nee, nee, nee. Ich springe einfach mal in den Tod, weil ich glaube, dann habe ich meine Mütze wieder. Bruder, du bist doch zu jung dafür. Nee, Mario ist uralt, Bro. Der ist... Keine Ahnung. Ich habe meine Mütze immer noch nicht, das kann nicht sein. Wir müssen doch mal zurück in Lost. Ja, wir haben sie einfach ver... Sie ist halt Lost, ne? Als fucking ob. Du, ich werde ich meinen PC nicht aus dem Fenster werfen. Okay. Aber hat der Bray überhaupt meine Mütze noch? Jo, die Musik spielt direkt. Haben wir deine Mütze? Ah ja, okay. Er hat meine Mütze wirklich noch. Hey, wie gut ist das programmiert? Was ein Geier. Also Crafty. So. Wig lacht über keinen meiner Witze. Crafty, der Programmer, hat das ziemlich gut gemacht. Hat zwar schlecht Verstecker, aber er macht das gut mit einem Zink. Okay. So, ich habe meine Mütze jetzt wieder. Also, Madfro, kannst du Knight auswählen oder geht das nicht? Nee, ich glaube, Knight kann ich nicht. Ja, okay, dann lass einfach Daylight. Ich mache einfach... Ich düse einfach ins Rathaus, nehme den Mond im Rathaus mit und mache den Robo-Wriggler. Alles andere ignoriere ich. Lass mal so tun, als müssten wir nur noch zwölf einsammeln. Okay. Okay, äh, wollen wir erst blau oder grün durchgehen? Warte, ich blende die neue Karte ein. Zack. Pass auf. Ähm. Was macht blau? Geht dahin. Da. Lass mal blau machen. Okay, äh, blau. Sammelt erst, äh, den Bruder hier. Oh, das wollte ich gar nicht. Genau, den hier. Dann macht er das RC-Card. Ja. So. Ups. Okay. Dann hoppt er direkt aufs Motorrad und fährt einfach nur geradeaus. Oder rein in die Masse. So. Spricht mit Pauline. Hey, Bitch, Bock auf ein Date? Was geht? Spricht mit diesem Schlagzeuger. Nachdem er mit dem Schlagzeuger, äh, gesprochen hat, muss der Blaue nur noch drei einsammeln. Ja, dann portet er sich hoch aufs Dach. Genau, auf die Roohtop, holt sich den, äh, in der Mülltonne. Ja. Und nach der Mülltonne springt er einfach runter. Auf die, auf die Insel da drüben. Auf den Wire, genau, um auf die andere Insel zu kommen und holt sich da die letzten beiden. Das war's. Alles klar. Das ist alles, was der Blaue tun muss. Ich mach blau. Du machst blau, okay. Gut. Und ich mach, ähm, ja, also... Ja, deins ist aber auch nicht, deins ist auch nicht viel schwerer. Ja, ich hab nur eine Sache. Also, wenn wir irgendwie zu blöd sind, um genug Münzen für den Shop zu haben, mach ich noch die Slots. Ja. Das geht relativ schnell. Ich seh aber ein Problem. Ähm... Ja. Und, nee, warte. Also, grün teleportiert sich ja dann auch aufs Rathaus. Genau. Dann musst du aber, wenn ich den Robo-Wriggler mach, den noch aktivieren. Das darfst du dann nicht vergessen, gell? Ja, ja, klar. Ja, also, ähm... Weil wir teilen uns ja die Checkpoints nicht. Wenn du den Robo-Wriggler machst, dann... Das ist ja der ganz oben, kurz vor dem Briggler. Ganz oben. Ja. Also, den musst du aktivieren, aber den... Also, du läufst da quasi durch. Ja, aber du teleportierst dich ja auch. Du brauchst den Checkpoint ja auch. Ach, ist das so? Ja, wir teilen uns die Checkpoints nicht. Ah, okay. Ja, gut. Dann muss ich wohl nachkommen. Dann muss ich wohl nachkommen. Ja, aber... Ich mein, du hast eh nichts zu tun, während ich den Robo-Wriggler-Kampf mache. Also, ich glaub, du solltest Zeit haben. Ähm... Und so wie ich mich kenne, mache ich einfach eh Robo-Wriggler-Four-Cycle und dann hast du genug Zeit. Okay. Ja, dann machen wir das so. Also, im Normalfall... Er hat gelacht. Warte, äh, wo bist du gerade? Ich chille vor Pauline. Äh, komm mal. Guck mal, ich hab jetzt mal... Äh, ich hab den jetzt mal aktiviert. Ist er jetzt bei dir da, zufällig? Nein. Der in der Mitte oben? Nein. Okay. Aber du kannst dich einfach hochwiren. Ja. Du kannst dich einfach hochwiren. Ja. Ah, ich seh dich. Let's gooooooo! Genau. Oh, tschüss. Hallo. Grünes Wild, weil der wird sich auch hoch teleportieren, aber er wird dann hier so ein crazy-jump machen. Und hier direkt weitermachen. Ist das schon ein Elite-Jump? Ganz bestimmt. So, und dann macht er ja nur noch, äh, die, ähm, ja genau. Also, den hier, den kennt man ja. Ja, ja. Zack. Und, äh, die beiden in dem Eingang, wo die ganzen Leute sind. Kennst du den coolen Glitch in die, ähm, in, in, in das Gebäude hier? Äh, ich bin jetzt runtergesprungen. Oh, Bruder. Wo bist du gerade? Ich mach jetzt was Cooles. Pass auf. Lässt du dich rein? Ja, ich bin drin! Im Gebäude? Ich bin im Gebäude, Bruder. Soll ich, soll ich, soll ich, siehst du mich? Ja, du siehst meinen Namen. Ja, ja. Bruder, was geht? Moin, moin. Oh, what the fuck? Ja, das ist die Version. Wir können uns, äh, ganz oft... Wir können's hochbauen, ja. Okay, dann, äh, Luncheon Kingdom. Ah, Bruder, ich bin in der Wand. Alter, ich hab die Wand in meinem Ass. Okay, äh, ja. Weil, weil Polarland und Küstenland ist halt einfach... Der eine macht Polarland ganz normal, der andere macht Küstenland ganz normal. Und dann reist man zum jeweils anderen und, äh... Ich würde vielleicht vorschlagen, dass ich Polarland mache, weil, sollte ich den nicht genug Münzen, warum auch immer, für den scheiß Shop haben, dann hol ich ihn mir einfach auf der Insel vor der Odyssey. Alles klar, Meister. Da mach ich, da mach ich, da mach ich Küstenland. Okay. So, äh... Oh, die, äh, genau. Das, das hier wird interesting. Das wird interesting. Okay, ich muss kurz die Karte ändern. Der Grüne bleibt überwiegend in der Sedie. Ja. Und der Blaue macht, äh, bis nach ganz oben. Aber eher auf der rechten Seite. Okay. Ich will erst mal zeigen, was der Blaue macht. Also der Blaue speedet einfach... Direkt nach vorne. Sammelt gar nichts ein. Und, äh, überspringt den Boss. Also überspringt diesen Brutal. Das, was macht er? Indem er hier... Warte. Äh... So. Ah, Bruder. Was verlangst du von mir? Pass auf. Und dann landet man hier. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, liegt bei 10% im First Try. Aber ich probier's. Das ist aber wirklich nicht schwer. Probier's mal aus. Ja. Ich muss halt, äh, die, die Inputs für die Lava Jumps hinbekommen. Mach' am besten auch den Homing. Bruder, First Try, easy. Geht, ne? Ja, geht wirklich. So, und dann sammelt man den hier ein. Den auf dieser kleinen Insel. Dann, äh, muss man hier wieder Lava Jumps machen, weil in der... Also vor dem Brutal sind hier einfach keine Hotheads. Das heißt, hier muss man wieder, äh, als Mario quasi durch. Und dann hier hin. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Ähm, das Problem ist, im Normalfall, würde man jetzt hier... Die Hotheads sind doch da. Also ich mein, wir sind doch in der Version ohne. Ja, die... Ja, stimmt. Das, also, komisch, als ich das gemacht habe, waren die Hotheads nicht da. Ha. Vielleicht liegt das dann online. Aber im Normalfall machst du einfach den Raum. Ja. So, und dann, dann spiegst du hier hoch. Man kennt das ja. Zack, zack, zack. Ja, aber, äh, wenn ich jetzt keine... Wenn, wenn's keine Hotheads da sind, komm' ich dann hier hoch? Das ist halt die Frage. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, die müssten da sein, weil in der Zeit hat der andere den Brutal schon längst besiegt. Ah. Und das speichert mein... Also wenn ich jetzt zum Beispiel blau bin und ich bin in dem Raum drin, ne, unten bei der Tür. Ah, ja, ja. Während ich da drin bin und meine Sachen mache, hast du den Brutal besiegt und dann müssten hier Hotheads wieder auftauchen. Okay. Das heißt, dann sollte es kein Problem sein, wenn ich jetzt zum Beispiel blau bin, dann hier hochzukommen. I see, I see. So, und dann holt man sich hier den. Nachdem man sich den geholt hat, geht man da weiter. Holt sich diesen Story-Mond. Dann den Hothead-Mond. Dann den da hinter dem, äh, hinter diesen Bergen. Und dann ganz oben den Triple-Mond. Das ist der Hurensohn-Mond. Das ist der Hurensohn-Mond, der hinter dem Berg. Ich hasse ihn. Also das macht der Blaue und der Grüne, der jetzt ein bisschen entspannter. Ähm, der holt sich den ganz am Anfang. Weißt du, welch ich meine? Ja, oben auf dem Salzberg. Genau. Und dann holt er sich den, den man als nächstes holen würde. Also kurz vor dem Brutal. Und dann, äh, kämpft er gegen den Brutal. Das ist auch nochmal ein Mond. Also es ist kein Triple-Mond, es ist nur ein Mond. Und dann holt er sich, äh, ganz normal den hier unten. In der Tür. Ja. Macht hier weiter. Zack, zack, zack. Macht den oben auf der Wand, genau. Genau, macht den oben auf der Wand. Und dann neben dem Shop Rübe reinwerfen auf der Säule. Ja, ich verstehe. Verstehe. Ich mach Rübe. Perfekt. Genau, dann die, die Kiste, die Rübe und, äh, den auf der Säule. Vor dem, äh, vor dem riesigen Kochtopf. Und das war's. Das ist alles, was der Grüne machen muss. Also soll mal einer sagen, YouTuber müssen nicht intelligent sein für ihren Job. Ey, wir wollen hier, wir wollen hier gewinnen. Okay, ja, und dann kommt, äh, Ruined, das ist easy. Einer macht den Drachen, der andere wartet an der Odyssey. Ja. Und, ähm, dann kommt Bowserland. Das müssen wir eben, ja, da muss einer von uns beiden den, den, den Kollegen machen. Der andere wartet unten. Wenn das fein ist, würde ich den Mekka machen, weil ich hab den heute oft geübt. Alter, Bruder, du hast vier Stunden Route geschrieben, du hast Mekka geübt. Bruder, was hast du heute getan? Ich hatte, ich hatte heute ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich merk schon. Das ist, wenn die Dividende monatlich kommt, dann, dann, dann brauchst du, dann muss man einfach nicht mehr, nicht mehr arbeiten. Perfekt. Ey, Bro, das ist meine Arbeit. Hahahaha. Äh, können wir vielleicht noch einmal Moon, äh, Moon King, weil ich will echt sicher gehen, dass ich diesen fucking Moon Jump nicht irgendwie verkacke. Ja, gar kein Problem, Meister. Gut. Das ist das Letzte und dann können wir eigentlich anfangen. Alter, ich hab Bock. Ich hab auch richtig Bock. Ich hoffe nicht, ich kann mir den ganzen Bums merken. Ich mach mir einfach immer das Bild nebenbei auf. Ja, same, same. Ich hab das immer vor mir. Ich hab das immer vor mir. So ein Spicker. Hast du schon mal League of Legends gespielt? Nee, das, also, hab ich mich mal so ein bisschen gegengesträubt. Bruder, ich werd bald League of Legends streamer, dann musst du auch League of Legends streamen, dann können wir zusammen. Das ist das, jeder in meiner Community hat gesagt, Bruder, League of Legends ist übrigens das Drecksgame. Jeder spielt das jetzt, jeder. Nee, also, ich hab, ich hab erfolgreich zwölf Jahre, oder wie, wie lange das Spiel auch draußen ist, hab ich mich davor gesträubt. Ja, aber es macht halt Spaß, also du kannst ja nicht ein spaßiges Spiel einfach nur das Prinzip haten, so. Ja, aber ich hab literally Freunde verloren damals. Wir können ja mal zwei Matches machen und dann kannst du ja gucken, ob es dir gefällt. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Nicht mehr für eine Million würde ich League of Legends spielen. Bruder, wo kommt der Hate her? Bro, ich hab damals Friends verloren wegen dem Spiel. Warum? Weil die gesuchtet haben? Ja, weil die einfach auch kein Leben mehr hatten. Nein, nein, weil die einfach gemeinsam Spaß hatten und du so traurig vor dem verregneten Fenster saßt und reingeguckt hast, wie sie Spaß hatten, während sie zusammen League spielen. Bro, wie kann man League of Legends verteidigen? Mein ganzer Chat will, dass du in die Kluft gehst. So ist es, so ist es. Ihr seid einfach, es gibt nur Macht und diejenigen, die zu schwach sind, sie zu nutzen, Lord Voldemort. Ja, aber die Sache ist, also, mir geht es halt mental aktuell ganz gut und ich muss das halt nicht ändern, so, weißt du? Als ob dich so League irgendwie psychisch gebummst oder so. Ich hab League Menschen zerstören sehen. Alter, es ist, weißt du, die sind halt einfach alle schwache Geister brechen bei allem. So, ja, okay. Also, meinetwegen können wir anfangen. Das ist ja einfach Bowser-Kampf und Bowser-Flucht ist ja ganz normal. Alles klar. Normal, normal. Aber teilen wir jetzt eigentlich, dass wir beide ins Ziel müssen oder der erste, der von uns im Ziel ist? Das ist halt die Frage. Also, logisch gesehen, der erste. Ja, ich glaub auch. Wir machen einfach beide Moon. Wir können ja mal beide Zeiten stoppen und dann einfach mal gucken, wie es aussieht. Ja, okay. Okay, ich bin im Fighter-Boss-Fight. Äh, oh. Okay, pass auf, ich mach einen neuen Spielstand. Meine Switch ist noch nicht überhitzt. Noch geht's hier gut. Okay, sag Bescheid, wenn du ready bist. Pass auf. Ähm, ich bin schon mal auf diesem, auf diesem Screen, wo man einfach nur starten muss und händere jetzt meine Uhrzeit. Ja. Für die Seat. Also, sie ist warm, aber ich, ich, okay, ich höre einen Lüfter und der pustet Luft raus. Das ist prinzipiell ein gutes Zeichen. Nice. Dann, Datenverwaltung, neues Spiel, okay, Live-Split. Ah, ich bin gespannt. Same, ich bin jetzt schon aufgeregt. Und, du weißt, ich bin ganz entspannt, weil ich eh schon weiß, dass wir es easy machen. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgeregt bin. Wir haben 40 Minuten am Ende oder so. Ja, ist so. Ich hab mir ein Video angeguckt von Speedrunnern, die zu dritt das Ganze durchgespielt haben. Die haben 41 Minuten. Oh, shit. Aber fairerweise muss man sagen, das sind Speedrunner, also echte, waschechte Speedrunner und die waren zu dritt. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, waschecht. Also, waschecht im Sinne von keine Möchtegerns. Ja, aber also, was hat das jetzt mit uns zu tun? Naja, wir sind halt, wir sind auch wach. Ja, ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja, richtig, darauf wollte auch ich hinaus. Okay. Zähl an, sag einfach 3, 2, 1 und ich pass mich an, weil ich bin noch auf dieser Uhrzeit. Alles klar. Äh, Moment. Drücken wir auf 0? Ich muss kurz gucken, mein Live-Split-Timer ist gerade noch weird. Jetzt ist ja schön. Oh, aber ich hab noch das falsche Spiel hier. Äh, warte, ich muss jetzt mein Bildschirm umstellen. Keine Sorge, Freunde, wir kriegen das gleich hin. Wenn wir den Rekord schaffen, spielst du eine Runde League mit mir. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich würde lieber mit dir, ja, Call of Duty ist aber auch nicht schlecht. Alter, das hab ich auch nur, mein letztes Call of Duty, was ich aktiv gespielt hab, war Modern Warfare 3. Und zwar im Jahr 2013 oder 2014, glaub ich. Boah, bei mir glaub ich auch, actually. Ah, Modern Warfare 3 war ich krass. Alter, da hatte ich 500 Spielstunden, glaub ich. Warum 2017? Äh, für einen Speedrun-Trick. Was ist ein Speedrun-Trick in Call of Duty? Ne, ne, ne. Es geht, die Leute fragen, warum ich die Uhrzeit ändere und das Datum. Ah, ah. Für das Switch. Okay, warte, Open Split, Mario Odyssey, Multiplayer Any Percent, okay. So, jetzt muss ich mir noch ganz kurz die Routen aufmachen, dass ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Yes. Dann lösche ich jetzt hier Forstland, das alte Raut. So. Okay. Ja, ich glaube, ich glaube, damit die Einsatzbereite. Same. So, warte, dann stehe ich noch kurz. Dann drücken wir, oder? Ich stelle mal kurz mein Bildschirm um. Ja, okay, das heißt, ich sage jetzt 3, 2, 1, go und auf go drücke ich auf Start. Genau. Okay, dann, äh, 3, 2, 1, go. Äh, ich habe verkackt. Okay, wir fangen von vorne an. Egal, ich habe jetzt gedrückt, alles gut. Alles gut. Okay, okay. Wir machen einfach. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Ja, vor allem das mit der Seed sollten wir sowieso schaffen, weil, ich muss einen Mond nicht einsammeln bei Kaskadeland. Ja, ja, ja. Beziehungsweise einer muss einen Mond nicht einsammeln. Deswegen easy. Kaskadeland ergibt sich eh dadurch, wer schneller im Wüstenland ist und du bist immer schneller, äh, wer schneller im Hutland ist und du bist immer schneller im Hutland, weil Hutland kann ich einfach nicht. Aber jetzt startest du früher. Ja, schade, du hörst mich trotzdem, mein Hutland ist meine Schwäche. Schauen wir mal. Okay. Ich habe erstmal den Wandsprung am Anfang. Sehr gut. Läuft Bombe. Ich habe auch wirklich, ich habe wirklich, also, sehr lange kein Odyssey mehr gerannt. Aber kein Problem. Wird schon. Das ist wie ein Leak, weißt du? Wenn man nicht so gut ist, braucht man einfach einen guten Teamkollegen. Oh, diese Leak vergleiche ich euch von bei dir. So, Alter. Aber wir haben gute Laune, das ist das Wichtigste. Wie Tim. Ja, richtig. Das ist wie nach Leak, wenn du ein Spiel gewinnst. Okay. Wow, ey. Irgendwie hast du gerade meinen Frosch beeinflusst. Echt? Wie? Ich weiß es nicht. Auf einmal, mein Frosch ist gesprungen, obwohl ich nicht den Sprungknopf gedrückt habe. Oh, damn. Ich wünsche, man könnte die Kollision irgendwie ausstellen. Ja. Aber jetzt bin ich auf dich gesprungen. Oh, shit. Nein. Oh, wie ärgerlich. Weil ich auf dich gesprungen bin, bin ich zweimal runtergefallen. Kein Problem. Ich lasse einfach die Brücke runter, du machst es brutal. Vielleicht kann man die Kollision sogar ausmachen. Es gibt ja so ein paar Einstellungen. Ja, oder du programmierst uns das kurz. Ja, warte kurz. Oh, ey, ich fliege. Oh. Okay, kein Problem. Ich habe es trotzdem geschafft. Das ist ziemlich witzig. Chat, lasst uns mal zusammenlegen. Jeder von uns giftet Vic ein paar Subs, wenn er League spielt. Bruder, es lohnt sich sogar für dich. Niemals. Ey, es tut mir leid. Es tut mir leid. Weißt du, Schatz, tisch. Weil irgendjemand wirklich nichts haben sollte. Nur damit ich League spiele. Aber das wird niemals passieren. Die Sache ist, jeder, der mich privat kennt, wird sich denken, okay, das wird lustig. Mal gucken, wie er ihn überreden will. Aber, weißt du, du sagst jetzt ja so, du hast ja gesagt, du witzigst über Verantwortung und so hast du ja auf Instagram, habe ich gesehen. Bro, was hat das denn vorhanden? Das ist fucking League, alter. Ja, aber wenn du verantwortungsvoll damit umgehst, entsteht ja kein Schaden. Ja, aber ich habe einfach keinen Bock auf das Game. Oh, boy. Ey, aber danke für das frische Prime Sub und für die zwei Gifte ins Fire Shock. So, ey, ich lasse die Brücke runter. Okay, let's go. Und dann, du musst dich teleportieren, sobald ich sie runterlasse. Du musst dich zur Odyssey teleportieren. Ich mache auch den Mond. Du musst ihn nicht machen. Zur Odyssey teleportieren? Ja, ich glaube. Ey, was muss ich jetzt machen? Du musst dich, warte mal, ich weiß nicht wann, teleportier dich jetzt mal zur Odyssey. Geht das? Nee, bei mir geht es nicht. Aber du musst irgendwie, hast du den Checkpoint aktiviert? Ich glaube, erst mal die Brücke unten ist. Bei mir geht es irgendwie nicht. Okay, warte, pass auf, ich mache, ich mache einen Trick. Ja, wir machen eh zwei Runs, so. Okay, die Brücke ist jetzt unten. Okay, ich bin jetzt bei der Odyssey. Ah, hast du dich da durchgeglitscht? Ja, ich habe links diesen Wasserglitch gemacht. Ah, ich wüsste gar nicht mehr, wo die unsichtbare Stelle, die durchlässige Stelle in der Wand ist. Eins, zwei, drei, okay, ich bin der Dino. Okay, du machst Dino, ja, dann habe ich, ich kann Geld farmen, actually. Ah, nee, ich kann den, ich kann den Mond in der Wand holen hier. Ja, das ist ja tiefenentspannt. Ich habe den Schatten von deinem Dino gerade über mir gesehen. Äh, ich sammle jetzt, glaube ich, einfach Geld ein, oder? Mach das, mach das. Wenn du eh warten musst, dann sammle einfach das Geld ein. Genau, und dann, wenn du den Triple Moon hast, werde ich ja automatisch teleportiert. Mhm. Und dann kann ich gleich die Monde einzahlen und bin dann schon im Wüstenland. Hab sie besiegt. Let's go. Ja. Okay, wirklich viel Geld liegt ja nicht rum, Tobi, auch anders. Oh, das mit der Seed, das wird gar kein Problem. Wir sind bei vier Minuten und dreißig, vierzig, egal. Ah, jetzt werde ich teleportiert, sehr gut. Hopp, tada. Ich glaube, du könntest dich theoretisch schon, du könntest, glaube ich, theoretisch schon zu Wüstenland. Ich düse schon. Ach, du düst schon. Okay, perfekt. Perfekt. Bei mir ist noch ein bisschen Cutscene-Action. Ja, kein Problem. So. Let's go. Kannst du mal ein Video dazu machen, über die schwersten Challenges in Nintendo Games? Boah. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Challenges gemacht in Nintendo Games, außer in Mario. Bin zu Mario. Boah, was gibt es denn für schwere Challenges? Außer, ach, es ist ja so Pokémon-Naslobs und sowas, ne? Ja, zum Beispiel so diese Mario-Maker-Challenges. Ach, diese Kaizo-Level oder was? Ja, ja. Also, wer macht sowas? Da kannst du einfach dein Leben verkaufen. David, wer hat Bock auf sowas? Ja, das spielt ja nur Troll-Level, die brauchen ja nur Zeit. Aber ich meine, diese Kaizo-Level, wo du da so fünf Millionen Shell-Jumps und 30.000 Mal irgendwie einen Panzer in der Luft so werfen musst, damit zehn Jahre später irgendeinen Mechanismus aktiviert ist. Okay, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken, Chad. Boah, die Zeit ist richtig gut. Die Zeit ist richtig... Also, das hätte ich allein nicht geschafft. Wäre auch schlimm, wenn... Allein hätte ich nicht geschafft. Wäre auch schlimm, wenn... Ohne euch! Okay, let's go. Jetzt stellt sich raus, dass Seed nicht funktioniert. Das wäre horrig. Es muss funktionieren. Es ist... Weil die Zeit läuft bei dir lokal. Wenn du alles richtig eingestellt hast, funktioniert. Oh, Glück gehabt. Ich hab den Vogel ein bisschen verkackt und bonk hier die ganze Zeit rum. Aber ich hab den Vogel gekriegt, also alles gut. Und die Seed wächst. Ich hör's, ich hör's, wie die Seed wächst. Er wächst, Freunde, er wächst. Er wächst! So, jetzt muss ich... Oh Gott, jetzt muss ich auf die Jackseer-Ruinen hochkommen. I do my best. Ja. Ich glaub, du bist tatsächlich um einige schneller als ich. Kannst ja mal gucken. Weißt, welchen Mond du, wenn du jetzt schneller bist, noch einsammeln könntest, theoretisch? Den oben bei dem Bullet Bill in der Kiste. Weil den sammle ich nicht ein. Okay. Okay, ich bin oben. So, Münzen mitnehmen. Mond mitnehmen. Nicht die Nerven verlieren sowieso. Nicht. Das wird schon, Freunde. Oh, das macht voll Bock irgendwie. Ja, ich bin auch sehr focused. Aber du hättest in deinem Insta-Story gesagt, dass du dich viel mit Verantwortung beschäftigst. Was genau meinst du mit Verantwortung? Ja, einfach generell das Thema Verantwortung. Weil ich hab das Gefühl, dass viele irgendwie... Ja, ich glaub, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Also, es geht halt darum, dass ich das Gefühl habe, viele versuchen, ein bisschen so ihrer Verantwortung... Ja, nicht Verantwortung zu übernehmen. Über sich selber. Über ihre mentale Gesundheit. Über ihre körperliche Gesundheit. Über das, was sie erreichen wollen und so. Ja. Und ich versuch immer, den leichten Weg zu finden. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und darüber wollte ich mal ein Video machen. Ah, okay. Und schaust du da nur Videos oder liest du auch irgendwas? Äh, ich... Nee, ich... Das wird keine Reaktion. Das wird ein richtiges YouTube-Video. Ja, aber ich meinte, nein, um dich vorzubereiten, meine ich. Ach so. Äh, ich recherchiere schon. Okay, okay. So, warte. Ich part mich jetzt schon mal zur... zur Odyssee geportet. Ja, ja. So, ich muss mich eigentlich nur noch... Klippen? Ich stehe vor... Ich stehe vor dem Globus. Okay, aber dann kann ich... Ich habe jetzt auch den Mond oben bei der Kiste eingesammelt. Dann kann ich sogar noch einen zweiten mitnehmen. Mhm. Dann können wir meine Route noch um zwei Monde erweitern. Und dann brauchst du den Clip gar nicht mehr. Ah, okay. Dann mach den am besten, weil ich habe den Clip verkackt. Äh, aah! Jawohl, ich stand verloren, ist sie! Ach so. Ich dachte, du hast ihn die... Ach, okay. Ach, scheiße. Egal, das ist nur der erste Run, Freunde. Wir werden heute noch einiges machen. Okay, welcher Mond ist jetzt noch aufgeregt? Was ist denn in den Ruinen? Ja, es ist der Clip-Mond. Ah, nein, ich düse... Ich düse dann hinter zu dem, zu dem... Alles gut, ich habe einen Mond, ich habe einen Mond. Fahr einfach mit der Odyssey. Ja, ich düse, äh, Ding. Dann nehme ich den bei der Kiste oben und dann noch den Stampfattacken-Mond hinten da. Ich glaube, der ist irgendwie abgestürzt vom Taxi oder so. Was genau meinst du? Dass der denn der alte Speedrun-Route drin ist. Ach, beim nächsten Mal, meinst du? Ja, ja. Beim nächsten Mal. Dann sammle ich zwei mehr ein, dann kannst du dir den Clip sparen. Ja, okay, perfekt. Stimmt. Und den ganz oben meinst du, ne? Genau, genau. Ja, das ist schlau, das ist schlau. Dann wissen wir beim nächsten Mal Bescheid, Freunde. Ja, ich meine, das war jetzt auch nur ein Plan, ne? Wir müssen ja erstmal in der Praxis testen, ob wir wirklich gleich schnell sind. Hey, hast du das nicht mit zwei parallelen Konsolen gleichzeitig getestet? Einmal mit den Füßen gespielt und, äh, okay, äh, ich gehe Seeland, genau. Mach das. Und du musst nach unten drücken, denk dran. Ja, hab ich, hab ich. Okay. Ich bin bei Wooded, alles gut. Oh, shit. Ich bin echt gespannt, was die Endzeit wird, ne? Weißt du, am Ende kommt jetzt so raus, wir sind einfach so vier Minuten weg und dann alles, was wir tun, ist voll für den Arsch. Ja, aber es würde mich echt wundern, wenn wir viel schlechter sind als beim ersten Mal. Beim ersten Mal haben wir 58 Minuten und da waren wir auch nicht so gut. Also, was haben wir denn da gemacht, bitte, dass wir so krass waren? Das check ich halt nicht. Ja, die Frage ist, du fragst gerade, warum wir krass sind so, also, also, ja. Ja, aber das war komplett ohne Vorbereitung. Wir haben wieder 58 Minuten, also, das macht gar keinen Sinn. Ach, Mario. Weißt du, immer, wenn ich, also, ich, ich kann irgendwie in letzter Zeit keine 3D-Marios mehr spielen, ohne dran zu denken, wie schön es wäre, ein neues zu haben. Es ist wirklich schlimm. Ja, aber Nintendo. Mach dir ja was Neues mit Mario und Film. Yeah. Und Pizza. Nice. Hast du davon mitbekommen, dass es eine Mario-Pizza gibt? Nee. Es wurde mir immer in den Chat geschrieben. Es gibt wohl jetzt irgendwie zwei Mario-Pizzen. Als ob. Aber wo? In Amerika? Nee, nee. Hier, die kann man hier in Deutschland kaufen. Nö, habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwie eine... Warte mal, es waren so ganz skurrile, äh, äh, Geschmacksrichtungen. Was waren die Geschmacksrichtungen? Chat, irgendwas mit Honig. Vier gibt's schon. Bruder, Alter. Oh, ich habe den Speedrun-Trick beim ersten Mal geschafft. Ich bin glücklich. Der klappt mein... Der klappt leider nicht immer. Ah, Salami und vier Käse. Und die vier Käse ist mit Honig. Okay. Oh, boy. Vier Käsesorten? Boah, ich liebe vier Käsesorten. Okay. Wodet läuft actually gut. Zeeland läuft auch gut. Perfekt. Und wir bekämpfen diesmal nicht den Brudel. Stimmt. Den ignoren wir. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob Wodet laufen würde, wenn wir den Brudel bekämpfen. Weil der Online-Modet immer abgeschmiert ist, nachdem man den Brudel besiegt hat. Im Wodet. Ja, ich glaube, wir haben das beim letzten Mal irgendwie geschafft. Aber der frisst zu viel Zeit. Also auch die Cutscenes danach und so. Das frisst alles viel zu viel Zeit. Das ist insane. Also diese Triple Moon Cutscene ist unfassbar. Okay, ich mache lieber nicht den Triple Jump hier, sondern gehe einfach den normalen Weg. Weil ich sehe mich sonst runterfallen. So, ich komme ins Forst. Nice. Ich bin so gespannt. Ich will diese scheiß Endzeit wissen. Ich will wissen, was möglich ist. So, ähm, Bro, Mario, stop bonking. So, Forst. Magst du Gorgonzola? Ja, voll. Ah, du bist ein Giga-Chart. Ich liebe auch Gorgonzola über alles. Blauschimmel-Käse in der 10 von 10. Aber generell Käse. Ich muss sagen, als Kind habe ich Käse gehasst. Ich fand es widerlich. Aber ich weiß nicht, was da los mit mir war. Aber, keine Ahnung, je älter ich wurde, desto mehr habe ich Käse geliebt. Käse ist auch der einzige Grund, warum ich, äh, nicht vegan bin, sondern Vegetarier. Ja, Käse ist, also, es gibt, glaube ich, keinen Käse, der mir nicht schmeckt. Okay, ich muss nur noch zwei einsammeln, actually. Dann bin ich fertig. Oh mein Gott, ich habe exakt 100 Münzen. Holy shit. Ja? Ja. Das hätte ich fast den Shop-Mund nicht gekriegt. Was mache ich da? Ich muss da runterspringen. Das war ein bisschen sloppy, aber egal. Egal. Vor allem, ich war einmal in so einem richtigen Käseladen, ne? Und die hatten dann so, keine Ahnung, 100 verschiedene Käsesorten. Und dann so, ich durfte mal alles probieren. Und dann so 50 Gramm hiervon und 10 Gramm davon. Oh mein Gott. Okay, 10 Gramm vielleicht nicht, aber, äh, das war so geil. Es kostet aber leider auch. Käse ist leider, gerade jetzt, äh, in der Inflation, weil Molkereiprodukte so teurer geworden sind. Etwas teurer geworden, aber... Ich mag Käse, wenn es geschmolzen ist. So geschmolzener Käse ist einfach... Das liebt, glaube ich, jeder. Ja. Ja, es gibt bestimmt Leute, die es hassen. Es gibt auch Leute, die Döner hassen. Ja, aber das sind ja keine Menschen, so. Das stimmt. Aber es gibt sie. Okay, ich gehe schon mal zur Odyssey. Ja. Ja, ich brauche noch ganz kurz. Ey, aber die Route passt eigentlich. Ich habe im Seeland ein bisschen Zeit verloren. Okay. Also normalerweise bei einem guten Run wäre ich jetzt schon weiter. Ich warte, bis du ihn angesammelt hast. Warte. Ich brauche tatsächlich Münzen. Sind hier Münzen noch irgendwo? Äh. Na, shit. So. Zack, zack, zack. Ich habe ihn. Okay, nice. Und weg hier. Und du musst ins Seeland noch, ne? Mich würde... Genau, ich muss mal ins Seeland und mich würde wirklich interessieren, wie schnell wir beim letzten... Also als wir die 58 hatten. Wie schnell haben wir das hier beendet? Waren wir da auch bei 60 Minuten? Oder waren wir langsamer? Weil eigentlich müssen wir jetzt schneller sein. Weißt du noch, beim letzten Mal hat eine... immer richtig lang gewartet auf den anderen. Ja, es gab immer so richtige Down-Zeiten so. Ja. Und jetzt sind wir immer ungefähr gleichfertig. Was halt sau wichtig ist. Ja, das ist einfach Optimierung. Was ist gerade der Weltrekord? Ich glaube 56 Minuten und 55 Sekunden oder so. Auf jeden Fall irgendwas. Also gerade so 56. Aber Singleplayer, nicht Multiplayer. Genau. Paul, danke für den Surf. Und auf nach... Den Kamelen geht es großartig, Meister. Der erste Pause. Stimmt. Danach kommt Los. Ich mache schon mal Losdorf. Willst du die blaue Route gehen oder die grüne? Ähm... Ja. Wart mal. Eigentlich ist es mir relativ egal. Sag, was du willst. Ich glaube, ich bin mit der blauen Wohler. Okay. Ich nehme grün. Und Chat, das ist süß hier heute. Alle reden über das Essen. Ey, Leute, ihr müsst aufhören. Ich bekomme... Ich bekomme immer so schnell Hunger. Bist du... Trinkst du... Trinkst du Weißwein manchmal? Äh, selten. Weißwein und Käse ist ja so diese typische Snob-Kombination. Aber es schmeckt gottlos geil. Weißwein und Käse ist... Oh mein Gott. Es ist so... Oh... Okay, krass. Ich habe von der Kombi doch nie gehört. Echt jetzt? Weißwein, Käse, Trauben. Das ist die typische Kombi. Ach, du Boxbowser schon. Let's go. Ja, Mann. Hä, warum eigentlich? Ach so, du musst ins Seeland. Ja, du musst ins Seeland, stimmt. Ich frage mich, ob ich gleich auch teleportiert werde, wenn du fertig bist. Ich glaube nicht. Also, ich meine, wir haben es ja schon ein, zweimal gemacht. Ich glaube nicht. Weil ich habe irgendwie in Erinnerung schon, dass ich auf einmal lost war. Aber mal gucken, mal gucken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay. Du bist schon fertig? Ja. Ja, Rotwein geht auch. Aber, aber, ja, Rotwein, Wein allgemein. Ich liebe Wein über alles. Das ist meine... Also, ich kann sehr easy auf Alkohol verzichten. Kein Stress. Ihr seid bei dem alten Run auch um die 16. Was? Wieso waren wir damals so krass? Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt wirklich... Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Wir haben jetzt die Überplanung. Und beim ersten Mal so, keine Ahnung, lauf einfach mal dahin. Und da sollen wir besser gewesen sein? Warte, du nimmst... Welche Route nimmst du? Die blaue, ne? Ja, die blaue, ja. Okay. Aber okay, fair. To be fair, ich habe Wüstenland ein bisschen verkackt. Also dadurch, dass ich diesen Clip nicht geschafft habe und dann wir, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden noch mal rumgewartet haben. Also wenn das nicht wäre, wären wir viel schneller. Verlorenes Land immer so weird ohne Musik. Deswegen jetzt erstmal hier den Geier... Oh, warte mal. Shit. Ist der schon aktiviert, wenn die Musik läuft oder muss der fliegen? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin es nochmal zurück und habe ihn fliegen lassen. Weil irgendwann hatte ich das schon mal, dass ich dachte, ich habe ihn aktiviert und dann hat er mir einfach eiskalt die Cap abgezogen. Okay, aber wenn die Musik läuft, dann lässt er dich in Ruhe. Ich glaube auch, ja. Okay. Boah, es läuft gut, es läuft gut. Yes. Wir sammeln die so schnell ein. So, ich düse die dazu, Odyssey. Okay, mach das. Wir fehlen noch zwei. Jetzt habe ich ein bisschen Downtime. Ja. Also theoretisch hättest du da, das können wir uns merken, theoretisch für den nächsten Run, den unter der Brücke noch sammeln können. Stimmt, ja. Der, der als erstes fertig ist, nimmt den unter der Brücke mit, ja. Ja, genau. Okay, hab. Ja. Kannst fliegen. Das fühlt sich alles schon sehr schnell an. Ich finde auch, finde auch. Und jetzt kommt ja beim letzten Mal wart ihr schneller oder so. Ja. Also letztes Mal wart ihr zwei Minuten schneller an dieser Stelle. Ich befürchte nur, ich habe nicht genug Geld für den Shop, aber... Aber du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, äh, zu farmen, während ich den Robo-Rigler mache. Ja, true, true. Aber du musst doch dann denken, den, äh, den, äh, den Checkpoint oben zu aktivieren. Den musst du, glaube ich, auch durchs Rathaus. Ja, genau. Genau. Stimmt, da gibt es eigentlich ein bisschen Geld im Rathaus. Okay, ich lasse alles liegen, ich gehe direkt ins Rathaus. Okay. Mach das. Let's go. Okay, welchen Mond hole ich mir zuerst? Ich glaube, ich weiß welchen. Boah, das ist so weird, weil ich jetzt eine andere Route laufen muss. Das ist meine, meine Muscle-Memory rastet gerade voll aus. So, Bruder, du musst woanders hin. So richtig verwirrt so. Okay. Genau, ich sammle nur den Mond im Rathaus ein. Oben bei der Truhe. Den sammle ich ein? Ne, den sammle ich ein. Das ist der Einzige, den ich einsammele. Alles klar, alles klar. Oh, wisst ihr noch, Leute, wie ich früher nicht auf diese Plattform hier draufgekommen bin? Und jetzt ist es so entspannt. Ich liebe es. Und jetzt bin ich einfach zu gut dafür. Ja. Theoretisch brauchen wir ja gar nicht den. Also die Fahne ganz oben. Also die da, einen weiter unten reicht auch. Weil ich kann mich ja auch dann, wenn hell ist, einfach hochwiren. Okay. Aber ich habe die oben und ich brauche die für den Mülleimer. Okay, alles klar. Dann muss ich die Mülleimerroute nehmen. Okay, ich habe 100. Okay. Ich bin jetzt im Wrigglerfight. Oh, jetzt schon? Ja. Ja, okay. Pass, pass, pass. Sollte ich alles schaffen. Das ist wie so, wenn der Lehrer noch sagt, noch fünf Minuten in der Prüfung und du hast so die erste Aufgabe geschafft. Mhm. Okay, ich muss dann aber jetzt schon ins Rathaus. Das mit dem Shop schaffe ich dann nicht mehr, wenn du jetzt schon beim Wriggler bist. Ja. Du hast dir den Mond ja oben nicht geholt, ne? Gut, dann mache ich das schnell. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Also ich muss ihn einsammeln, bevor du den besiegst. Ja, ja. Weil sonst werde ich vielleicht ja gleich teleportiert. Ja, wenn ich Two-Cycles schaffe. Das stellt sich jetzt gleich raus. Okay. Ich bin auch gleich oben. Okay. Okay. Zack, 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 zack. Okay, es sieht, glaube ich, gut aus. Okay, nice. Ja, er hat eine sehr gute Route genommen. Ja, hab Two-Cycle. Okay, warte, ich sammle den... Hä? Du hast den Mond eingesammelt. Ach so, ja. Ich sag dir doch, ich sammle den im Rathaus oben ein. Zweimal. Ach so. Ich dachte, du meinst einen anderen. Äh, welchen? Ach, keine Ahnung. Ich gehe zum Shop. So richtig ange... Äh, aber pass auf, der Triple-Moon ist jetzt vor mir. Wenn ich den einsammle, wirst du teleportiert. Ja, alles gut, sammle ihn ein, sammle ihn ein, alles gut. So, dann gehe ich jetzt, äh... Dann mache ich die Slot-Route. Dann mache ich die Slot-Route. Äh, so manchmal hört der mir nicht zu, ne? Ich nehm grün, ich nehm grün. Okay. Das heißt, du musst am Anfang den, äh, Mond einsammeln. Der im Gerüst ist, ganz am Anfang. Ja, ja, ich hab die Route offen. Ich, ich, ich lauf blau, ich lauf blau. Und da noch RC-Car. Oh! Perfekt. Im City-Land bei der Pole gibt's ein Pixel-Ruigi. Nicht in 1.0. Ja. Leider. Weil das wäre free money. Dafür hat 1.0 andere coole Clitches, die wir vielleicht noch irgendwann mit einbauen. Okay, dann gehe ich mal zu den Slots. So, jetzt hier. Einer der wenigen guten Tracks in Odyssey. Der Rest eignet sich nur gut als... Echt, findest du? Also, so eingängigen Tracks. Die, die andere Musik eignet sich gut als Video-Hintergrundmusik. So, vielleicht noch Forstland. Aber ich find, Odyssey hat den schwächsten Soundtrack von 3D-Marius. Ich liebe die Küstenlandmusik, weil das ist so eine richtig chillige Bossa-Nova-Mucke. Ja, aber das ist halt so Hintergrund-Mucke. Das ist nicht so, so, wo du... Keine Ahnung. Das ist... Aber ich find's super entspannt. Ja, verstehe ich. Okay, ich gehe jetzt zum Rooftop. Du hast... Bei der blauen Route hast du eine 1 einfach in der Mitte. Was ist denn das? Ja, das ist Rosalina und der Schlagzeuger. Ah, ah, okay. Kapiert. Ja. Okay, nice. Ich hab das Gefühl, das ist richtig gut getimt. Same. Also, mir fehlt tatsächlich nur noch der Raum mit den vielen Menschen. Genau, und ich gehe jetzt rüber auf diese Insel. Das ist... Das fühlt sich wirklich nach einem Speed-Journey. Das fühlt sich jetzt wirklich gut an, ja. Bist du geschminkt? Leider nicht. Ey, ich schminke mich manchmal, ne? Wenn ich so einen richtig widerlichen Pickel in der Fresse hab. Ich hab so einen Abschmink. Ich hab so eine hautfarbene Creme. Wenn ich so einen ultra widerlichen Pickel im Gesicht hab. Aber das kann ich voll verstehen. Also generell. Ja, aber ich mein... Weil ich hab letztens in so ein Video von vor zwei Jahren reingeguckt, Alter. Und ich war einfach so ein Inder. Kannst du ordentlich sehen, kannst du ordentlich sehen. Ja, ich sammle noch einen. Ich hatte immer so einen riesigen roten Punkt auf der Stirn. Und ich hab mir so... Alter. Das ist aber auch nervig. Das sieht einfach nicht geil aus in der Facecam. Nein, null. Ganz kurz. Ganz kurz. Hast du genug Münzen für Snow Kingdom? Weil ich hab genug Münzen für den Shop. Ich nicht. Ich nicht. Ich hab, glaub ich, gar kein Geld. Okay, dann geh ich Snow Kingdom. Okay. Ja, wollten wir doch sowieso machen, weil du einen Snowdram machen wolltest. Hoffentlich nicht. Also muss ich ja jetzt nicht mal machen, weil ich genug Geld habe. 27 Minuten. Das ist schon... Ich glaube, das ist gut. Also bei dem ersten Run wart ihr 10 Minuten schneller. Ja, ich wollt grad sagen. Egal, was wir machen. Beim letzten Mal war's besser. So. Oh, ich hätt fast Polarland ausgewählt. Holy... Alter, meine Muscle Memory bringt mich gerade um, ne? Naja. Circa 8 Minuten schneller als beim ersten Mal? Nee. Nee, glaub ich auch nicht. Also wenn das wahr wäre... Nein, wo sollen wir denn 8 Minuten raus? Nee, das ergibt mir gar keinen Sinn. Letztes Mal waren da nur 2 Minuten am Stehen. Okay. Was stand bei dir? Oh, schade. Okay, let's go. Uhu. Oh, ich muss den Fischclip machen. Da hab ich Bock drauf. Mal gucken, ob ich ihn verkacke. Der wird halt hier öfter, meine Macht immer... Also irgendwann ist der free. Ja, das schon. Aber ich hab trotzdem immer noch Angst reinzuklippen. Ja. Vor allem, wenn's um die Ehre geht. Ja. Ich hab 20 Sekunden schneller... Nein! Achso, 20 Sekunden schneller als Any% Weltrekord. Ah. Okay, das ist gut. Ihr seid 28 bei City raus. Nee, komm. Bruder, vertrau nicht auf den Chat. Vertrau auf das Genki-Dama in dir oder so. Also mein Gefühl sagt mir, wir sind 5 Minuten schneller. Boah, Polarland ist schon irgendwie... Schon sweet. Weißt du, wer auch auf sich selber vertraut? Lee Sin, das ist ein Champ aus League of Legends. Weißt du, dass es einem Victor in League of Legends gibt? Das muss ja heißen, dass ich das spielen soll. Seh ich auch so. Wobei der Champ kacke ist. Ich heiße ja auch Victor. Den solltest du nicht spielen. Der ist nicht so geil. Okay. Aber der hat einen coolen mechanischen Arm im Rücken und kann damit Laser feuern. Also irgendwie ist er doch ganz cool. Aber er ist nicht gut. Okay, sollte ich nicht spielen. Wenn ich dann wirklich League of Legends spiele. Richtig. Bei unserem ersten Spiel gemeinsam im Stream, ja. Was müsste ich als Wetteinsatz in irgendeine Wette reinwerfen, dass du als Gegeneinsatz du spielst eine Runde League mit mir machst? Nee, komm. Du kannst dir irgendwas aussuchen, was mich so richtig erniedrigt. Ja, ich überlege mir noch was. Ja. Mal schauen. Hättest du Lust, ein E-Sports-Team zu gründen? Eigentlich nicht so. Er hat mal schauen gesagt. Da habe ich gar nicht die Zeit für, um so ein E-Sports-Team zu managen. Das ist ultra teuer. Ich habe mich da auch mal mit ein bisschen befasst. Also auch wenn du nur einigermaßen ein professionelles E-Sports-Team machen willst, jetzt kein High-End, brauchst du auf jeden Fall sechsstellig, wenn du es richtig sick betreiben willst. Und das sechsstellig dann wieder über Sponsoren reinzubekommen. Holy shit. Viel Spaß. Gerade bei deutschem E-Sport. Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, ich habe gerade einen Mond bekommen. Ah, nee, ich habe nur gehört, wie du einen Mond eingesammelt hast. Okay. Gut, interessant, dass ich das auch hier höre. Oh, das läuft echt gut. Das läuft echt gut. Oh, das war knapp. Ich habe jetzt, ähm, mir fehlen noch drei Monde. Mir noch einer. Mir noch einer? Okay, krass. Okay, aber du musst ja sowieso noch einmal kurz zu mir. Ja, du musst auch zu mir. Du kannst ja gleich schon mal den Dragon machen. Yes. Okay, ich port mich jetzt zur Odyssey und dann fliege ich los. Mhm. Ja, ich bin schnell, aber schneller kann ich es leider nicht machen. Ich bin jetzt bei dieser, bei diesem Goomba-Raum. Ach, Bro. Monopoly spielen als Wetteinsatz. Nee, das ist, das steht in keinem Verhältnis, Alter. Nie wieder fast. Monopoly? Ich hasse Monopoly. Ich hasse Monopoly. Also, ich spiele lieber Monopoly als League of Legends. Ich hasse Monopoly. Ich habe einmal, ich habe gesagt, wenn ich 100k bei Charity mache, spiele ich Monopoly. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Stream so viel rumgeschrien wie in dem. Echt? Ich hasse Monopoly. Weil es so runter ist? Ich hasse Monopoly, wirklich. Es ist, ach. Warum? Weil ich, also, ich finde das Spielprinzip einfach beschissen. So, weil, weil, weil du, also, weil in den ersten, weil in den ersten drei bis vier Runden kaufst du so viele Straßen und dann, das ganze Spiel basiert nur darauf, wie viele Straßen du in den ersten Runden bekommen hast. So, das ist so, du spielst voll lang, aber nur ein ganz kleiner Teil der Zeit ist relevant. Okay. Ich mag, Mensch ärgere dich nicht nicht. Okay, das spiele ich sehr gerne. Weil es halt legit einfach nur Glück ist. Weißt du, bei Monopoly denken die Leute auch immer, die wären voll die Taktiker. Es ist genau so ein Drecks-Glücksspiel. Es ist so, ach. Und bei Mensch ärgere dich weiß jeder, es ist nur Glück, so. Da, da denkt gar keiner, es hat was mit Skill zu tun. Kann man Monopoly nicht Skill-Base spielen? Ein bisschen, mit Sicherheit. Weil ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben Monopoly gespielt, deswegen. Mit Sicherheit gibt es so Straßen, die sich mehr lohnen, so von der Wahrscheinlichkeit, wo du häufiger vorbeikommst oder so. Ich bin für die Odyssey. Ja, mach ich. Also, natürlich hat Monopoly einen höheren Skill-Faktor als mit Jarget ich nicht, aber er ist, glaube ich, immer noch viel geringer, als die Leute denken. Okay, warte mal, was passiert jetzt? Ich muss so Küstenlampen, du kannst schon mal den Drachen, ne? Genau, ich mach den Drachen jetzt, genau. Okay. Etwa eine Minute schneller. Ja, weißt du, hier werden permanent Zeiten reingespammt. Einfach Chat schließen. Ihr seid eh nix wert. Ich hatte wirklich mal so einen Mario Odyssey-Stream, wo wirklich der ganze Chat bei einer Mario Odyssey-Challenge provoziert hat und nicht gesagt habe, ey Leute, seid mir nicht böse, aber ich mach jetzt ohne Chat weiter. Und dann hatte ich wieder gute Laune. Übrigens, es kommt nicht Drache, jetzt kommt erst mal Lunchen. Stimmt. Ich mach grüne Rute, du machst blaue. Ja, ja, ich mach blau. Ich mach blau heute, Freunde. Aber meine Switch überhitzt nicht, Alter. Meine Switch regiert einfach wieder, es ist insane. Das ist so geil. Übrigens, wir müssen jetzt dann auch noch, äh, äh, kann ich hier schon mal teasen, ne? Es gucken ja ganz viele Odyssey-Fans zu. Wir machen bald Hide and Seek gegen die Franzosen. Aber gibt das schon irgendwie so einen Part-Termin? Nee, noch nicht. Ich hätte halt gesagt, wieder irgendeinen Donnerstag oder so, das hatten wir immer. Ja, lass auf jeden Fall vorbereiten diesmal. Ja. 34 Minuten langsamer. Die haben gegen die Amerikaner ziemlich arg gespielt. Man muss aber fairerweise sagen, die haben auch arg geübt. Die haben eine Woche gegen Small Ends Team, also nicht gegen die geübt, aber die haben untereinander eine Woche geübt. Ja, und die haben die Videos angeguckt. Also die haben alle Small End Videos studiert und alle Verstecke rausgesucht, wo die sich versteckt haben. Die haben das Tod ernst genommen. Aber vielleicht lachen die etwas mehr als die Amis. Ja. Ich glaube, die Amis haben kein einziges Mal gelacht oder fanden was lustig oder so. Die waren einfach nur gechillt. Die waren einfach nur gechillt. Nee, die waren einfach, die haben einfach Humor in der Früh einfach nicht zum Frühstück gegessen. Ja, Bro, aber wenn die um vier Uhr morgens, okay, so früh war es auch nicht. Oh, what the fuck? Ach, du hast ihn schon besiegt? Ja. Oh, ich dachte, Bro, wieso hält man auf einmal bei mir alles an? Hast du mich fast gekillt? Okay. Ich mache aber trotzdem den Sprung, einfach nur, weil ich es kann. Hübis Humor findet halt keiner witzig außer unsere Bubble. Ja, komm, Alter, aber ist ja egal. So, die hätten ja auch ein Teil unserer Bubble werden können, so. Hätten die. Ja. Oh nice, die Hotheads sind da. Finde ich gut. Finde ich gut. Oh, fuck. Hot, 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 hot. Das ist so krass. In meinen früheren Runs habe ich nie Backflips verwendet. Mittlerweile mache ich gefühlt für alles. Also, für alles, wo ich... Backflips. Ja, für alles, wo ich früher hier... Ding, Stampfattackensprünge gemacht habe, mache ich heute nur Backflips. Ich mache Spin Pounds. Let's go! Mein Kollege kann einfach Backflit. Okay. Jetzt kommt's... Ja, das wird, das wird, Freunde. Danke, Jackie, für deinen Sub. Sehr lieb. Dritter Monat. Noch neun mehr, dann bist du cool. Nur dann. Okay, ich bin jetzt gleich mit meiner Route durch, äh... Nice. Pass auf, ich mache den Story... Ich mache den Story-Abschnitt auf. Was meinst du mit Story-Abschnitt? Achso. Ich lege den Hebel um. Ich lege den Hebel um. Mach das. Weil ich bin sowieso hier oben. Das ist gut, das ist gut. Mir fehlt tatsächlich ein bisschen viel. Ja, das ist, weil du halt nochmal ins Wüstenland musst. Dadurch, dass das Wüstenland schneller ist, habe ich halt so einen riesen Vorsprung. Äh, 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 äh. Wüsten. Küsten. Nicht Wüsten. Pass auf, dann machen wir das so. Äh, dann rennen wir gleich schon mal zum Triple-Mond. Dann mache ich den Triple-Mond, ja, ja, ja. Okay. Geht das bei mir dann auch auf? Ich glaube schon, ja. Oh, bei mir ist es du. Nee, jetzt. Ach nee, jetzt. Jetzt, okay. Ich war grad voll verrückt. Alpha, danke dir. Okay, dann gönn dir den Triple-Mond, Bro. Mach ich. Und dann kannst du dich schon mal zur Odyssey porten. Mhm. So. Dann fehlt mir jetzt nur noch der Asoziale hinter dem Berg. Ja, der Asoziale hinter dem Berg. Eins, zwei, drei. Oh, du Hurenso. Entschuldigung. Was passiert? Ach so, so ein Pfannenbruder hat mich gehatet. Okay, ich teleportier mich schon mal zur Odyssey. Weil ich brauch kurz. Alles gut. All good. Warum hast du nicht den Cheesebolt Assault gemacht? Ja, warum hab ich den eigentlich nicht gemacht? Der hätte mir ja so viel gebracht in diesem Speedrun. Und zack. Und ich werde teleportiert. Wieso fehlt uns noch einer? Hä? Na, warte mal. Hast du die Fackel gemacht? Ja. Nee, wir haben alle, wir haben alle. Okay, okay. Das war nur die... Der hat grad die Animation gemacht, dass mehr Monde hinzugekommen sind. Aber eine hat gefehlt. Und ich so, hä? Weil das sind ja... Das ist ein Triple-Mond. Das ist ja kein Double-Mond. Okay, okay. Okay, oh. Jetzt kommt der Dragon. Den mach ich gar nicht. Ich warte dann einfach nur. Ja. Weil ich glaub, ich bin jetzt schon gleich da. Ja, ja. Gut, da mach ich schnell den Dragon. Wir sind echt gut. Loki, ich danke dir vielmals. Selbst wenn wir das hier nicht schaffen, ich glaub, der zweite Run wird's. Das Ding ist, sobald wir den Weltrekord haben, desto schneller kommen wir in die Kluft der Beschwörer. Oh, und Mecker. Mecker müssen wir hinbekommen. Oh, nee. Aber ich hab Bock. Ich hab Bock auf den Mecker. Ja, also ich hab ihn in letzter Zeit auch erstaunlich häufig hinbekommen. Aber ich hab nie das Gefühl, eine 100%-Quote hinzukriegen. Let's go. Mecker. Wir beten Richtung Mecker, dass wir es schaffen. Okay, let's go. Okay, dann sammle ich jetzt noch Cash ein. Wo ist hier Cash? Wart mal, ist da unten nicht Cash? Cash, Cash, money, money. Ja, hier ist Cash. Keine Ahnung, braucht man noch Cash? Nee, ne? Ich glaub nicht. Nee, ich glaub auch nicht. Im Bowser-Land maybe? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Okay. I wait. Wir sind 20 Sekunden. Langsamer, Bro. Wir waren 300 Mal besser als letztes Mal. Was für 20 Sekunden. Also anscheinend hatten wir den besten Run unseres Lebens, als wir das hier zum ersten Mal gemacht haben. Wir haben einfach... Wir waren unbewusst auf Weltrekordkurs. Ja. Das ist wirklich so. Aber unironisch. Ist voll nervig, dass du jetzt hier warten musst. Danke, Impi. Dass man da auch nichts machen kann, weißt du? Auch du. Dass man nicht einfach weiterreißen kann. Das ist auch... Also ich entspann mich gerne so. Oh nein, dein Kreisel hat mich verletzt. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich hab's gehört. Oh nein. Du hattest nochmal getroffen, Bruder. Ja, ja, Bro. Ich sterbe. Spaß. Und das war's. Aber ich muss den Triplemon noch einsammeln. In 5 Minuten werdet ihr 10 Minuten langsamer sein. Das ist so richtig spezifisch. Und ich hab den Bruder eingesammelt. Yes. Wurdest du schon teleportiert? Ich bin... Ich habe eingezahlt. Okay, dann... Pass auf. Ich sammle jetzt die Storymonde und mach den Mecker. Das Ding ist, wir müssen eigentlich die Storymonde abwechselnd machen. Weil einer hat immer die lange Animation und der andere kann losdüsen. Ich glaub... Wie haben wir das nochmal gemacht bei den Brutal Fights? Einer muss beide machen. Einer muss beide machen. Scheiße. Ich dachte, wir können das irgendwie... Nee, leider nicht. Aber ich kann mich irgendwie erinnern, dass du einen bekämpft hast und dann ging wirklich so eine Statue kaputt bei mir. Hm. Aber vielleicht ist es ja auch Cap. Keine Ahnung. Ja. Okay, jetzt müssen wir einfach nur Glück haben. Jetzt... Bausand, wir müssen jetzt einfach ein bisschen improvisieren. Ja. Ja. Aber zum Glück haben wir nicht mehr diese ekelhaften Ladezeiten, ey. Ja, es ist... Ey, ich bin so happy, dass meine Switch wieder geht, weil... Das wäre echt kacke gewesen. Ich hätte echt keinen Bock gehabt, eine neue Switch zu kaufen. Hm. Und jetzt für 30 Euro? Easy repariert. Popelkix, danke für deinen giftigen Zap an Vic vor Kluft. Let's go. Vic vor Kluft? Ja, Kluft, der Beschwörer, Bruder. Oh, auf einmal bewegt sich etwas. Ach so, das passt du. Der Account wurde heute erstellt. Ach echt? Ich dachte, es gibt mindestens einen Twitch-User, der Vic vor Kluft heißt. Das ist ja verrückt, dass der extra heute erstellt wurde. Justin, hast du dir das erstellt? Ich gehe schon mal nach vorne. Ah ja, ich sehe dich. Wer sammelt den nächsten ein? Pass auf. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ich glaube, ich mache den Story-Mond. Ich mache den Story-Mond. Okay, dann... Ich stecke den Lörriss rein. Okay, alles klar. Aua. Passt schon. Ah, Bro, hört doch auf. Oh mein Gott, warte mal. Sehr geil. Muss ich ihn einsammeln oder ist er auch bei dir? Nee, nee, kannst du... Aber ich kann den auf dem Dach noch einsammeln. Let's go. Okay, dann gönn ihn dir schon mal. Ah ja, jetzt geht's auf. Ryan, vielen, vielen Dank. Warte mal, welcher Ryan? Ryan Jan-Nru. Okay, okay. Ich dachte, ich habe auch einen Ryan. Und der ist auch lullsüchtig. Ich dachte, die machen jetzt auch Scheiße bei dir. Okay, ich bin einen Tick vor dir. Dann mache ich die Hasen. Oder nee. Hast du den auf dem Dach gemacht? Äh, ja, habe ich, habe ich. Okay, perfect. Oh boy, ich muss Topper hinkriegen. Aber über den habe ich letztens was gelernt. Ich glaube, den müsste ich jetzt besser hinbekommen. Schauen wir mal. Muss man wirklich... Muss wirklich einer beide machen? Ja. Okay, pass auf. Ich lasse dich mal beide machen. Aber ich gucke mal, ob bei mir die Statue trotzdem kaputt geht. Das würde mich interessieren. Weil ich glaube schon... Ja, die Statue geht kaputt. Aber ich glaube, trotzdem wird es nicht erkannt. Oh oh. Jetzt. Mal gucken, ob die Statue bei mir kaputt geht. Nee, wird nicht... Okay, geht nicht kaputt. Dann musst du beide machen. Shit. Dann kannst du da echt losdüßen. Ja, aber du machst eh den Mecha-Fight. Also passt das. Ja. Ja, das passt. Und kommt eigentlich noch ein Story-Mode ab hier? Oder nur noch Mecha? Nee, nur noch Mecha dann. Okay. Boah, ich fühle mich hier so richtig... Keine Ahnung. Ich stehe hier so vor diesem Tor und denke mir so... Boah. Ja, ich stehe... Als ob dieser große... Als ob dieser große Moment jetzt... Ja, ich stehe in diesem Fight und kacke rein. Aber das ist kein Problem. Der zweite... Wir brauchen ja noch Timesafe für den zweiten Run. Ja. Knappe 2,5 Minuten vorne zum Singleplayer-Weltrekord. Das ist krass. Jetzt läuft's weiter. Okay. Was sagt das Sub-Alert eigentlich? Äh... Du bist Jif. Jif? Jif. Was ist Jif? Das habe ich mich auch gefragt. Früher haben die Leute mal gefragt, bist du eigentlich JF? Und die meinen Jungfrau. Aber ich habe nicht kapiert, was sie wollen. Und ich war immer so, hä, Jif? Was ist Jif? Freunde, was meint ihr? Hat das mit Cannabis zu tun? Aber ich habe nicht kapiert, was die Leute von mir wollen. So, bist du JF? Hä, ich habe das auch noch nie gehört, dass JF Jungfrau heißt. Ja, doch, doch. Aber ich habe halt auch mit acht Jahren schon gebumst. So, deswegen war das nie ein Thema für mich. Spaß. Ah, perfekt. Okay, let's go! Mecca, ich komme! Huh! Ja, okay, dann kann ich jetzt eigentlich zur Odyssey gehen und warten, ne? Ja. Oder du machst ihn auch, falls ich verkacke. Ja, aber dann bin ich stuck, wenn du ihn geschafft hast. Ich kann nicht schneller los. Wir sparen uns, wir sparen uns. Ne, ich vertraue, Bruder. Ich gehe jetzt zurück und warte. Ein Kliff vertrauen, Bro. Bei JF denke ich irgendwie an John F. Kennedy. Es gibt von Kai Z so eine richtig eklige John F. Kennedy-Line, aber ich glaube, die kann ich auf Twitch nicht bringen. Kennt jemand die? Kennt jemand die Kai Z-Line von John F. Kennedy? Ne, ne, ich will auch keinen Bann riskieren. Vor allem würde dein Vic auch gebannt werden. Man merkt, dass Vic gerade den Kampf macht, weil er nicht redet. Ich lese mir jetzt erstmal ein paar Subs vor. Meine! Danke dir für deinen 13. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich bin auch Everyday, Every Night, Jiff. Ja, natürlich. Noah, danke dir auch für den 19. Prime. Vielen Dank. Und Jonas, nie mit dem 14. Oh, ich bin fast runtergefallen, aber nur fast. Alter, GG. Ja, Juizumi, kennst du. Nein, ich bin, oh mein Gott. Fuck, ich bin runtergefallen. Kein Problem. Timesafe fürs zweite Mal. Weißt du, wie du da hochkommst mit dem Vogel? Ja, ja. Scheiße, 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 unnötig. Okay, beim nächsten Mal warte ich auf die, es gibt so ein schnelleres Ding, als auf diese fünf Schritte zu warten, aber ich glaube, ich warte lieber auf die fünf Schritte. Ach, du hast das schnell, das kenne ich. Da falle ich aber auf, da habe ich eine 50-50-Quote. Yo, Max, danke dir auch für dein frisches T1-Sub. Was geht? Boah, ich verliere so viel Zeit hier. Timesafe fürs zweite Mal. Aber okay, bei dem ersten Run haben wir ja auch so ein bisschen verkackt. Oh, ich habe noch gar keine Insta-Story für den Stream gemacht. Warte mal, ich habe ihn nicht besiegt? Hä, es fehlt noch einer? Nein, ich dachte, das wäre es. Was fehlt noch einer? Es, ach. Bro, ich war mir so sicher, ich habe heute nicht einmal verkackt beim Üben. Und jetzt verkacke ich den beim Run. Das ist so typisch. Es ist so ein typischer, normalerweise passiert mir das nie, Moment. Ja. Ach, ist das dumm. Egal, lass den Run zu Ende machen und beim zweiten einfach rasieren. Wenn du einfach den Stock... Jetzt sind wir... Ja? Jetzt sind wir drin. Ja. Wenn du einfach den Stock präsentieren willst, aber nur die Peitsche dabei hast. Bro, ich mache den ja zwei Minuten länger oder so als normalerweise. Das ist so traurig. Bro, wirf doch mit den Bomben. Wie lange willst du denn noch laufen? Dankeschön. Okay, ich habe ihn besiegt. Shit. Ja, wir haben jetzt noch knapp sieben Minuten, um das durchzuspielen. Aber actually, ihr WR ist bei 52 Minuten Bowser raus, for real? Also, ich muss sagen, trotzdem, dadurch, dass ich jetzt komplett verkackt habe, waren wir echt nicht schlecht. Weil überleg mal, wir haben jetzt noch knapp sieben Minuten Zeit hier, um das zu schaffen. Ja, ja. Okay, ich habe ihn eingesammelt. Ich glaube, du kannst schon dein Ding machen, Bro. Ich bring es zu Ende, meinst du? Ja, bring es zu Ende für uns. Boah, Freunde, unser großer Moment. Unser Moment to shine. Wie du da stehst, wie eine Statue bei mir. Ich bin ready. Ich bin ready, abzuflyen. Ich glaube, das wird so ein Ding, wo wir sagen, boah, war das knapp. Wenn ich den Wecker nicht verkackt hätte, hätten wir es einfach geschafft. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie lange das Mondland dauert. Was ist der Rekord? Äh, 56, 55. Okay, ich habe jetzt sechseinhalb Minuten. Also, actually, könntest du das noch schaffen. Ich weiß nicht, wie lange meine durchschnittliche Mondlandzeit ist. Also, du brauchst eigentlich nur noch so fünf Minuten nach Bowserland. Also, vier, fünf Minuten. Schauen wir mal. Also, in der Theorie ist das möglich. Wenn du einen Mondskip nicht verkackst, Bowser machst und die Flucht nicht verkackst, dann ist das möglich. Also, jetzt sogar noch. Aber no pressure. No. Du kleiner, du kleiner Sohn eines Freudenmädchens. Das Ding ist, man will halt auf dem Mond immer so Gas geben und so richtig so, ja man, fuck, fuck, Finale, Finale. Und mit dieser Schwerkraft ist es einfach so, yeah, auf ins Finale. Also, ich sehe dich da hinten. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber ey, für den ersten Run war das echt gut. Also, wir müssen nur, ich glaube, Wüstenland sammle ich ein, zwei Monate mehr ein. Und, ja, Seeland habe ich verkackt. Irgendwo, irgendwo wollten wir doch noch was anfassen. Und die, äh, du hast so die Brutals in Bowser Kingdom ein bisschen verkackt und ich habe den Mech komplett verkackt. Also, komm, ich wäre, hätten wir es einfach geschafft. Also, wenn nur eine Sache davon nicht wäre, hätten wir es geschafft. Ah, du bist hier, was geht? Was geht? Jetzt. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe. Ja, ich habe es geschafft, nice. Ich habe den ersten Trial verkackt. Ich bin genau hinter dir, Bro. Ich glaube, Schimtex ist oben auf der Säule, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, ist er. Das fand ich auch so geil, ne? Diese Schimtex auf der Säule versteckt war das Einzige, was wir von den Amis hatten. Und als wir Mondland gespielt hatten, war da wirklich jemand. Das war crappy, ne? Ja, also, ein Versteck hatten wir so und das hat einfach funktioniert so. Okay, Alter, ich verkack hardcore. Du bist sogar actually schneller als ich. Ich hatte einen Job und ich habe versagt. Wir haben noch drei Minuten, wir haben über drei Minuten noch, um das hier einfach zu schaffen. Easy. Alter, das ist actually sauknapp, Bro. Wir könnten das schaffen. Dieser Kampf geht eine Minute oder so. Ja, vor allem mit diesem äußerst gefährlichen Feuer. Ja, boah, ich habe so Angst. Also, deshalb frage ich mich auf, was ich da bei der Hitbox gedacht habe. Nein, Alter, ich bin so schlecht. Ich bin so fett. Okay, ich würde sagen, meine Zeit zählt. Also, to be fair so. Also, ich habe... Nein, Alter, ich bin... Alter, das ist der desaströseste Bowser-Kampf meines Lebens. Gleich fertig. Jetzt fehlen nur noch einmal boxen. Ich habe meine Ulti noch nicht. Okay, Bowser, bist du jetzt auch mal fertig? Ich habe nicht mehr so viel. Ich habe noch zwei Minuten. Knapp über zwei Minuten. Und die Flucht geht ungefähr eine Minute. Ein bisschen drüber. Oh, das sieht gut aus. Es wird zu knapp, Leute. Es wird viel zu knapp. Und Bowser ist besiegt. Schnell Flucht. Schnell Flucht. Stimmt, wir könnten unsere Durchschnittszeit nehmen. Das wäre auch was. Okay. Go, 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 go. Okay. Timeout für Shadow 8M. Das wird zu knapp. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Der Mecker war es. Der Mecker. Aber krass. Also, weißt du, was mich freut? Dass wir es easy schaffen können. Zu sehen, dass wir es easy schaffen können, wenn wir nicht diese ultra gravierenden Fehler machen. Das ist so geil. Das zu wissen. Ich will unsere... Eigentlich will ich jetzt schon den zweiten Run machen. Ja. Den ersten ganzen Ende bringen, aber ja. Ich habe noch eine Minute, Bro. Ich bin fast beim Ziel. Ja, ich bin auch da. Aber lass, selbst wenn wir es schaffen, trotzdem nochmal einen Run machen. Ja, safe, safe. Ich verkack ein bisschen die 2D-Passage. Aber nur minimal. Ich bin jetzt eine 2D-Passage. Okay. Ja, das wird nichts. Schade eigentlich. 56, 28. Und ich bin im allerletzten Raum. Ich bin im allerletzten Raum, Bro. Ja, aber dann ist doch gut. Dann haben wir noch einen Anreiz für den zweiten Run. Das wäre ja langweilig, wenn wir es jetzt schon geschafft hätten. Das stimmt. Aber krass. Ich habe mit Absicht den Bowser-Kampf verkackt. So, damit wir halt noch für Content. Schön zu sehen, dass es für uns möglich ist. Mit dem Plan. Mit der Kraft der Freundschaftsweg können wir alles schaffen. Auf jeden. So, jetzt hat das Singleplayer-Weltrekord-Typ es geschafft. Bruder, belastend. Und ich bin bei der letzten Säule. Ich bin jetzt bei der Mitte. Ich mache das jetzt kaputt. Ich bin jetzt bei der zweiten Säule. Das sind 30 Sekunden Unterschied oder so. Easy. Das ist so machbar für uns. Real Talk. Okay. Ich kann Ride schon mal anrufen, dass wir uns für E-Sports anmelden können. 57, 30. Einfach 35 Sekunden zu langsam. Boah. Krass. Das, ey. Auch wenn wir verkackt, in Anführungsstrichen, verkackt haben. Das freut mich trotzdem mega. Weil wir haben so viele Fehler gemacht. Wir haben insane viele Fehler gemacht. Ja. Also wir können zum Beispiel Wüstland noch mal ganz anders machen. Viel, viel schneller. Ja. Ja. Ja, nein. Einfach keine Fehler machen. So. So ist alles. Ja, aber die Sache ist, wir können das wirklich so machen, dass ich diesen Clip nicht machen muss. Ja. Ja, ja. Das machen wir. Krass. Aber Shadow, ich danke dir natürlich trotzdem. Shadow, ich danke dir trotzdem für deinen Sub. Auch wenn deine Sub-Nachricht mich getriggert hat. Aber das war so ein freundschaftlicher Timeout. Wenn ihr den Rekord wirklich holen solltet, den zweiten Run, werdet ihr dann einreichen. Ich glaube, da gibt es nichts zum Einreichen, weil es gibt die Kategorien nicht, die wir machen. Wir machen die Kategorie und haben dann den Weltrekord. Nee, es gibt Co-Op-Runs. Nee, es gibt Co-Op-Runs. Also theoretisch? Nein, es gibt Co-Op-Runs. Das haben schon Speedrunner zusammen gemacht. Die stampfen uns den Grund und Boden. Lieber nicht einreichen. Okay, was ist denn... Auf welchem Platz wären wir mit 57, 30? Aber ist das zweit oder auch mit mehreren Leuten? Ach so, so allgemein meinst du Online-Modus? Ja, also Co-Op-Speedruns. 45 Minuten, sagt bei mir jemand. 10 von 11 wert hier. Also wir wären einfach... Guck mal, wir wären Top 10, Bro. Nicht mal letzter, ja, Top 10. Easy. 10 von 11. 45 ist Weltrekord. Krass. Ja gut, aber das haben so zwei Cracks gemacht. All right. Okay, lass uns mal kurz überlegen, was wir anders machen wollen. Also im Sandland sammle ich zwei Monde mehr. Dann kannst du dir den Clip sparen. Ja, welche Monde sammelst du? Die Kiste. Die Kiste. Und dann noch zum Taxi hoch. Oder halt da bei der umgedrehten Pyramide, einfach im Sand da. Ganz oben. Ja. Weißt du was? Ich hab grad ne Idee. Ich werd eh bei der Kiste sein, wo ich den Clip gemacht hätte. Ah ja, dann machst du die Kiste. Dann mach ich einfach die Kiste. Und ich düse hoch, ja. Und du düst einfach, nachdem du genau unten die Kiste gemacht hast, wo man mit dem Kugel Willi durchbrettern muss, einfach straight up nach oben. Okay. Oder in den Treibstand. Was glaubst du, ist schneller? Direkt in den Treibstand springen? Ich glaub, ne, ich glaub nach oben, nach oben. Nach oben? Okay. Und du kannst theoretisch, falls uns einer fehlt, ich bin mir nicht sicher, wenn du eh bei der Kiste bist, kannst du theoretisch den Kugel Willi nehmen und auf die Säule hinterfliegen, falls uns noch was fehlen sollte. Stimmt, stimmt, das merke ich mir. Also, falls ich die Seed verkacken sollte, dann pflege ich mir eine Kugel Willi. Genau, also Sandland ist easy. Genau, und dann, was wollten wir noch anpassen? Lost, genau. Bei Lost, der, der als erstes fertig ist, hüpft unter die Brücke. Mhm. Und ansonsten... Hatten wir bei... Bei Wodet war eigentlich perfekt. Wodet war sehr gut, ja. Da haben wir nur Zeit verloren, weil ich im Sea, im Lake Kingdom verkackt hab. Ansonsten wären wir da ziemlich gleich. Ja, Bruder, dann... Wodet war geil? Dann direkt vorbereiten. Können wir bei Metro Kingdom noch irgendwas ändern? Das lief eigentlich auch perfekt. Metro lief auch, das lief Bombe. Ja. Obwohl, du kannst direkt noch in den Shop gehen, du bist, du wolltest den Mond im Rathaus machen und warst dann nicht da und... Ja, ja, aber ich hab dann, ja, okay, vielleicht schaff ich das diesmal mit dem Shop in Night. Ja. Aber dadurch, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, bin ich in Slots gegangen. Das ging auch ultra schnell. Das war eh auf meinem Weg. Ja. Und dann hab... Also da war jetzt nicht so... Da haben wir jetzt nicht wirklich viel Zeit verloren. Und bei Lunchen haben wir das eigentlich saugut gelöst, indem ich zu dir gesagt hab, ja, hol du schon mal den Triple Mond. Ja, ja. Und ich hol noch mal dir auf den Weg, dann waren wir auch ungefähr zeitgleich fertig. Ja, sehr gut. Also eigentlich haben wir alles gut gemacht. Wir müssen einfach nur Bowser's Kingdom nicht verkacken. Das ist alles. Okay, pass auf, dann hüpfe ich kurz auf die Toilette und dann schallern wir instant in den zweiten rein. Ich würde nur ganz kurz, während du auf Klo bist, einmal gegen den Mecker kämpfen. Okay, Bruder. Um reinzukommen. Dann mach ich einfach eine richtig entspannte Sitzung. Perfekt. Bis gleich. Bis gleich. Chat, ich zeig euch eine Katze. Wollt ihr mal eine echte Katze sehen? Wollt ihr mal einen echten Hasen sehen? Ich muss eigentlich auch pissen, aber das mach ich, nachdem ich den besiegt hab. Okay. Oh. Roll Cancel hat nicht funktioniert. Ups. Okay. Hubelator hat geschrieben, kannst du mal auf Twitter gucken? Wenn Hubelator das schreibt, der hat sehr viel Plan von Mario Odyssey. Ich guck da gleich mal rein. Vielleicht hat er irgendwie einen Tipp für uns, was man noch besser machen könnte. Aber erst mach ich den Mecker. Ich glaub, ich mach das sicherheitshalber mit den fünf Schritten. Okay. Aber ich will nicht wieder runterfallen wegen so nem Quatsch. Komm schon. Komm schon. So. Kennt ihr den Motorola-Clip in Metro? Die Sache ist, jetzt irgendwelche neuen Clips zu lernen. Dafür haben wir leider nicht so Zeit. Also doch, den kenn ich. Aber der ist halt nicht so safe, wenn man den nicht so gut kann. Weil ich hab den auch ein paar Mal probiert und ich hab ein bisschen länger gebraucht, tatsächlich. So. Und dann springen wir jetzt. Genau. So geht's ja auch. Und ich glaub, es ist besser, wenn ich's so mache. Weil dann schaff ich halt safe den Mecker. Da muss ich einfach nur noch hier rauf springen und guck mal, wie schnell das jetzt ging. Einfach eins bis zwei Minuten schneller oder so. Mach mal so. Mach mal so. All right. Jetzt ist wohl die Frage, soll ich das Sicherheitshabe nochmal machen? Nee. Juckt. Juckt. So. Und dann, je nachdem, wer die Brudel, also eigentlich muss Hübi die Brudels machen. Wenn er die nicht verkackt und ich den nicht verkacke, dann ist das schon wieder fast safe mit dem World Record. Also, wenn wir bis zu diesem Punkt vernünftig gespielt haben. Versteht sich. Genau. Es ist einfach nur Druck, wenn's zur Sache geht. Dein Kater streamt gerade. Nice. Geh mal auf Dylan, also auf seinen Chat und sag, yo, Vic streamt gerade. Ich bin wieder back im Business. Was geht? Okay. Weißt du was? Ich geh auch pissen. Bis gleich. Das fällt dir jetzt ein. Ja, Bro. Nee. Ich hab doch gesagt, ich will noch den Mecker machen. Ach so. Okay, okay. Alles gut. Ich hab das diesmal mit den fünf Schritten gemacht und jetzt ist gar kein Problem. Ich wünsche dir einen guten Flow. Danke, Bro. Der Mecker. Ach, ich hasse den Mecker. Ich hasse auch nur den Mecker bei dem Speedrun. So, dann. B. Warte mal, Uhrzeit hier. Glückwunsch. Sim, danke dir. So. Ah, jetzt können wir. Ah, jetzt. Ich mach jetzt Vic's Chat auf. So, Vic's Community. Vic'ser. Nee, ihr habt mir mal gesagt, was eure Community war. Ich weiß es leider nicht mehr. Euer Community-Name. Warte, ich mach euren Chat auf. So. Ihr seht uns zwar nicht, aber ich seh euch. So. Okay. Erzählt mir ein schmutziges Geheimnis von Vic. Wie geht's euch? Jiffer? Seid ihr alle noch Jungfrauen? Oder nur junge Frauen? Wenn ihr junge Frauen seid, könnt ihr auch in die Insta-DMs leiden. Spaß beiseite. Ich bin 30. What the fuck do you mean? Oh, Entschuldigung. Aber hey. Also ich find mit 30 sind wir immer noch Jung. So, man ist halt so, man ist halt so ein bisschen so, also so Milf-Jung. Verstehst du, was ich mein? so erwachsen, aber eigentlich immer noch so jung. Also ich glaub, mit, mit, mit 45 wird's dann langsam schwierig, sich noch Jung zu, zu bezeichnen. Nehmt ihr beim zweiten Run die langsamste Zeit? Müssen wir mal gucken, Kiki. Ich werde am Sonntag 25 und hab mir heute zwei Knochen im Sprunggelenk gebrochen und mein Band zerfetzt. Das klingt nicht so gut, Meister. Aber gute Wässerung. Ich feiere deine Lache. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Wexdunkes das Geheimnis ist, dass er hinter der Trennwand ein Bett hat. Ja, die Trennwand ist eh übel der Scam, ne? Das wirkt so, als ob man in irgendeinem krassen Studio sitzt. Na, da hat er einfach so Papierwände stehen. Eigentlich voll smart, aber eigentlich auch voll der Scam. Hattest du schon mal einen Wadenkrampf? Ja. Und immer nur nachts, wenn ich schlafe. Und dann wacht man einfach irgendwann mitten in der Nacht auf. Irgendwann nachts um vier und deine Wade stirbt einfach. Alter, he's back in business. Wette, wenn dir den Singleplayer-Weltrekord jetzt nicht knackt, muss Wix sich in die Kluft stürzen. Du schreibst sogar Wix, Chat. Ist das so? Ja. Ah. Sag mal, wenn du Sonnenbrille trägst, muss ich dann ja auch Sonnenbrille tragen? Ja. Okay. Und für die Coolness, damit wir das auch gemeinsam schaffen. Ich glaube, ich glaube, nur so können wir das gemeinsam schaffen. Ich, 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 ich habe denke, ich... Du hast diese Brutus auch nicht besiegt, nur weil du keine Sonnenbrille getragen hast. Ich trage jetzt den ganzen Run lang Sonnenbrille. Okay, perfekt. Ich hoffe, das ist aber keine Sonnenbrille, wo du viel dunkler siehst, weil bei meiner siehst du eigentlich fast gleich hell. Ne, es ist so eine Wicked-Brille. Kennst du, kennst du den Emote Wicked? Ja. Exakt die Brille ist das. Oh. Der habe ich mir extra deswegen gekauft. Habst du schon mal einen Wadenkrampf? Ich glaube schon. Bin mir nicht sicher, aber ich denke schon. Man hat doch bestimmt irgendwann mal einen Wadenkrampf. Viel zu häufig, Bruder. Viel zu häufig. Okay, ich bin jetzt bei einem Screen. Okay. Man auswählt. Du, du, ich stelle noch kurz die Zeit. Du musst mir sagen, weil ich runterzählen darf. Äh, 1 Uhr 53 war das, ne? Okay. Ja. Du kannst runterzählen. Warte. Okay, ich zähle von 4. Weil vorhin hast du, warst du ein bisschen zu langsam. Ja, ja. Und vorhin habe ich verkackt. Ich mache 5, 4, 3, 2, 1 und dann go. Hm? Okay, ready? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Perfekt. Diesmal hat es perfekt funktioniert. Wunderbar. Warum macht ihr kein Squat-Scream? Aha, witzig, weil ich kein Partner bin, deswegen. Seit wann haben wir White Wicked? Das haben wir schon immer, ne? Es wird doch in meinem Chat angezeigt. Verrückt. Habt ihr schon einen Teamnamen? Nein. Ach, Jubilator hat geschrieben, guck mal auf Twitter, wenn du Zeit hast, aber jetzt ist ein bisschen, ich wollte tatsächlich gucken, weil das ist so ein Mario Odyssey Trickjumper und der hat wahrscheinlich einen ultra heftigen Tipp für uns, aber jetzt haben wir keine Zeit. Tschüss. Jetzt liegt ihr schon mittendrin. Let's go. Mit Spin Pound. Ich hab, ich hab, du hast mich ge-eatet. Ja, ich dachte aber, ich dachte, ich wäre du, ich dachte, du hast mich ge-eatet. Ich war auch erst voll verwirrt. Kein Problem. Kriegen wir hin. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Hybi, wann 345. Anfrage? Übermorgen. No, ich bin gebombt. Bro, wo sind wir? Was ist passiert? Du bist so ganz oben. Ich hebe ab. So, rein in die Masse. Welches Paper Mario ist besser? Sticker Star oder Color Splash? Boah, das ist fies. Weil ich glaub, eigentlich würde ich sagen, Color Splash, aber Sticker Star ist für mich ne übelste Nostalgie-Bombe. Also, es ist so Nostalgie gegen, gegen, wie soll ich sagen? Äh, gegen, gegen besseres Gameplay so. Aber was ist so dein Lieblings Paper Mario? Sticker Star. Generell? Echt jetzt? Ja. Also, aber, die Frage nach dem Lieblingsspiel ist halt immer so, wie viel Nostalgie darf mit rein so, ne? Nostal-Bombe. Also würdest du sagen, du bewährst es nur nach Nostalgie? Also ja, ja, schon. Okay, krass. Ist aber dann schon ein bisschen verzerrt an die Wahrnehmung. Ja. Ich sag mal, ich sag auch, dass Mario 64 mein Lieblingsspiel ist, aber Odyssey ist faktisch besser. so, also. Ich habe es geschafft, diesen Brudel. Ich auch. Nicht perfekt zu machen. Ich auch. Egal. Die erste Run ist immer so richtig gut und danach kommen die ganzen Schlechten. Aber ich glaube, mit der Seed kriegen wir das trotzdem hin. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt rein faktisch die Paper Mario's bewerten würde, oder wenn ich jetzt für mich persönlich nach den besten Gameplay-Elementen gehe und so. Boah, ist das schwer. Origami King ist es nicht, weil ich hasse das Kampfsystem. Okay. Ich finde Origami King übertrieben geil, aber das Kampfsystem, ich werde nicht warm damit. Ich glaube... Soll ich den im Stein machen, oder willst du? Du bist schneller, also machst du den im Stein. Okay. Ich glaube, entweder Super Paper Mario PM3 oder Color Splash PM5. Kannst du zufällig den... Also aus dem Wasser da hoch? Nee, ich port mich einfach zum Checkpoint, sobald du eingesammelt hast. Okay, alles klar. Hab eingesammelt. Okay. Ich glaube, PM3 oder Color Splash. Also PM3 oder PM5. Würde ich sagen. Das Ding ist, ich verstehe, warum die Leute sagen, Paper Mario 2 Beste. Und ich finde es auch geil. Okay, danke schön. Aber ich habe die... Die 100% in Paper Mario 2 haben mich gebrochen. Es hat einfach gar keinen Spaß. Nein, was im Paper Mario 2 läufst du tausendmal den gleichen Weg. Also ich glaube, du läufst allein schon sechsmal vom Horrordorf zur Villa und von der Villa zurück zum Horrordorf. Ey, machst du den T-Rex oder soll ich? ich mache ihn. Okay. Dann hole ich mir den Mond in der Wand. Apple Music oder Spotify? MP3s, Bruder. MP3s. Okay, let's go. Was soll ich so lange machen? Soll ich, äh... Münzen sammeln. Münzen sammeln. Aber es gibt nicht viele. Also es gibt bei der Odyssey den Busch, da kommt ein großer Münzstapel raus. Und ansonsten sind in den Büschen nur so einer Münzen, aber mehr nicht. Aber jetzt haben wir... Ich hole mir einfach... Oh, was mache ich? Oh, okay, alles gut. Okay. Please, please. Danke. Ich habe mir jetzt den Stack geholt. Aber jetzt haben wir doch verdrehte Rollen. Aber dann... Aber wir müssen es irgendwie wieder hinkriegen, dass wir die Rollen von vorne hin bekommen. Ah, passt schon. Also das... Okay. Das geht sich trotzdem auf den Wüstenkingdom. Genau, aber dann bist du jetzt so ein Tick schneller als ich in der Wüste. Das heißt, du musst mehr Monde einsammeln. Aber das ist okay, weil ich habe eh die längere Route sozusagen. Also eigentlich passt das sogar besser. Und es ist gut, wenn ich auch zuerst zu Wüstenking... Weil ich habe die Seed ein. Ich muss schnell zu Wüstenking... Stimmt, ja. True, true. Ja, Paper Mario 1 muss ich tatsächlich noch spielen. Aber da gibt es gerade ein richtig krasses HD-Texture-Pack, an dem gearbeitet wird. Auf das warte ich noch. Wobei das schon weitestgehend spielbar ist. Ey, eigentlich passt das gerade richtig gut, dass du den gemacht hast. Okay. Das ist sauwichtig wegen der Seed. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen verkackt. Deswegen hat sich das jetzt alles wieder ausgeglichen. Ja, wunderbar. Weil ich muss ja in den ersten 10 Minuten dieses Seed einwerfen. Und ich reise jetzt schon zu... Wüstenland. Let's go! Boah, ich glaube, ich bin sogar viel zu früh in Wüstenland. aber ist geil, ist geil. Ist halt mega stark für die Seed. Ja, aber ein Disconnect wäre schon ärgerlich, wenn man die sieht. Wird nicht passieren. Hoffe ich. Also, ich habe zum Glück nicht mehr das Crap-Internet von damals. Nee, das war auf die Seed und die Seed. Verstehst du? Die Doppeldeutlichkeit? Ja. War fast witzig. Ach komm, schau! Die hättest du mir gönnen können. Okay, der Seed ist drin. Ich komme in den Vogel. Käppi. Dita-sita-ribatu. Sita-ribatu. 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 Was ist das für eine Sprache, Alter? Die andere Version fand ich auch geil. Oh, die habe ich gar nicht im Kopf. Also, ich fand also, ich fand Nr. Uno echt gut. Also, echt gut. Also, der Beat hat halt geknallt und sein Rap war okay. So. Also, der Rap hat jetzt den Song nicht versaut. So. Aber der Beat war halt übertrieben geil. Dieser spanische Gitarrenbeat. Holy shit, was war das für ein Beat, Mann. Und, äh, ich glaube, Baba Wagen fand ich auch geil. Ich meine, Baba Wagen ist ja... Ja, er hat schon auf jeden Fall Ohrbömer gemacht. Ja, also, Baba Wagen ist zwar geklaut, also, halt, es ist halt... Baba Wagen von Döderbund Ali muss man an der Stelle wissen. Aber, aber es klingt halt trotzdem cool. Also, selbst wenn man samplet, muss man es halt immer noch gut umsetzen. Also, er hatte schon... Und da hat er noch irgend so ein Afro-Trap-Ding. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Äh. Das war, das war okay. Also, ich habe es mir nicht mehrfach angehört, aber ich habe beim Hören jetzt nicht gecringed oder so. Ey, das Movement ist jetzt definitiv besser. Ich brauche nur noch drei. Ja, okay. Bei mir läuft noch nicht so. Aber ich mache doch den Clip. Ich überlege, ob ich vielleicht doch den Clip mache. Ja. Obwohl, nee, es läuft. Pass auf. Ich brauche noch zwei Monde. Noch zwei. Okay. Okay. Okay, dann mache ich den in der Kiste und den hinten, oder? Ohne Clip? Pass auf. Ich habe jetzt... Warte, jetzt habe ich den. Okay, und jetzt hole ich noch einen. Okay. Okay, dann mache ich den Clip nicht. Okay. Dann hole ich den hinten, oder holst du den hinten? Holst du den hinten am besten? Okay. Dann kannst du ihn zur Odyssey. Ja, ich muss selber noch einen holen. Nein, nein, nein. Wir brauchen nur noch einen. Wirklich? Geht zur Odyssey. Achso, okay, okay, okay. Ich dachte, ich brauche noch den ganz oben rechts. Aber klar, wir haben ja gesagt, ich hole den nur, wenn ich die Seed nicht geschafft habe. Aber ich habe den ja geschafft, also alles gut. Okay, und let's go! Ähm, ich gehe wo das... Ja, stimmt, ich gehe wo das. Ja. Das war, glaube ich, besser als beim letzten Mal. Ja, ja. Und Daniel denkt für die Bits. 9 Uhr, äh, 9 Minuten 44 ist Weltrekord. Sand raus. Und ich gehe schon 9 Minuten 10 ungefähr raus. Ich gehe auch früher raus. Wir sind schneller als vorhin. Ja. Jetzt sind wir trainiert. Mhm. Meine Freundin hat dich letztens in DM kassiert. Wann war ich denn das letzte Mal in DM? Nein, sie hat dich kassiert, sie hat dich übers Kassenband gezogen. Ich habe kassiert von ihr. Du hast kassiert. Oder seine Freundin hat von dir kassiert. Das kann auch sein. Vielleicht haben wir einfach gegenseitig kassiert. Seelang muss ich. Von einer dritten Person. So richtig weit hergeholt. Du hast meine Freundin geschlagen, du Hund. Gut, dass ich Shop nicht mache. Ich habe eh viel zu wenig Geld. Oh, ich muss Shop machen. Oh, ich muss... Oh, boy. Aber warte mal. Du hast nicht genügt, ne? Doch, aber ich habe hier die Kiste. Also 50 habe ich auf jeden Fall. Doch, im Seeland gibt es auch ein paar. Ich habe 92. Alles gut. Alles gut. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, da macht das ja komplett Sinn, dass der den Shop macht, der aus Seeland kommt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe das gar nicht bedacht, aber es macht ja komplett Sinn. Doch, natürlich hast du es bedacht. Ja, ja. Ich bin ja so ein Genius, habe ich vergessen. Ja, du bist so ein Genius, du hast es vergessen. Ich mache manchmal Pläne aus Versehen. Ich mache Pläne, ohne zu wissen, dass ich Pläne mache. Ich hasse diese Stelle. Kannst du mal die BOTW-Mod in Minecraft ausprobieren? Das kann ich gerne mal machen. Ich habe gerade so viel Spaß an Minecraft, das ist gottlos. Ich habe den Minecraft-Trend halt so um 10 Jahre verschlafen, aber ich fühle es gerade voll. Hast du Minecraft nicht gespielt, als es damals aktuell war? Doch, in der Beta habe ich es gespielt. In der Beta habe ich es mit meiner Schulklasse gesuchtet und dann quasi nie wieder bis jetzt so vor ein paar Monaten. Ich meine, klar, zwischendrin immer mal, aber nie jetzt so länger als eine Woche oder so. Minecraft kommt immer mal wieder zurück, habe ich das Gefühl. Es gibt immer so Phasen. Wie ein Frisbee. Ja, also jede zwei Jahre ist Minecraft einfach wieder da. Wie Sokka's Boomerang. Boah, ich liebe mein Movement heute. Aber nur arrogant, aber es sieht schon, komm, Chat. Movement ist schon geil heute. Danke, Sturm Kekse 14. It's not a face, Mom. So, was sammle ich als nächstes ein? Drei. Ne, eins, zwei, drei, vier, fünf muss noch einsammeln. So, ich bin jetzt, ich habe jetzt den Triple Moon eingesammelt und dann düse ich los. Hier Risiko eingehen oder lieber nicht Chat? Risiko, Bruder. Okay. Also, ich habe das hier geübt und ich falle jedes zweite Mal runter. Also, dieser eine Triple Jump, wo man nicht den Blumenweg geht. Ah, ja, nee, 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 nee. Schwierige Momente. Der ist echt nervig. Vor allem, ich habe mich schon längst entschieden und den Blumenweg erschaffen und frage dann den Chat, yo, Risiko, Leute? Ich gebe euch das Gefühl, als hätte ich... Ich wollte gerade sagen, das ist so... Du musst einfach das Gefühl geben, die Wahl zu haben. Genau. Die Leute müssen das Gefühl haben, dass es Demokratie ist. Ja, dass sie, wenn deine Freundin dich fragt, welchen Film wollen wir gucken? Du sagst dann irgendwie so, ja, Film A und dann sagst du, ja, okay. So. Sie wollte halt auch Film A gucken, aber sie gibt dir das Gefühl... Aber der ist gar nicht so gut. Eigentlich, habe ich gehört. Genau. Und wenn du Film B sagst, sagst du, nee, wir gucken Film A. So, dann so... Das heißt, wenn du ihre Entscheidung nimmst, dann hattest du halt das Gefühl, eine Entscheidung zu treffen und wenn du halt nicht ihrer Meinung bist, dann wird halt trotzdem... Dann nimmt sie halt, sagt sie was los ist. Man muss nicht wirklich demokratisch sein, man muss nur Demokratie vorgaukeln. Richtig. Wie im echten Leben. The Illusion of Choice, richtig. Richtig. So, auf zu Fusiland. Ich habe Parapara Parapara. Ach, diese Fuzzis können nicht mal. Äh, du kannst sie in der Sackgasse... Sammel du meinen letzten einen in der Sackgasse. Okay, aber in der Sackgasse ist nur einer. Ja, ich habe jetzt einen noch. Dann gehe ich schon zu Odyssey. Du bist nämlich näher dran. Dann gehe ich zur Sackgasse. Ich poppe mich jetzt schon zu Odyssey. Ja, stimmt. Die Sackgasse ist halt genau neben mir. Ich stehe vor dem Globus. Ja, gleich habe ich es, oder? Und... Eingesammelt. Let's go. Alter, wir sind... Holy shit, sind wir fast. Wir sind ultra fast. Wir sind zwei Minuten schneller, jetzt schon. Hä, wie? Ey, wir sind einfach krass. Das Movement hat sich gebessert. Besser Koordination. Wir haben Wüstenland ein bisschen anders gemacht. Ah, nein. Stopp. Ich habe gegen die falsche Zeit verglichen. Aber wir sind eine Minute vorne. Aber trotzdem, 1,10. 1,10. Ja. Ich habe gegen meine Durchschnittszeit verglichen. Okay, 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 okay. Aber trotzdem. 1,1 über eine Minute. Ich bin glücklich. Aber wir sollten uns nicht zu früh freuen. Es gibt ja noch den Mecker. Ja, ich wollte gerade sagen, die Fehler von vorhin können wiederkommen. Oh, ich muss ja erst nach Lake. Gar keinen Bock auf Lake. Okay, warte mal. Wenn ich so viel später in Lost bin als du. Ja, aber ich. Dann wirst du wahrscheinlich die Brücke machen. Wenn du wieder grünen bist. Ja, ich mache auf jeden Fall die Brücke. Okay. Was habt ihr gegen meine Brille, Chad? Das ist halt wicked so. Ihr seid halt nicht wicked. 44, aber doch in WR. Genau. Also ich glaube, 44, wieder 45 Minuten, ist der Weltrekord im Koop. Ja. Dann wollen wir noch mal weiterreisen. Ach, nach New Donk City. Jetzt schon? Cool. Richtig. Clickbait, Alter. Zwei Welten muss man noch machen, bevor man wirklich in New Donk City ist. Ist so. New Donk City. New Box City. Läuft's gut bei Bowser? Ja, Mann, großartig. Ich, ich, ich. Bro. Nein, nein, alles gut. Ich habe nur einmal. Es ist immer ich, ich, ich. Also man lässt hier den Hut noch so warten und holt den dann kurz vor Bowser immer zu sich. Und ich mache das immer einen Tick zu spät, dass er den dann direkt wieder fängt. Aber es ist nur einmal passiert. Also okay, waren fünf Sekunden oder zehn. Einmal ist einmal zu viel. Okay, okay. Ich glaube, wir wollen perfekt sein. Perfektion erwarte ich hier. Bitte nicht den Gürtel. Bitte nicht den, Damien. Verschaus, der Papa. Okay, warte mal. Jetzt brauche ich hier die Lost Route. Da. Soll ich die blaue Route nehmen? Die hat nämlich mehr Monde. Ne, ich mache die grüne, ich mache die grüne wie vorhin. Alles gut. Ja, okay, okay, okay. Und notfalls, also ich, wir sehen ja, wann du im Lost bist. Ich kann ja noch ein bisschen mehr einsammeln. Ich kann ja die Endmonde von deiner Route noch mitnehmen. Theoretisch. Okay. Was sind die, deine Endmonde? Der Käfig. Und dann unter der Brücke, ja. Wie weit hinten ich bin, nur weil ich nochmal nach Lake musste. Ja. Okay, ich habe ihn jetzt besiegt. Ich finde das so geil, dass man immer hört, wie der andere die Monde einsammelt, obwohl man ganz woanders ist. Das fühlt sich so richtig nach Progress an. Ja. Man macht nichts und hat Progress. Progress. Das Leben eines Firmenbosses, während die Mitarbeiter für ihn ackern. Du machst nichts und hast Progress. Wer das Geld für dich gearbeitet hat. Wenn das Dividenden, wenn das Dividendendepot mal wieder ausschüttet. So. Oh. Okay, pass auf. Ich nehme, ja, dann nehme ich deine letzten beiden Monde mit. Okay, mach das, mach das. Dankeschön, Felix, ab. Dann mach ich, warte mal, dann mach mir das anders. Vielleicht kann ich... Was? Ich bin jetzt gleich beim Butterfly und dann bei diesem Drehteil. Der Rest kannst eigentlich du machen, wenn ich das überlege. Ja, wenn du beim Drehteil bist, geh zurück. Okay. Ja, ich hab's. Ich krieg noch zwei Monde. Alles klar. Okay. Auf zur Odyssey. Hast du gerade die Brücke gemacht? Nee, jetzt mal. Ah, hä? Kannst du schon rein? Du hast doch irgendwie... Okay, alles klar. Du kannst jetzt schon rein. Ja, okay, okay, okay. Hä? Okay, ich hab nicht den unter der Brücke gemacht. Also, ich hab aber noch ein, zwei andere gesammelt. Also, ich hab einfach so nach Lust und Laune gesammelt. Ja, perfekt. Perfekt. Ich überlege gerade. Hm. Boah, scheiße, wie viel Geld hab ich denn überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich Shop machen kann. Wobei, ich bin ja vor dir. Das heißt, theoretisch... Ja, mach du lieber. Oder? Nee, nee, nee. Oder wie... Nee, ich mach, ich mach, ich mach Mekka. Das ist... Ich kann den. Ich kann den. Mach du Mekka, ja. Ja. Dann sammle ich hier ganz brav. Aber andererseits bin ich halt so weit vorne, ne? Das ist die Qual der Wahl. Aber ich hab nicht genug Geld für Shop, glaub ich. Ja, ich auch nicht. No! Da mach ich... Pass auf, ich mach den Mekka. Okay. Vertrau mir. Okay. Und mach den Rest. Okay. Aber du musst noch den Mond im Rathaus mitnehmen. Ja, mach ich, mach ich. Ich sag's, wir haben ein bisschen geswitchten Rollen, das ist kacke. Ja, aber das ist okay, das ist okay. Ich kann auch Mekka. Ich kann auch Mekka. Ich kann auch Mekka. Warte mal, was? Was muss ich sammeln? Den auf dem Stahlträger, den oben? Wie viele Munde muss ich sammeln? Ich glaube, drei. Okay, ja, dann weiß ich welche. Okay, und rechts auf dem Stahlträger ist ja auch einer, ne? Ja, genau. Genau, und oben auf dem Dach ist ja auch einer. Nicht ganz oben, sondern wenn du einmal Wiring benutzt. Ja, ja, ich weiß welchen. Ja, Shop kann ich jetzt halt nicht machen, ne? Weil ich hab kein Cash. Passt, passt. Ich mach einfach Slots. Okay. Aber warte mal, was ist der dritte? Ach, der außen auf dem Stahlträger, ne? Ganz außen. Okay, ja, ja. Hab ich noch nie gesammelt in Nacht. So. Ich überlege, ich glaube, ich hol ihn mir in der Kiste, okay? Ja, ja, den musst du machen. Wenn du jetzt nicht extra hier rein musst. Ja, ja. Weil es ist echt ein bisschen Pain, so hier reingehen zu müssen. Was ist hier in der Tür drin? Ich will reingucken. Das ist nichts. Lol. Das ist einfach eine offene Tür, wo nichts ist. Oh, shit. Oh, nein. Ah! Okay, aber ich hab ja noch Zeit zum Glück. Hä, was machen die Röhren hier? Ja, die bringen dich einfach nur raus. Bring dich einfach nur raus. Das ist so schlechtes Design. Okay. Schlechtes Game Design. Das ist so, falls jemand sich da verliert in diesen, zwischen den Gebäuden. Ja, ja, ich hab das vorhin auch gesehen, als du, äh, oben warst, um den Mecha zu bekämpfen. Ja. So, ich bin beim Mecha. Let's go. Boah, hab ich den lang nicht mehr gemacht, Alter. Huh. Okay, ich hab jetzt drei Stück. Ah, die Türen sind nur im Multiplayer offen. Ich verstehe. Hast du ihn in der ersten Instanz geschafft, bei unserem letzten Run? Ja. Oh, okay, krass. Also halt, äh, Two-Cycle, ne? Also halt, Ding. Halt die gute Version. Okay, 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 ich geb mein Bestes. Okay, wo geht er hin? Wo geht er hin? Boah, der ist richtig weit oben. Aber das ist eigentlich gut, wenn er oben ist, dann läuft er irgendwann runter. Und dann kannst du ihn einfach an einer, auf die ganze Zeit auf eine Stelle schießen. Perfekt, war perfekt, Bro. Sehr geil. Angeblich kann man das auch beeinflussen, ich hab noch nie rausgefunden, wie. Ja. Besiegt. Geil. Let's fucking go. Sehr geil. Hast du die bei Nacht schon alle gesammelt? Äh, ja, also ich hab drei Monde gesammelt. Okay, das war wichtig, das war wichtig. Und Triple Monde. Sehr geil. Ähm, ja, Bro, da mach, mach du blau, oder? Ich mach blau, ja. Oder willst du grün machen? Nee, ich mach die, die ich vorhin hatte. Das war blau, ich mach blau, ja. Das lief sehr gut, Freunde. RNG hat gegönnt. So, zack, 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 zack. Ich hab ein Pfeil, ich muss es machen. Ja, ja, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut, ich hab nur mit mir selber geredet. Ah, okay. Hast du den bei dem Stahlträger ganz am Anfang geholt? Ja, hab ich. Okay. Also bist du jetzt grad beim RC? Ja. Nice. Ninja Fox, ich hab nachher, ich hab nachher ne Stelle, da macht, wick den Drachen, da kann ich dann noch mal ganz entspannt die Nachricht lesen. Smiley, was geht? So, hier zum depressiven Sitzer. Der auf Chinesisch mit mir spricht. Ich lieb die Sonnenbrille, danke Bruder, wicked an der Stelle. Ich glaube, nur deswegen sind wir krass, weil du auch endlich eine trägst. Endlich, hast du vorhin auch schon eine getragen? Ja. Ah, shit, man, das hättest du mir vorher sagen müssen. Alles gut. Oh, ich bin so dumm, ich hab die Slots falsch gemacht. Schnell nochmal. Nach dem Herz kommt die, ne? Du, das weiß ich nicht. Okay, hab's geschafft, alles gut. Bro, sabbeli, nein! Okay, jetzt schnell teleportieren. Und dann schnell auf ihn. Ich hab ein Missgefühl, uns fehlt einer. Also ich sammel jetzt noch zwei. Dann fehlt uns safe einer. Nee, also nicht von meiner Seite. Wir schauen mal. Eins, eins, eins. Ja doch, doch, die letzten vier mach ich. Okay. Ich bin jetzt oben. Wobei, theoretisch, kannst du schon mal in das Gebäude gehen, wo richtig viele sind? Ja. Ich glaube, du bist schneller da. Ja, ja. Ich geh jetzt da, wo die vielen Menschen laufen. Genau, genau, genau. Da bist du schneller als ich. Okay, bin jetzt drin. Okay, perfekt. Dann kannst du, nachdem du deine hast, zur Odysseid zurückgehen. Ja. Hau auf zur Odysseid. Let's go. Ich find das gut, dass wir nicht plump einfach so... Also ich hab jetzt meine Monde gemacht. Ich warte mal auf dich. Ja. Sondern, dass wir trotzdem koordinieren. So, okay, ich hab grad nix zu tun. Komm, ich sammel schon mal deine Monde ein. Das war ein übel Spaß. Und du kannst. Let's go. Boah, ich weiß aber nicht, ob ich genug Geld... Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet, wie viel Geld ich habe. Ich hab auch nicht viel Geld. Ich hab 60 oder so. Ich hab vorher noch ein bisschen Münzen gesammelt, aber ich hab mich von 20 auf 60 oder so hochgegrindet. Dann Snowdrum. Echt jetzt? Ja, ja. Aber kannst du nicht... Kannst du nicht... Nein, mach doch mal deine Monde erst und vielleicht sammelnst du beim Sammeln der anderen Monde noch genug. Wie viel Cash hast du, weißt du's? 61 hat der Chat geschrieben. Okay, pass auf. Ja, aber 40 kriegst du hin. 40 kriegst du hin. Einfach beim Sammeln der anderen Monde findest du doch safe nach Münzen. Ja, aber ich bin gleich schon beim Shop. Also, ich hab einen... Mach den Shop zum Schluss. Du kommst ja eh mal in der Mitte raus. Ja, stimmt. Stimmt. Das reicht. Aber sammelt man da echt so viele Münzen? Ja, du kannst ja mal ein bisschen gucken, ob irgendwo was rumliegt oder so. Ja. Falls ich dann immer noch nicht genug habe, gehe ich einfach in den Raum mit den Minimonden. Ja, ja. Stimmt. Stimmt. Das ist, glaube ich, safer. Da kannst du beide, genau. Da kannst du dann beide Monde machen. Die Mondmedaillen und der oben. Ja. Versuch jetzt mal jede Münze mitzunehmen, die mir auf dem Weg liegen. Erstmal Cap'n Toad zusammenschlagen. Okay, wir sind tatsächlich 102 Sekunden schneller als beim ersten Mal. 102 Sekunden. Wäre ja auch zu langweilig, sagen 1,40. Jo, wann treffen wir uns morgen? Ja, wir treffen uns so in 362.000 Sekunden. Wie alt ist dein Baby? 32 Monate. Okay, dann ist es kein Baby mehr, das ist ein kleines Kind. Ich hasse das, wenn die Eltern das machen, ne? Ja, also mein Kind ist 32 Monate alt. Bro, was soll die Scheiße? Sag halt einfach fast drei Jahre so, Punkt. Wird ein normaler Mensch. Vielen, vielen Dank, wicked, Alter. Ich hab nachher ein bisschen Zeit, während Vic den Drache macht. Da kann ich dann entspannt alles durchlesen. Aber danke schön. Ich glaub, das wird nix mit dem Ganzen. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin ja erst noch in der Lobby. Das ist so ein frisch gebackene Mama-Ding. Ja, irgendwie schon, ne? Jahre ist nicht cool genug. Ich weiß nicht, warum Mütter so werden. Also alle. Alle. Warum birden die so? Okay. Jahre werden nach der Geburt aus dem Kalender gestrichen. Wir rechnen damit jetzt nicht mehr in diesen Jahren. Zumal, danke schön. Hey, Imb, was geht? Schön, dass du im Stream bist. Ja, ich glaub. Also entweder geh ich auf Risk und mach es no Dram, liebe Freunde. Nein! Oder ich mach einfach den Raum mit dem, ja, mit den Minimonden. Geht ja eigentlich auch relativ schnell. Der wird nix, das weiß ich jetzt schon. Das Problem ist nur, dass der Raum mit den Minimonden, das ist ein Story-Mond. Ah, ich verstehe. Das dauert dann wieder tausend Jahre. Ja, aber wie, 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 also, hä, also, schaffst du Snowdram so easy? Inzwischen geht's auf jeden Fall. Also, ich werd dann kurz switchen auf Joy-Cons und dann einfach up, down, vault. Let's fucking go. Ja, gar kein Problem. Okay, ich hab jetzt, äh, ich hab jetzt Küste durch. Ach, krass. Aber ich mein, jetzt dauert es noch ewig, bis ich, bis ich geflogen bin. Also, das dauert noch. Okay. Ja, ich bin auch gleich durch. Aber ich hab leider echt nicht... Hm. Ja, nee, das macht gar... Das macht eh keinen Sinn, Snowdram zu machen, weil wir fehlen ja zwei. Ich kann mich ja jetzt nicht teleportieren und das Doppel machen, weil da fehlt mir nur noch einer. Das heißt, ich muss zu diesem blöden Raum mit dem Minimonden. Aber dann bin ich wieder früher in Lanschen, das passt eigentlich. Also, jetzt sind wir wieder so wie vorhin gesynkt. Ja. Oh, das geht... Ach, krass. Das macht voll den Unterschied, wenn man nicht in den Shop gehen kann. Ja. Du hast auch nicht 100 Münzen, ne? Doch, mittlerweile schon. Ja, theoretisch kannst du in den Shop schon mal gehen, oder? Ja, es dauert aber noch. Ich bin noch nicht gelandet. Ich will den Story-Mond nicht einsammeln. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was schneller ist. Ich glaube, es... Ah, okay, dann mache ich beide hier. Ja, mach beide. Ich könnte jetzt loslaufen. Das würde zu lange dauern. Mach ihn. Aber kannst du dich nicht teleportieren? Nein, ich habe ja den Checkpoint nicht. Ah ja, okay. Okay, pass auf, ich bin losgelaufen. Du kannst dich dann direkt teleportieren. Okay, ich hüpfe jetzt runter. Sammel nur den Schilling. Warum, warum? Ich sammel doch beide einen. Ja, aber nee, ich kaufe jetzt. Ich bin jetzt losgelaufen. Ich habe jetzt... Okay. Ich habe entschieden. Okay, alles klar. Dann kauf mal. Weil es ist wirklich schneller. Es ist wirklich schneller, weil ich würde jetzt als nächstes den Story-Mond einsammeln. Nee, alles gut. Bin schon im Shop, bin schon im Shop. Okay, perfekt. Dann portere ich mich schon... Ja, das ist schlauer. Dann portere ich mich zur Odyssey. Kein Problem. Papa hat das Geld. Jetzt gekauft. Ja, doch, das ist viel besser. Weil jetzt hätte ich erst den Story-Mode eingesammelt. Und dann kommt die Animation mit dieser... Ja, stimmt. Und so weiter und sofort. Okay. Der Weave, der Versuch, ist das gerade der zweite? Ja. Aber die dicken Timesaves, wann kommen die? Bei den kleinen Hasen, bei Mega... Bowser Kingdom. Ja. Komplett. Ja, Bowser, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich nur so schnell sein wie vorhin und dann einfach Bowser schaffen. Genau. Äh, wir sind 109 Sekunden schneller und 73 Millisekunden. Nur damit du's weißt. Okay, danke, Digga. Das sind die Infos, die ich brauch, damit ich ein erfülltes Leben führen kann. Ja, also eigentlich kommst du eh schneller zum nächsten Land. Ich muss ja noch... Ich muss mir noch mal schöne Meer angucken. Der kürzte Urlaub meines Lebens. Ah, ist ja schön hier. Ich verpiss mich wieder. Kürzester Urlaub meines Lebens. Wie schnell müsst ihr sein? Unter 56 Minuten 55. Äh, bada, 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 bada. Was ist beim ersten Try falsch gelaufen? Wir haben einfach Bowser's Kingdom verkackt. Alles. Also wir haben die Brules verkackt. Und wir haben... Oh, Lunchen kommt jetzt. Das wird... Wieder Konzentration-Shit. Ähm, ja, die... Und den Mekka habe ich komplett verkackt, weil ich runtergefallen bin. Und dann dachte, dass ich alle besiegt habe in der Kuppel. Aber es war... Es gab noch einen. Deswegen hätte ich gar nicht runterspringen müssen. Also ich habe ihn doppelt verkackt. Ach, du sammelst hier schon einen? Sehr nice. Ich bin schon am Start. Bin jetzt beim Hasen. Nice, nice, nice. Ich messe mein Alter mit einem Zollstock. Wait. Ich messe etwas anderes mit dem Zollstock. Bruder, bei dir geht noch ein Zollstock? Maßband, Bruder. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ich bin drüben. Huh. Let's go. Also ich sammle jetzt gleich den Mond ein. Ich weiß... Du kriegst ja jetzt bestimmt eine Animation. Sammel ihn ein, sammel ihn ein. Okay, jetzt habe ich zwar... Ja, passt, passt alles gut. Ich gehe jetzt in diese Tür rein. Ich gehe in die Tür rein. Und wieder raus. Ach, die Hotheads sind jetzt... Krass, die Hotheads sind da. Ja, geil. Aber ich musste nicht mal vorher in der Sub-Area sein. Oh, ich liebe... Ich liebe diese Gabelstelle. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß exakt, was du meinst. So, du tust nichts und siehst aus, als ob du der Gott wärst. Ja, du schüttest einfach nur so ein bisschen und achtest darauf, in welche Richtung du drückst. Aber das war es dann auch schon. Wie lang ist geplant? Noch mindestens drei Minuten, Bro. Ja. Dann habe ich aber auch Termine. Ja, dann muss ich auch los. Sind ja wichtige Influencer, darf man nicht vergessen. Aftershow-Party nach Aftershow-Party. Okay, es ist schlimm. Okay, wo bist du gerade? In der Stadt. Ich werfe gleich die Rübe rein. Okay. Ach, da bist du ja. Okay, dann mache ich den Story-Mode. Okay. Weil ich bin schon beim Cooper... Wir haben uns beide gegenseitig gebounced. Bro, was machst du am 15. Juli? Am 15. Juli? Ja. Äh, keine Ahnung. Du könntest ja... Vielleicht ist das Doku mir oder so. Du könntest... Oh, stimmt. Das sind nämlich missen. Nee, ich schmeiß da eine fette Party für 1000 Leute. For real? Ja. Oh, ich bin dumm! Was passiert, Bro? Ich bin runter zu dem Salzhaufen gehüpft. Aber ich muss da gar nicht hin. Das war mal wieder... Aber ich kann das saven. Sammel du, sammel du... Geh du zum... Och, ich weiß gar nicht, was du jetzt sammelst. Oh, scheiße. Soll ich dir im Triple Moon... Mach alles, mach alles. Okay. Ich mache mal deine Route und ich sage dir, ob ich es noch saven kann. Okay, nee, warte, warte. Mach die beiden wie letztendlich. Ich mache Triple Moon. Ich konnte noch aufwollen. Okay. Aber nee, ja, doch, mache ich. Ich mache quasi eine Art Minigamescom. Also ich miete eine Halle, verkaufe Tickets, aber stelle da eine Bar hin, stelle da auch so Spielestationen hin. Ich lade Speedrunner ein, Musiker und so, die eine Mucke machen können auf einer Bühne. Okay, das ist geil. Und dann ab 22 Uhr fliegen alle U18 raus oder die mit Elternzettel dürfen bleiben und dann einfach Party bis Feierabend. Nice. Ihr habt Bock. Okay, auf zur Odyssey. Okay, ich bin jetzt beim Triple Moon. Das haben wir gut getimt eigentlich. Ja, weil ich verkackt habe. Oh, ich war bei der Odyssey, aber ich durfte nicht werfen. Ich muss mir erst, ja. Ich wollte gerade werfen und dann muss mir diese Cutscene angucken. Domi, du kannst den Raid-Entführer auch einfach für den nächsten Stream mitnehmen. Mini-Dokumi-Hübi-Style. Ja, grundsätzlich habe ich Bock. Weißt du schon, wo? Augsburg. Ah, okay. In Bayern. In Bayern, da gibt es ein Bierle. Jetzt kommt der Dragon. Ja, den kannst du machen. Da kann ich jetzt die Subs vorlesen. Sehr gut. Nice. Das ist wie bei, äh, wie heißt es? Games Done Quick, AGTQ, immer mit, jetzt haben wir Zeit für Donations. Ey, ich habe irgendwann auch mal Bock, irgendwie so ein Speedrun-Event in Deutschland zu machen. Ich liebe es, das zu gucken. Diese Streams sind so geil. Wir haben mal mit Red Bull so ein Mario Odyssey Speedrun-Event in Berlin gemacht. Was? Das ist aber ein bisschen länger her. Ja, das war 2018. Oh, shit. Und da war ein Mario Odyssey Speedrunner und das war wirklich mit Moderation und so. Also ich habe unter anderem moderiert. Und schade, dass, also ich fand das richtig geil, aber irgendwie macht so etwas keiner mehr. Richtig räudig. Ich meine, du brauchst ja nicht mehr viel. Du musst nur, sag ich mal, drei, vier Speedrunner irgendwie an einen Ort bringen. So, du musst denen vielleicht irgendwie dann Bahnfahrt und Hotelzahlen. Bisschen Livestream-Equipment aufstellen und dann los geht's. Klar, wenn du da noch irgendwie Tickets hast und Leute da live vor Ort zugucken können, geil. Aber eigentlich ist es ja echt nicht so ein Aufwand. So, aber jetzt, warte, ich lese es mir kurz vor, ne? Ninja Fox, danke für deinen vierten Monat Prime. Ich habe meinen Nutzernamen angepasst. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Ähm, natürlich, Bruder. Schreib mal deinen... Du hast noch Dunstar getroffen. Das ist der erste Deutschsprach-Gespeedrunner in Super Mario Odyssey aus Österreich. Der war, glaube ich, auch auf dem Event. Also, wenn es der ist, an den ich denke. Schisch. Ein deutscher Speedrunner aus Österreich. Ich finde es, äh... Ich finde es cool, dass einfach Benji... Ja. Also, Benji64, der Erstplatzierte ist. Ja, und die Whatever ist Dritter. Der ist auch Deutscher. Das ist so krass. Das ist... Germany und Mario64. Das ist es. Es gibt drei, äh, 46-Minuten-Zeiten bei 70 Sterne. Und zwei davon sind deutschsprachig. Mhm. So. Deutschland macht alles. Ja. Great. Dank dir auch noch für die 5 Euro. Wicked-Teigtaschen-Family. Alter, was geht, Mann. Schön, dass du da bist. Rein in die Masse wie eine Teigwarentasche. Und Cobra-Gamer, dank dir auch für deinen 16. Und Link, danke du auch. Beim wievielten Hit bist du? Äh, jetzt kommt der Letzter. Okay. Oh, du hast auf die Fresse bekommen. Ich bin ein bisschen zu früh auf seine Schnauze gesprungen, aber passt. Und... Das war's. Der Drache ist so niedlich. Ja, ich weiß nicht, ob man das als niedlich bezeichnen kann. Also als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, Bro, ich liebe Nintendo dafür, dass sie so einen fotorealistischen Drachen in das Spiel eingebaut haben. Weil das halt so... Also generell hat Mario Odyssey voll viele Sachen, die man einfach beim ersten Mal nicht kommen sieht. Ja. Das ist einfach... Die Baus, das nirgendwo aussieht. Es hat einfach so diesen gewissen Grad Dummheit oder diesen gewissen Grad Randomness. Und das liebe ich in Videospielen. Das ist wie Sunshine. Mit diesem Buhu, den du auf einem Casino-Tisch besiegst. Oder wo du in einem lebensgroßen Flipper-Automaten bist oder sowas. Du brauchst einfach diesen gewissen Faktor Randomness. Und der ist einfach geil, weil der formt so den Charakter des Spiels. Also klar, dieser King Buhu in Mario Sunshine mit der Slot-Maschine, das ist schon random. Aber ich finde, bei Mario Odyssey ist es nochmal Next Level. Weil du auf einmal bist du ein T-Rex und fotorealistischer erwartet man nicht. Ja, das stimmt schon. Du bekämpfst fotorealistischen Drachen in Rune Kingdom. Das ist einfach wie Dark Souls. Dann bist du in Bowser's Kingdom und das ist einfach Japan. Ja, und in Metro Kingdom laufen einfach echte Menschen rum. Ja, allein das. Das war ja im allerersten Trailer. Da kam ja Mario aus diesem Gully gehüpft und war einfach in einer echten Stadt. Das war ja das Erste, was du vom Spiel gesehen hast. Ich dachte, das wäre so eine GTA-Mod. Das war so weird einfach. Wir sind ungefähr 200 Sekunden vorne. Mr. Waschberg, vielen, vielen Dank. Ja, das stimmt, Greenbred. Die Kirby-Bosse sind da einfach auch gottlos. Hast du das neue Kirby gespielt? Leider nicht. Alter, der End-Boss-Fight ist einfach Dark Souls. Was neu, Kirby? Ja. Also das ganze Spiel ist unfassbar geil. Also es wird dir safe gefallen. Du magst ja auch 3D-Jump'n'Runs. Du wirst es lieben. Also ich fand es auch... War mein erstes Kirby-Game. Ich fand es großartig. Aber der End-Boss-Fight... Du meinst eine Forgotten Land. Ja. Ich dachte, du meinst es ganz ganz... Nee, 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 nee. Das neueste Erschienene. Aber wobei, da gibt es auch den Port wieder. Forgotten Land halt! Nee, da ist der feinde Boss einfach Dark Souls. Also natürlich noch in Chillic, aber vom Stil her ist es schon extrem schwer. Ich bin jetzt vor dir. Ich glaube, ich mache einfach wieder den Story-Monster. Jetzt wie vorhin. Plus ohne Fehler. Nur ohne Fehler. Oh, das war knapp. Alex, 15. Juli. Ist aktuell... Ist zu 95% safe. Es ist noch nicht 100% bestätigt. Wir warten noch auf den Mietvertrag. Aber die Bestellung ist schon raus. Und wir haben auch schon die mündliche Bestätigung für die Location. Okay, diesmal habe ich das mit dem Vogel viel besser hinbekommen. Ah, da bist du. Ey, wir müssen übrigens den Mond auf dem Dach nicht einsammeln. Weil ich sammle einfach, während du den Fight machst, am Spawn hinter der Odyssey den Mond ein. Der ist entspannter. Okay, machen wir so, machen wir so. Ist einfach weniger fehleranfällig. Ja. Wer gibt es denn Raid, wenn ihr One-Player... Aber wen soll ich denn raiden? Über Lator. Ich bin danach noch live. Nein, du musst mich nicht raiden. Raid irgendeinen kleinen. Kleine Streamer sind immer super. Die freuen sich. Spielst du da noch Mario Odyssey weiter? Nee, League. Bruh. Du hast sowas von kein Raid. Hey, liebe Wig-Zuschauer, wer von euch spielt League? Machst du Brudels? Ja. Okay. Scheiße, dann muss ich wieder warten. Kann ich dich aus Spaß die Linke bekämpfen? Äh, ja. Aber nicht, dass ich dann eine Animation kriege oder so, die mich dann irgendwie rausjietet. Du schaffst das schon, Bro. Alles gut. Er ist nicht perfekt, aber... Mini-Fehler. Also... Sieht aus, als würdest du gegen so einen Geist kämpfen. Das sieht richtig dumm aus. Ah, Ninja Fox ist weiß ich Bescheid. Ja, das ergibt Sinn. Okay, was mach ich so lange, Leute? Ist ja eigentlich eine unsichtbare Wand. Kann ich da einfach rüberspringen? Nee, oder? Das ist wahrscheinlich eine unsichtbare Wand. So, ich will jetzt diesen Fight nicht verkacken. Please. Okay, erster Hitze schon mal. Sehr gut. Okay, ich bereite mich mental auf den Mecker vor. Ihr wollt grad sagen. Okay, ich hab mich vorbereitet. Ach so, schnell geht das bei dir? Ja. Okay. Guck Twitter. Okay, ich guck ganz gut Twitter. Jubilator, was hast du mir geschrieben? Jubilator hat mir irgendwas Wichtiges geschrieben. Bitte stirb nicht, Bro. Nee, wird schwierig, Bruder. Aber alles gut. Jubilator, ich hab... Ah, hier ist die DM. Bro, als ob ich mir jetzt ein Video angucke. Warte kurz. Ich schau mir kurz ein YouTube-Video an. Ah, yes. Später vielleicht, Jubilator. Oder schau doch einfach, schau doch einfach kurz Titanic. Ja, warte kurz. Ich mach kurz ein Wreck-Stream. Ist ja nicht so, als müsste ich in zwei Sekunden weiter. So, damit ist Bowser-Land für mich jetzt eigentlich durch, ne? Ja. Willst du doch irgendwie aussagen? Ich mein, ich kann theoretisch noch mit dir hoch zum Robo-Rannen. Einfach als Backup. Sollte irgendwas passieren. Aber ich aktivier den Robo-Fight halt nicht. Okay. Das Gute ist, dass wir irgendwie über zwei Minuten schneller sind als beim letzten Mal. Naja, aber das ist... Du darfst doch nicht vergessen, du hast jetzt andere Timing-Punkte. Weil wir... Weil wir die ersten Runs unterschiedlich... Also... Du, wir verlassen ja unterschiedlich. Ach so, aber wir verlassen doch zu unterschiedlichen Zeiten die Königreiche, oder? Weiß ich nicht. Also ich weiß nur, angeblich sind wir zwei Minuten schneller. Ja. Als vorhin generell. Hm, schauen wir mal. Okay, also ich wär jetzt auch da, aber der Weg nach oben hat geklappt, oder? Mhm. Okay, dann port ich mich runter. Dann sammle ich den Mond nach hinter der Odyssee ein. Wart kurz, ich schau mir kurz Herr der Ringe Extended an, und dann können wir weiter runnen. Boah, ich muss unbedingt die Herr der Ringe-Filme wieder gucken. Ich hab die... Also ich dachte immer, yo, ich bin voll der Herr der Ringe-Fan. Aber ich hab die immer nur geguckt, wenn die früher auf RTL im Fernsehen kamen. Seitdem nie wieder. So dumm eigentlich. Die sind so geil, die Filme. Oha. Okay, ich mach das jetzt mit den fünf Schritten. Ja. Mir fällt jetzt erst auf, dass die Odyssee nur einen Scheinwerfer vorne hat. Wie fucking unbefriedigend sieht das denn aus? Ist euch das schon mal aufgefallen? Also das sieht ja so scheiße aus. Hä? Bruder, das sieht so dumm aus. Das ist... Ich bin... Ich bin so ein Vollidiot. Das kann nicht sein. Kein Problem, wir schaffen's trotzdem. Wir schaffen's trotzdem. Gib Gas. Jetzt nicht Mental Breakdown. Ich geb Gas. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich bin an der... ...han der Kuppel vorbeigesprungen. Oh, shit. Ich hab den Stammzack gemacht und er hat die Stammzack neben der Kuppel gemacht. Ja. Die Hobbit-Filme fühl ich leider gar nicht. Also die sind ganz nett, aber die sind mir... Also ich weiß, die Heide-Ringe-Filme haben immer so einen gewissen kindlichen Faktor, so... ...wenn halt irgendwelche Sachen krass geschnetzelt werden, was halt voll unlogisch ist. Aber in Hobbit wird mir das zu krass auf die Spitze getrieben. Hobbit ist mir... Da gibt's mir zu viel Plot-Armor. Die überleben mir zu viel krassen Scheiß, was einfach irgendwann keinen Sinn mehr ergibt. Warner hat neue Heide-Ringe-Filme angekündigt? Was? Loll. Wieso verkacke ich den Mecker immer? Kein Problem. Das macht mich so wütend. Es müsste trotzdem... Wir sind trotzdem sehr gut vor der Zeit. Ja, trotzdem. Okay, ich hab ihn besiegt. Sehr geil. Ich hab ihn trotzdem schneller besiegt als beim ersten Mal. Ja, und wir sind... Ich glaub, immer noch eine Minute vor der Zeit circa. Wir haben jetzt acht Minuten Zeit, um das Spiel durchzuspielen. Ja, also ich kann dir gleich einen genauen Stand sagen. Mhm. Ach, hast du es hier beim ersten Mal gemerkt? Nee, aber ich splitte mit. Ich splitte mit. Okay. Ich splitte die einzelnen Länder. Okay, warte. Ich sag Bescheid, wenn ich den eingesammelt habe. Oh, das ärgert mich so sehr. Okay, hab eingesammelt. Okay, und... Let's go! Let's go, bro. Das ist dein Moment. Okay, jetzt darf ich nicht verkacken wie vorhin. Weiß jemand aus dem Chat, wie viel schneller wir sind ungefähr? Ich kann's dir gleich sagen, warte. Sobald ich Blackscreen habe, kann ich's dir sagen. Okay. Aber die Zwischensequenz dauert... Ich glaube circa 1,11 oder 1,10. Echt? Auf einmal wieder weniger? Ja, warte. Dabei lief Bowser's Kingdom eigentlich schneller. Zack, 1,9 sind wir vorne, ja. Ist okay, ist okay. Ja. Warst du aber eine Harry Potter-Serie angekündigt? Nee, oder? Laber nicht, das hätte ich doch mitbekommen. Ich hoffe, du schaffst Mond-Kingdom beim ersten Mal. Ich schaff das. So, jetzt keine Fehler, Freunde. Aber wo sind wir langsamer geworden? Ich weiß es nicht, ich muss mich konzentrieren. Nein, du vergisst, du splittest in so einem Run immer zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Weil wir haben jetzt andere Splitser als vorhin. Ja, true, 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 true. Den Jump habe ich diesmal viel besser hinbekommen, den ersten. Okay, Moon Skips, first strike. Nice. Same. Sehr geil. Jetzt nicht Bowser verkacken. Bitte nicht Bowser verkacken. Hübi, Hübi, das hast du schon ungelogen 200 Mal gemacht. gufft. what's best Ut 구 源. Busquetsauges stapes. Garnt. Geld. Wie ist es? Engel. Jeder Ahmet? Ist mir Kocht? Pip acaby Dos. Du guck hier. Okay, läuft bis jetzt gut. Ja, bei mir auch. Nice. Oh mein Gott, ich habe jetzt gerade beim zweiten Leben, wo er zweimal spinnt, schon versucht, nach dem ersten Spin zu schlagen. Aber es hat noch geklappt. Nice, nice, nice. Aber nee, warte mal, das wird ultra knapp, fällt mir gerade auf. Warum? Nee, wir haben hier einen fetten Timesafe. Wir sind ja eine Minute zehn vorne. Und vorhin waren wir ja circa eine Minute langsamer. Aber ich habe ja fett viel Zeit hier verloren und es ist ja meine Zeit, die ich splitte. Also ich habe hier einen riesen Timesafe drin. Please, please. Okay, okay. Hast du ihn besiegt? Ja, hat mein erster Spin, zweiter, dritter. Also ich muss keine Hüte mehr holen. Okay, nice. Okay, habe ihn besiegt. Okay, meiner springt jetzt auch zum letzten Mal. Hallo, wie oft will er noch Feuer machen? Ich glaube, beim ersten Mal fünf und beim zweiten sieben Mal, glaube ich. Bro, der macht die Mal. Endlich springt er weg. Ach du Scheiße, was war das denn? Weil er immer das Feuer abgebrochen hat, glaube ich. Ach so, okay. Kann man das mal manipulieren? Weil er das Feuer so abricht. Oh, ich dachte, das Spiel ist abgestürzt. Das war viel zu lang. Das war viel zu lang. Oh mein Gott. Ich bin übel fokussed gerade. Es tut mir leid, dass ich so wenig kommentiere. Alles gut, Bro. So, XD, skip. Los geht's. Warum heißt es eigentlich XD? Äh, keine Ahnung, weil's lustig ist. Okay, XD. XD. Weil die Zeit in SXD noch cool war im Internet. Als es noch keine Emojis gab. Warum hat die jetzt dieser Triple Jump nicht gezählt? Du kannst es auch mit einem Double Jump machen. Ja, ja, schon. Aber ich dachte mir, ja, ich mach einfach einen Triple Jump. Scheiß, komm. Danke, Brille. So. Bist du im letzten Raum? Ja. Oh. So. Okay, ich bin jetzt auch im letzten Raum. Okay, ich greife die letzte Säule an. Easy, Digga. Was, 56, 55 oder so müssen wir schaffen? Ja. Easy, Digga. Hast du geschafft? Vielleicht sogar Sub 56, oder? Oder? Ah, wird das? Ah, wird das? Ah, verdammt. Nein, ich glaube, es wird ganz knapp über 56, oder? Aber egal. Oder, oder, oder? Nein, nicht unter, oh no. Aber hier dauert es ein bisschen länger, I guess. Aber hier dauert es ein bisschen länger, I guess. Die Sache ist, die Sache ist, wir haben sowieso gewonnen, aber für die Genugtuung will ich das auch schaffen. Und 56, 56, 39. Let's go! Bro! Wir haben es geschafft! Wir haben den Weltrekord. Also klar, wir haben zu zweit gespielt. Ja. Aber wir haben den Weltrekord, Alter, gemeinsam. Gemeinsam! Mit der, mit der Kraft der Freundschaft! Ja. Ey. Der Run lief richtig gut, außer Mecker. Ja. Und ich habe auch den, den, beim Brudelfight habe ich einmal bei der Dame verkackt. Da habe ich einmal die Bombe nicht getroffen. Ich überlege gerade, wenn ich den Mecker nicht verkackt hätte, hätten wir 55 oder 54. Aber egal, wir haben es geschafft. Ja. Boah! Das war geil. Das war geil. Das war richtig geil. Ey, weißt du, was ich mir überlegt habe? Willst du daraus ein YouTube-Video machen? Ich denke schon. Wollen wir vielleicht was so machen, dass der eine so eine gecuttete Version und der andere so eine Uncut-Version hochlädt? Eine Uncut-Version? Genau. Also, wenn du das nicht willst, ich würde die Uncut-Version hochladen. Ja, okay, wenn du Bock hast. Ja, ich habe schon Bock. Du hast gedacht, Racer, danke schön. Und dann sage ich einfach in meinem Video, yo, bei Hübi gibt es so quasi die Cut-Version und bei mir gibt es halt die Uncut-Version, je nachdem. Ja, das können wir machen. Dann ist für jeden was dabei. Oder, Leute, was haltet ihr von der Idee? Let's go, hi, YouTube. Na, Justin, hast du Bock, das zu cutten? Ja, Justin muss man. Aber auf Ehre, ihr schaut beides. Ich wollte gerade sagen, wir laden es zeitgleich hoch, weil du könntest deins theoretisch heute schon hochladen. Ja, nee, mach ich nicht. In der nächsten Woche lade ich irgendwann hoch. Ey, wir machen dann so richtig so mit wie früher. Und wenn ihr jetzt noch das sehen wollt, guckt hier vorbei. Link in der Beschreibung oder so. So richtig so auf Oldschool. Jetzt schreiben alle High YouTube. Bei mir auch. Abonniert alle. Abonniert alle. Ey, ich bin so happy, dass wir das geschafft haben, ne? Ey, richtig. Aber ohne deine Routen hätte es nicht geklappt. Also wirklich Props, dass du da so viele Stunden investiert hast. Danke, Bro. Also ich bin gerade richtig glücklich, dass sich das gelohnt hat, sich da Stunden zu sitzen. Voll. Also ohne die Routen. Ohne die Routen. Also maybe, wenn wir so aus Glück irgendwie direkt sowas Richtiges gefunden hätten. Aber wir hätten auch voll daneben liegen können. That's true. That's true. Ja, Leute. Ich denke, ich bin erstmal raus. Und wir gehen in die Kluft. Genau, du wirst noch streamen. Dann gönne ich dir doch einen süßen Raid. Nein, wir machen es so. Alle, die League gucken wollen, die kommen jetzt einfach manuell rüber und du raidest irgendjemanden, der irgendwas mit Mario macht. Ja gut. Also wenn ihr Bock auf Neko's Legends, warum auch immer, habt, dann geht zu HübiTV. Und wir gönnen jetzt, ähm, Lillimon. Ich gönne Lillimon. So, die spielt gerade The Long Drive. Alles klar. Alter, es war meine Ehre, Mann. Ja, das hat richtig Bock gemacht. Ey, viel Spaß hier noch. Viel Spaß mit deinen Zuschauer. Und wir hören uns. Hau rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, Freunde. Das war so gewechselt. Ah, da kommen jetzt wirklich lol-Leute rüber. Hat zur ersten Nachricht so gewechselt. Erste Nachricht zum ersten Mal gechattet. League of Legends. Erste Nachricht von Life of Paul. Bei League bin ich dabei. Was geht, Männer und Tam? Oh, mein Gott. Schiff. Ey, das ist so strong. Ehre. Ey, wir haben sogar Kluft Slide als Emote. Okay, was auf, Freunde. Darauf erst mal einen fetten Amogus, Freunde. Oh, mein Gott. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool. Und Alex, danke dir nochmal für die 207, ne? Mega, mega lieb. So strong. Danke für den Support. So, jetzt passt mal auf. Digga, ich komme rüber und sehe das. Es ist wunderschön. Ey, ich, ich, also alle, die auch noch ein bisschen was mit League, äh, Cockroach, please. Okay, für dich, für dich, Sepp, für dich, Sepp. Weeee. Wee, 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 wee. Wow, wow, w错. Wow, wow, wow. Oh... Ah, Stoops. Ja, das Benennen in den letzten Bit habe ich gesehen, aber da war noch keine Nachricht dabei. Wie soll denn der letzte Split heißen, dass der in den nächsten Runs auf jeden Fall einen schönen Namen hat? Das ist natürlich für alle Runs, egal ob Odyssey oder Mario 64 oder so. Servenus, ich liebe diese Schabe. Der letzte Split bleibt einfach leer, das kann auch sein. Bist du da, Pawello? Bist du unter uns? Ne, aber wirklich, für alle, die auch noch ein bisschen was mit LOL anfangen können, bitte bleibt, bis wir ein Match gewinnen. Weil nur ganz wenige, also ich habe eine insane Animation. Circa 200 Leute kennen die schon, die beim letzten Mal dabei waren. Aber ich habe eine insane Riesenanimation, wenn wir ein Match gewinnen. Es ist, es ist der Wahnsinn. Aber ich kann jetzt endlich das Headset ausziehen. Oh, ich hasse es, mit Headset zu streamen. Boah. Es ist, also, wirklich Props an alle, die täglich Headset tragen. Ich kann es nicht. Ich hasse Headset. Das ist, ich fühle mich so, einfach nur. Ich glaube, Pawello ist nicht mehr unter uns. Wir lassen, wir lassen die Belohnung einfach drin und machen es beim nächsten Mal. Ich mag kein LOL, aber dich, Luna, es ist sehr süß. Man sieht regelrecht die glühenden Ohren. Ja! Die sind auch übel heiß. Die sind ultra heiß. Seine letzte Nachricht war auch erst Anfang Februar. Hm, wie schwierig. Wahrscheinlich ist er gebannt. Das Riesen-Hogwarts-Schutz-Mittegründ voll geil. Dankeschön. Ich mag es auch sehr. Ich mag es auch sehr. Es ist ein bisschen anders als ein Hogwarts-Legacy, aber weitestgehend. Es ist sehr detailgetreu. Jubel, wenn du jetzt bei LOL noch da bleibst, ich weiß nicht, wie viel du LOL guckst, können wir deine Playlist jetzt gern machen. Ansonsten können wir es auch gern mal bei, was weiß ich, wenn wir wieder Bloons spielen oder... Jo, Feiershock, Dankeschön! Also du musst sagen, wann du Bock hast. Dankeschön! Oder bei einer Rando, genau. Also wie du es möchtest. Ah, da geil. Sie können in den Jahren nach Hogwarts, denke ich, noch ein Ungeword haben. True? True, damit kann man es definitiv begründen. So, passt auf. Ich brauche kurz noch was zu trinken. Ich habe irgendwie ein bisschen Hunger. Aber ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas dabei habe. Um hier Ding. Alles klar, Jubel. Da machen wir es mal anders. Also wie gesagt, ist natürlich nicht vergessen. Ist natürlich nicht vergessen. Du hast ein Schlüsselfragment erhalten, weil du Ehrungen erhalten hast. Okay, danke. Korrekt. So, okay. Dann... Ähm... Dann düsen wir einfach mal rüber. Hi, ich bin Gaggy. Was geht? Schaust du die Harry Potter-Filme immer auf Englisch oder Deutsch? Beides. Also ich habe sie am Anfang natürlich alle auf Deutsch geguckt. Mittlerweile habe ich sie aber... Also ich habe die schon alle safe fünfmal auf Deutsch und mindestens dreimal auf Englisch gesehen. Also... Und ich finde, die Harry Potter-Filme haben so ein einfaches und verständliches Englisch, dass mir teilweise beim Gucken gar nicht mehr auffällt, dass ich auf Englisch gucke. Ich liebe... Also ich finde, ich finde, die haben... Also die sprechen ein sehr angenehmes Englisch. Ich muss noch irgendwas zu essen holen. Boah! Oh! Ich habe eine Story, Freunde. Ich habe eine Story. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe eine Story. Guys, guys, vor circa zwei Monaten, vor circa zwei Monaten, ne, habe ich eine Anfrage bekommen für ein Placement. Und ich bin ja sehr vorsichtig, äh, von Y-Food. Und ich dachte mir so, ja, prinzipiell, ne, ist doch nicht schlecht, voll geil. Ähm, aber ich will halt erst ein Probierpaket haben. Ich will es probieren. Ich will das mit euch besprechen, ob wir Lust auf eine Partnerschaft haben. Ich bespreche das ja auch mit euch. Das Paket kam heute an. Zehn von diesen Flaschen, zehn von diesen Flaschen und voll viele Riegel, ne? Und ich probiere die Flaschen. Schmeckt mega geil. Ich probiere zweite Riegel. Ultra fett. Richtig lecker. Ja, aber Leute schreiben schon. Ich dachte mir so, ah, da, voll gut. Ich wollte es aber noch mit euch im Stream besprechen, so. Was würdet ihr von einer Partnerschaft halten? Also ich, 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 ich beziehe ja euch immer sehr gerne mit ein bei so Partnerschaften. Ja, ich habe es auch Alina geschickt. So, hey, ich habe hier voll fett Snacks, sind voll lecker. Äh, Y-Food, was hältst du davon? Sie so, ja, google mal. Nestle Y-Food. Vor zwei Tagen. Nestle ist als irgendwas, also Miteigentümer bei Y-Food eingestiegen. Alle kündigen ihre Partnerschaft. Und ich dachte mir einfach so, nee. Das Ding ist halt, das, das Problem bei Nestle ist halt, ich wette, es gibt mindestens zehn weitere Firmen, die genauso schlimm wie Nestle sind. Bloß es weiß keiner. Aber das Problem ist halt, bei Nestle weiß man es. Also sobald halt Nestle irgendwo draufsteht, darfst du es nicht mehr anfassen. Das ist, das ist, ah, es ist so trash. Es ist so trash. Wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich ganz viele andere Firmen, die genauso schlimm sind wie Nestle. Aber Nestle ist leider öffentlich wirksam scheiße. Und sobald irgendwo Nestle draufsteht, also, das ist, ich mache es natürlich nicht, um Gottes Willen. Das ist, also, ich würde mich damit selber umbringen, wenn ich das mache. Aber, das Problem ist, die Produkte sind geil. Und die sind ja auch, das ist ja Vornestle noch. Das sind ja Produkte, an denen Nestle nicht beteiligt ist. Und die sind echt lecker. Aber das Placement ist damit natürlich gestorben, so. Und ich dachte mir so, nee, ich liebe ja Riegel. Und ich hätte dann so monatlich so Riegel bekommen. Und ich hätte es auch mit gutem Gewissen an euch, an euch weitervermitteln können, weil ich das echt gut finde. Und dann lese ich das und ich war, ich war so gebrochen. Ich war so gebrochen. Habe vor der Gamescom, von der Gamescom Waifu Testflasche in die Hand gedrückt bekommen. Fand, das hat voll scheiße geschmeckt. Echt? Also, ich habe vorhin eins mit Banane getrunken. Das fand ich ganz lecker. Und jetzt probiere ich mal das mit Beere. Also, wie gesagt, ich habe halt so ein riesen Probierpaket. Ja, es sind Free Snacks. Und übrigens, aha, das kann ich euch auch noch zeigen. Alter, ich habe zehn Flaschen bekommen. Fünf vegane, fünf normale, dann acht so Riegel und... Freunde, Rob's Chips hat nach drei Monaten ihr Probierpaket rausgeschickt. Zehn Packungen Chips. Hü wie fett. Einfach zehn Packungen. Fünf Geschmacksrichtungen. Immer jeweils zwei Packungen. Alter, aber zehn Packungen Chips. Also, ich werde die noch... Ich habe Alina versprochen, dass ich die mit ihr essen will. Also, wir werden auf jeden Fall im Stream eine Verkostung machen. Äh, aber diese Macht, so viele Chips zu besitzen, es ist sehr geil. Es ist sehr geil. Äh, wie gesagt, es ist... Und die Waifu-Sachen sind auch lecker. Aber du bist... Du wirst halt... Also, sobald du, glaube ich, jetzt noch mit denen kooperierst, wirst du einfach umgebracht. Auf Twitter. So, ich bring die kurz weg. Na, das Problem an Waifu-Sachen ist halt... Da geht die Massephase starten, ja. Das Problem an Waifu-Sachen ist halt, die Produkte werden sich wahrscheinlich nicht ändern. Ich vermute, die Produktionsketten werden gleich bleiben. Ich glaube, die Produkte werden immer noch die gleichen sein. Aber das Problem ist, das Nestle-Branding ist jetzt einfach drauf. Und damit ist es einfach für die Öffentlichkeit gestorben. Das ist so... Ich finde es da auch irgendwie so ein bisschen heuchlerisch. So, nach dem Motto, nur Nestle immer so krass zu dissen. Und irgendwie bei anderen Firmen so die Augen zuzumachen. Aber ich kann es halt auch verstehen. So, lieber eine Firma boykottieren als keine Firma. Das ist... Das Finale vom Abrauchen im PC war so geil. Freut mich, Meister. Die Rob's Chips haben eine 5 von Stiftung Warentest bekommen. Und was sagen die da? Kannst du auch keine Klamotten von H&M oder She-In kaufen? Ja, aber also She-In ist, glaube ich, schon nochmal eine Ecke schlimmer als H&M. Ich meine, ja, H&M ist allgemein die ganze... Ja, aber da fängt es an, ja. Ich glaube, wenn du wirklich moralisch korrekt einkaufen willst, hast du echt sehr wenige Möglichkeiten, irgendwas zu kaufen. Wobei She-In schon krass ist. Also She-In ist schon Next Level Cringe, so. Kann Wifut was dafür, dass sie gekauft wurden? Ja, ich glaube schon. Aber, also ich weiß es nicht. Aber das Ding ist auch, ich glaube für Wifut wird das nicht so schlimm sein. Also, das ist, glaube ich, wieder so ein typisches Bubble-Denken. Wir sind jetzt im Internet aktiv und kennen Wifut als Kooperationsmarke von Influencern. Aber, wie viele Menschen da draußen gibt es, die Wifut halt einfach kaufen, weil es im Laden steht und sie finden das cool, haben aber keine Ahnung von der Firma. Und ich glaube, Wifut ist mittlerweile so groß, dass sie einfach als normales Nahrungsprodukt so in der breiten Masse angekommen sind. Und natürlich, wir jetzt als aufgeklärte Internetkultur, äh, kriegen das mit und sagen Wifut Schmutz. Aber ich glaube, selbst wenn jetzt Wifut ihre Internetkäufer schafft, nur teilweise verliert. Ich glaube nicht mal, dass jeder das boykottiert, ne. Viele werden einfach sagen, Neste ist auch in meinen 5000 anderen Produkten drin, die ich daheim habe, ist mir egal. Aber selbst wenn jetzt die Influencer ihre Placements zurückziehen, ähm, ich glaube schon. Bro, anfangs war es ein reines Influencer-Produkt, so nach dem Motto, Wifut ist somit Influencern und wird dadurch bekannt. Aber Wifut steht mittlerweile in jedem Supermarkt. Überall. Du kriegst überall Wifut. Und wenn es in jedem Supermarkt steht, werden das auch viele Leute kaufen, die keine Influencer verfolgen. Heute kein Video auf Hübschschrauber. Bitte was? Lol, you're right. Was ist da denn passiert? Hä? Poképark 4 ist auf grün. Also auf, auf, auf veröffentlicht. Warum ist denn das nicht auf dem... Warte, mach ich schon mal nach. Hä? Hat... Wurde da was falsch eingestellt? Das ist online. Das ist fertig, aber... Warte mal. Ist das komplett... No! Es ist komplett fertig, aber einfach nicht veröffentlicht worden. Tim! Er hat alles fertig eingestellt. Er hat nur nicht auf den veröffentlichen Knopf gedrückt. Oh! Danke für die Erinnerung. Jetzt ist es online. Ach, Tim. Ach, Krea Tim. Nein, alles gut. Oh boy. Es war komplett fertig. Er hat einfach den letzten Klick nicht gemacht. Ich hasse es, dass alle leckeren Produkte von Nestle gekauft werden. Ich wette, Triple E, du hast mindestens ein paar Nestle-Produkte da, von denen du gar nicht weißt, dass Nestle da dabei ist. Aber außerdem sagt man eigentlich Nestle, aber das ist egal. Ich will kein Aussprache-Vogel sein. Kai bekommt von Tim eine Standpauke. Ich glaube, du meinst andersrum, oder? So, pass auf, wir düsen rüber. Yeah. Da sind wir, Freunde. So, jetzt öffnen wir erstmal die Kapseln. Schauen wir mal, was wir kriegen. Jack-Splitter, Alistair-Splitter, Kale-Splitter, Essenzen. Okay. Ich finde die Kapsel nur geil, weil ich dann blaue Essenzen bekomme. Morgana und Shen. Uh, Shen ist interesting. Und was ist das hier? Glorreiche Champion-Kapsel. Ja, let's go! Glorreich! Fiora und Kane. Oh, okay. Kane ist interessant. Er ist Jungler. Schlafgut, dann beschieb! Ja, gab es, Domi. Will ich aber nicht genauer drauf eingehen. Es ist nichts Schlimmes, oder so. Nur eine Prise. Okay. So, dann erstellen wir mal ein Spiel. Wir spielen Blind Pick natürlich, wenn wir eine volle Lobby haben. So, ich adde jetzt einfach von oben nach unten, okay? Oh nein, jetzt ist Justin nicht drin. No! Okay, einer von euch muss Platz machen. Das tut mir leid. Justin ist mein Mitarbeiter. Der muss dabei sein. Justin gehört zur Crew. Ehre. Ehre. Laserbolzen. Weiß nicht mit Absicht. Nein, ich hab einfach von oben nach unten geedit. Wie kriegt das denn jetzt Vorteile? Weil er, weil, weil er Teil vom Kanal ist. Nimm doch mal meine Anfrage an. Okay, Carina, pass auf. Ich seh sie nicht. Doch, da. Zufrieden? Aber wir machen noch Song-Requests an, Freunde. Wir machen selbstverständlich noch Song-Requests an. Was wäre denn LOL ohne Song-Requests? Also, Freunde. Ihr könnt jetzt mit Ausrufezeichen SR, Leerzeichen und dann eurem Song-Namen einen Song einreichen, den wir jetzt gleich im Stream laufen lassen. Und wir starten einfach direkt mit einem LOL-Song. Let's go. Okay, warte mal. Der ist ein bisschen laut. Ich mach gleich leiser. Keine Sorge. Moment. Moment. Ich mach gleich leiser. Jetzt. Ich hasse den. Ich fühl den jetzt irgendwie auch nicht so, muss ich sagen. Geil. Regal ist lecker. Wie viele Kalorien hat der? 200. Ne, der Track ist jetzt irgendwie echt nicht so geil. Okay. Warte mal. Das passt. Das passt. Meine Sub-Anzeige da drüben passt. Ich glaub, wir sind einsatzbereit, Freunde. Natürlich, Lukas, spielen wir freie Wahl. Selbstverständlich. Jubel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aurelion Solzacken. Könnt ihr legit so im Radio laufen von der 0815-Band? Ja, der klingt sehr unspektakulär. Also, langweilig einfach. Könnte ich Jungle? Ist okay. Ist okay. Dann spiele ich eine Runde ADC. Aber ich bin echt nicht gut. Aber danach will ich in Jungle. Okay. Delay ist einfach nicht vorhanden. Ja, Bruder. Das ist Qualität. Der läuft tatsächlich auf Antenne Bayern. Ach, ist der neu oder was? Brot hat abgelehnt. Brot. Brot. Mod Spin. Brot. Soll ich nochmal starten oder lehnst du wieder? Brot meinte, dass der auch noch auf Klo ist. Aber können wir jetzt starten nochmal? Ja, wir können nochmal suchen. Okay. Bin jetzt da. Sehr schön. So, ich muss ADC gehen. Boah. Okay. Ja, twitch it in, Freunde. So, ich stelle gleich noch den Sound ein. Let's go. Der Song kam letzten Herbst zu den Worlds raus. Okay. Ne, gefällt mir nicht, muss ich sagen. Also bisher war ich die LoL-Tracks eigentlich immer ganz geil. Selbst, selbst für, für, für Imagine Dragons mit Warriors konnten sie mich irgendwie so ein bisschen gewinnen. Aber, äh. Ansonsten. Ne, der hat mich jetzt nicht so abgeholt. Der war auch irgendwie gar nicht episch oder so. Ja, den fühle ich doch schon mehr. Den fühle ich schon deutlich mehr. So, Freunde, ich mach mal, äh, Stopp. Ihr könnt ab jetzt keine Songs mehr einreichen. Hab die, by the way, noch nie gespielt. Lorenzo spielt Nami. Ja, Nami ist gar nicht so schwer. Du musst nur wissen, dass du nichts aushältst. Du musst nur wissen, dass du nichts aushältst. Und du musst deine Bubbles treffen. Aber das wirst du gleich sehen, was es ist. Äh, einmal Hübi clean in den Chat, bitte. Aber wie gesagt, auch wenn, 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 äh, Whitewood jetzt quasi unten durch ist, kann ich ja trotzdem die Gratis-Produkte noch trinken. Hahaha. Geil. Schmeckt. Ja, wir sind, stimmt, wir sind Red Jam. Wir sind einfach Red Jam. Mann, ey, warum müssen die mit Nestlitz zusammenarbeiten? Die Sachen schmecken wirklich gut. Ich, ich hätte echt mit denen zusammengearbeitet. Ich finde, also, ich kann die, also, ich meine, wenn ich sich irgendwie Dünnpfiff oder so von den Produkten bekomme, dann kann ich die echt guten Gewissens empfehlen. So, wir spielen gegen Lee Sin. Oh, wir spielen auch gegen den Twitch. Och, nee. Der ist das Blindpick, ne? Okay. Und die haben eine Lux. Uah. Gah. Ah, da. Rapü. Rapü. Der Hater-Discount macht bestimmt jetzt schon Screenshots, wie du das trinkst. Hahaha. Leon, ich danke dir für deinen zweiten Monat. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Leon, den Yasuo. Yasuo ist auch immer schlimm. Seebär, Yasuo. Was für ein dummer Skin. Dünnpfiff. Meinst du, wie von den Proteinriegeln? Ja, aber bei den Proteinriegeln nehme ich den Dünnpfiff gerne in Kauf. So, da sage ich einfach so, das ist es mir wert. Das ist so für die Gains. Dünnpfiff für die Gains. Hahaha. Kai, der war... Sorry. Nee. Den kannst du besser. Kannst du besser. Was zum ist dieser Titel? Was ist der Titel? Und es ist hier kurz, wie wir uns mit Alblali danach in die Kluft der Beschwörers leiden. Wir streichen einfach den Anfang und nennen es einfach nur in die Kluft der Beschwörers leiden. Zack. Ach, der Titel vom Song. Tensei Shitara Slimedataken. Bruder, ich feiere diesen Manga. Wusstest du gleich, dass du Loistreams? Ja, das lese ich in jedem Loistream. Aber es ist... Es macht Spaß. Es macht sehr Spaß. Und wir spielen Full-Community-Team. Mein Mod Loki. Mein Mod Lorenzo. Mein Mod Justin. Und mein Mod Brot. Ich spiele mit vier Mods im Team. Die alle angefangen haben, weil ich es einmal gestreamt habe und dann ist die Sucht ausgebrochen. Und wir haben coole Effekte, Freunde. Aber die müssen natürlich zum richtigen Zeitpunkt kommen. Aber auf eine gute Runde. So, ich muss auf die Lane. Ich brauche meine Last jetzt. Und Asta muss das ja alles alleine machen. Ja, außer... Ach, Jim Justin ist auf Twitch gar kein Mod 2. Asta zockt es ja selber schon. Bloß jetzt gerade nicht. So, jetzt muss ich mal hier mal aufpassen. So, also für alle so jetzt... Oh Gott, oh boy. Ah, einen habe ich jetzt vercheckt. Ärgerliche Momente. Ah, der ist jetzt schon unsichtbar geworden, die Sau. Okay, das kann eine sehr ätzende Lane werden. Ich hasse Lux. Hör auf anzugreifen, Lorenzo. Ich brauche die Last Hits. Oh boy, wird das eine Lane. Ach du Scheiße, wird das eine Lane. Lorenzo, hör auf anzugreifen. Ja, wir müssen einfach sehr... Oh ja, Bruder. Oh Bruder, wird das painen. Holy shit, ich dreh hol. Aber das Ding ist, Lorenzo kann healen irgendwann. Das hilft uns. Oh, jetzt das Problem ist, beim ADC muss ich immer so krass aufpassen. Also ich bin immer so darauf fokussiert, meine Last Hits zu machen. Ich kriege dann vom Rest des Spiels... Lorenzo, hör auf anzugreifen! Lorenzo! Ich kann nicht Last Hitten! Wenn ich Last Hitten will, kann ich dem Poke schwer entkommen von der Lux, ne? Ich schaffe das schon irgendwie. Lorenzo, du kannst doch schon healen. Du bist Level 3, oder? Du kannst, glaube ich, deine W auch nicht machen. Ich glaube, es ist deine W. Wir müssen einfach überleben und mit unserem Jungler regeln wir das dann schon. Oh, ist das widerlich. Ja, wir müssen chillen einfach. Aber die pushen so hart rein, jeder Gank wird einfach easy. Oh, Loki kommt, Loki kommt. Oder? Ne, der macht erstmal die Krabbe. Oh, ich muss so aufpassen. Ja, er kommt, er kommt. Er kommt. Ich glaube, du kannst dich auch selber heilen, by the way. So. Ja, der macht sich jetzt unsichtbar, ne? Sehr schön! Let's go! Alter, was war das für ein dummer Fight. Wir standen einfach beide, obwohl, ah! Der hat kein Mana mehr. Pass auf. Wenn der mich noch ein bisschen heilt, wenn Lorenz mich noch ein bisschen heilt, ja, und über Level-Ups kann ich eigentlich, dann kriege ich noch ein paar Last Hits. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Die haben so Bock auf uns, ne? Die sind so greedy. Okay. Lorenz, du kommst nochmal. Die hat kein Mana mehr, ja. Die ist tot. Die ist tot. Nocturne ist da. Oh, boy, der Jungle ist auch noch da von dem. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Lorenzo, Feierabend! Okay, wir machen den Schuh, Bruder. Wir machen den Schuh. Mein ADC-Main gar nicht. Ich bin so schlecht als ADC. Ich brauche meinen Jungle. Boah, ich kann ADC nicht. Weil das Problem ist, ich bin so fokussiert aufs Last Hitten, dass ich... Ich kriege vom Rest des Spiels einfach nichts mehr mit. Das ist so schlimm. Ich bin das als Jungler nicht gewohnt, so viel Konzentration. Oh, jetzt gegen die übel Cash für die Turnplatten. Ich raste aus. Ich will einfach nur gegen die Luxe nicht sterben und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Yo, Tanziru, danke für dein frisches Prime. ADC kriegt einfach das ganze Geld. Also ADC kriegt einfach verdammt viel Cash und kauft sich dann extrem viele Schadens-Items, um dann quasi einfach... ADC heißt AD Carry. Quasi um einfach... Ja, das... Um einfach... Ja, er ist einfach die komplette Schadensquelle, hält aber nichts aus. Und deswegen muss er beschützt werden, damit er möglichst lang viel Schaden machen kann. Das ist quasi die Kurzform. Oh, er kriegt nämlich viel Schaden von den Minions. Und die Luxe haut auch permanent ihre... ihre... Die haut permanent ihre Fähigkeiten raus. Die kriegt Mana-Probleme. Die spielen zu greedy. Der... Der haut permanent raus. Der hat jetzt schon fast nur noch halbes Mana. Nicht angreifen, Lorenzo! Der sie... Mah! Lorenzo, hör auf anzugreifen, Alter. Du machst mich wahnsinnig. Ich plan meine Last Hits so. Ich weiß genau, okay, der Turm macht so viel Schaden... Oh! Ich weiß genau, der Turm macht so viel Schaden und der macht so viel. Oh. Loki ist tot. Oh, die ist Level 6. Die hat Ulti. Nee, da gehen wir nicht rein. Oder? Zu zweit? Ich muss sehr aufpassen. Ja, dass sie einen Stun nicht trifft. Oh, die Bubblehead. Oh, zurück, zurück, zurück. Da ist der Twitch. Aber die hat kein Mana mehr. Die hat kein Mana mehr. Ach nee, jetzt kommt der. Oh, aber ich hab den. Oh mein Gott. Ich hab den Twitch noch gekriegt. Wie? Warum darf Lorenzo nicht angreifen? Weil ich genau weiß, wie viel Schaden der Turm auf den Minions macht. Ich weiß, wie viel Schaden die von den anderen Minions bekommen. Und dann weiß ich genau, man muss halt immer den letzten Angriff auf die Minions setzen, damit man das Gold bekommt. Und ich plane halt immer, okay, der kriegt jetzt so und so viel Schaden, der Minion. Da muss ich den dann und dann angreifen. Und wenn Lorenzo mal angreift, ist das, ähm. Aber das Gift hat sehr lang gehalten. Ich glaub eher, dass der von dem, dass der von, von dem Jungle Monster angegriffen wurde. Also ich plane immer, wann ich angreifen muss. Und wenn Lorenzo immer angreift, dann bringt mich das aus meinem Plan. Und dann krieg ich den ADC nicht. Als Support gar nicht angreifen, aber nur ein bisschen. Erstmal gar nicht, außer man sagt, man will jetzt den Turm reinpushen. Dann natürlich voll angreifen und die Minions möglichst schnell wegbekommen. Aber prinzipiell erstmal, erstmal gar nicht. Oh, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Angriff, Angriff, Angriff. Ich hab ihn noch vergiftet, aber ich glaub, es reicht nicht mehr. Ja, Lorenzo muss noch lernen, seine Bubbles zu treffen. Wenn die natürlich treffen, haben wir einen Easy Kill. Aber die sind gar nicht so einfach zu treffen, weil die eine sehr hohe Verzögerung haben. Und Wards kaufen als Supporter. Wards, Wards, Wards. Wir müssen immer alles sehen. Wir müssen sehen, wann der Jungler kommt. Wir müssen, das ist... What this shit? Warum kannst du so viele Heiltränke? Weil wir auf einer Lane sind. Hier, siehst du? Wo wir sehr viel auf die Fresse bekommen. Und ich hab noch keinen Lebensraub, also noch keinen Lifesteal. Dass ich mich durch meine Angriffe selber heile. Und damit ich länger auf der Lane bleiben kann, muss ich es über Tränke aktuell machen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich bin tot. Ah, Bruder. Das ist so eine widerliche Lane. Ich bin so schlecht. Ja, ich muss meine Wards auch aufstellen. Ich bin kein ADC. Ich bin so schlecht als ADC, Mann. Ich raste aus. Ich mach das depressiv. Vor allem, ich bin immer noch nicht Level 6, Mann. Ich bin so bad. Ich mein, vielleicht krieg ich den. Vielleicht krieg ich den mit ein bisschen... Ne, ich hab immer noch nicht Level 6, Mann. Jetzt. Ich hab... Oh mein Gott, ich hab Volt. So, Feierabend. Twitch ist so widerlich, ne? Ne, Runde geht so circa eine halbe Stunde. Ich mein, wir könnten sie... Wir könnten rein. Wollen wir rein? Wollen wir rein? Ach, ne, aber jetzt. Au, ach. Deswegen hab ich Heiltränke. Okay. Ich denke immer, ich kann mit Lorenzo reden. Aber ich kann ja eigentlich gar nicht mit ihm reden. Oh, oh. Das ist jetzt nicht so gut. Aber ich hab mich grad unsichtbar gemacht, zum Glück. Oh mein Gott, zum Glück hab ich mich grad unsichtbar gemacht. Ah, der will mich von oben. Der will mich von oben. Bleib entspannt. Bleib entspannt. Der will safe von da jetzt kommen. 100 Pro. Wenn ich jetzt die Lux angreife, dann bin ich tot. Ich bleib jetzt schön unterm Turm, Alter. Ich mach hier gar nix. Aua. Der Twitch ist hier noch irgendwo. Aber ich bin da. Ich bin da. No. Oh, bin ich ein Noob. Ich kann ADC nicht. Ich hasse die Rolle. Warum hab ich Loki gesagt, er darf in den Jungle gehen? Hey, was geht Elias? Dankeschön für den Support. Oh, ich darf es nicht machen. Oh, ich bin so schlecht. Ja, mach Feierabend. Mich triggert das. Und ich kann noch nicht in den Chat gucken währenddessen. Weil ich mich immer so konzentrieren muss. Das ist... Ach, das ist nicht meine Rolle. Bruder, was ist das denn jetzt für ein Lied? Aber das Tetris Team als Orchestral Cover. What the fuck? Aber Loki spielt ganz gut. Da steht 5-2. Das spielt ganz gut. Loki, Drake ist ab. Ich weiß nicht, wie viel Leben du hast. Ah, okay. Aber ich bin da. Und ich will nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. ADC ist scheiße. Warum hab ich das Gefühl, dass er... Hier geht's... Alter. Okay, hier war Feierabend. Die waren alle da. Der Toplaner war sogar da. Bruder, was ist da denn passiert? EdC ist eine absolute Drecksrolle. Ich bin sehr unzufrieden, Freunde. Ich bin sehr unzufrieden. Vor allem gegen den Lux. Jetzt ist der schon wieder da. Und die Musik triggert mich auch minimal. Ich bin mit der Gesamtsituation... Oh, das war's. Oh, das war's. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, komm, hier zu dritt. Schön angreifen. Bruder, alles brennt. Ja, jetzt ist der auch noch da. Da kann ich mal in Chat gucken währenddessen, weil ich mich so konzentrieren muss. Das ist... Ah, nein, ich bin nicht... Das ist eine scheiß Runde. Nie wieder ADC im Stream, Mann. Einmal in Chat geguckt, schon bist du tot. Ja, aber Lorenzo, warum hast du dann Support genommen? Ich will Support spielen. Das hat nichts mit deiner Freundin zu tun. Ich rage in LoL nicht. Nur wenn ich in LoL was spielen muss, was ich nicht spielen will. Und vor allem nicht im Stream. Die Leute unterschätzen immer, wie konzentrationsfördernd es ist. Äh... Also wie viel Konzentration es frisst, im Stream zu sitzen. Und auch nur zweimal in den Chat zu gucken oder mal ein bisschen was zu kommentieren. Das ist sowas ganz anderes. Oh, ich mach jetzt den Schuh. Pass auf, pass auf. Ich kaufe mir jetzt das Item, dann habe ich irgendwann irgendwann mal was. Oh, ist das... Das ist Lars noch was, Mucke, ne? Tschüss. Mein Lorenzo steht 7-3, das ist gut. Aber, äh, ne, ich meine das Ding hier. Äh, Loki, nicht Lorenzo. Was glaube ich? Das Spiel kommt doch irgendwie in keine, in keine normale Phase rein, ne? Jeder lanet einfach nur die ganze Zeit. Es kommt nicht mal zu Teamfights oder sowas. Ach, Bruder, eine E... Ich hasse Lux. Wahrscheinlich könnt ihr mich jetzt ulten und ich bin tot. Ich kann ja nicht mal was gegen sie tun, ne? Ich bin mein Rengar. Ja! Das ist ja nie wieder ADC. Musik entspannen? Nein, die Musik macht mich sauer. Also, Privat-ADC ist noch okay. Weil da kann ich mich voll drauf konzentrieren. Aber ich, ich werde meinen Chat nicht verlaglässigen. Also, lieber spiele ich Grottik und lese meinen Chat, als dass ich den Chat nicht mehr lese. Und ich lese ihn jetzt schon sehr wenig, ich weiß. Auch das triggert mich, dass ich nicht richtig streamen kann. Was ist das für Mucke? Bruder, der nuschelt einfach. Bruder, der nuschelt einfach. Die hat schon wieder keinen Mana, ne? Ich komme nicht mal an die ran. Warum ist die so schnell? Jetzt greift der mich an, während ich unsichtbar bin. Ich will kein ADC spielen, Jonas. Ich wurde gezwungen. Ich hasse ADC. Das ist ne Scheißrolle. Nur Opfer spielen der ADC. Nein, ADC sind großartig. Aber kein Streamer spielt ADC. Vor allem nicht auf meinem Skill-Level. Ich brauche Zeit, um den Chat zu lesen. Ich will mit euch interagieren. Ich wollte schon jetzt Rengar spielen, Nomix. Ich bin mit euch. Die hat mich einfach getroffen, während ich unsichtbar war. Die weiß nicht mal, dass sie mich getroffen hat. Diese Musik, na? Ich will meine Ulf. Ich bin sauer. Ich bin sehr sauer. Daniel Schlafgutmeister. Das ist ja so ein Spiel, was einfach nur in der eigenen Base stattfindet. Weil man eigentlich schon verloren hat, aber die Gegner es nicht mehr ansatzweise hinkriegen, das Spiel zu beenden. Immerhin habe ich neun Kills. Die machen Spaß. Jetzt taucht gleich der gegnerische Twitch irgendwo auf und ich bin tot. Machen wir wahrscheinlich keine Barren, ne? Hubi dreht das noch. Ich drehe hier gar nichts. Ich drehe hier ins nächste Spiel Jungle. Spiel ist noch nicht verloren. Bruder, mental habe ich das schon fünfmal verloren. Ich drehe höchstens noch am Rad, ja? Oh, den Twitch will ich haben. Oh, habe ich Bock auf den. Oh, habe ich Bock auf den. Kommt der? Ne, der hat sich wahrscheinlich selber unsichtbar gemacht, ne? Da ist er, da ist er. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann ich denn mehr Schaden machen, als der gegnerische Twitch? Weil der nur 85 Farmer hat. Oh, ich habe auch nur 106, weil ich permanent tot war. Wie kann ich denn nur 106 Farmer haben? Was bin ich denn für ein Lauch? Was ist das? Was ist das für ein Lied? Was? Ich skipp das jetzt. Ich kann es nicht skippen. Mods, könnt ihr skippen? Ja, ich habe so Top Cinco, ich habe so Top Cinco Problems. Was? Was? Chat. 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 Der ist von Justin. Ja, der hat über den Link eingereicht. Wird Zeit, den Nightboard abzuschaffen. Oh, Freunde, wir trauen uns aus der Base raus. Es passiert. Es passiert, wir verlassen die Base. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler unseres Lebens. Oh, nein. Auf mich, oder? Nein, nicht auf mich. Hat es gelohnt? Eins gegen eins. Ist eigentlich okay. Ist eigentlich okay. Das Lied gibt es mit ganz vielen verschiedenen Namen. Oh, Gott. Oh, boah, ich war beim Kampf nicht dabei. Wow. Die war beim Kampf nicht dabei. Oh, das wird sehr ärgerlich. Trau dich. Trau dich, Bitch. Oh, das ist nicht so gut, Freunde. Oh, das ist nicht so gut, Freunde. Ich habe noch mal zwei Kills gemacht. Nee, die wollen es. Ah, aber die beenden es jetzt. Die wollen es nicht beenden. Die wollen mit uns spielen. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ja, jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du King. Du King, Alter. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den Skin schon verdiene. Okay, gegnerischer Jungler Belveth. Hab den Champ noch nie gehört. Oh Gott, die spielen Mundo und Sion. Die kann ich beide nicht... Oh boy, okay. Dann spiel lieber Gengar. Ah, du bist so ein Vogel. Belveth ist durch Attack Speed. Ach, die prügelt einfach nur rein oder was? Ach, die prügelt einfach nur rein oder was? Wenn nicht, erwarte ich eine Gegenleistung von der Aufwendung. Das Game wird schwer für mich, ja. Das Game wird schwer für mich, ja. Ja, Vaigar ultra widerlich. Age stunnt mich auch weg. Sion kriege ich quasi nicht gewonnt. Das Spiel wird wirklich, das Spiel wird insane widerlich für mich. Die Gegner sind quasi Rengar-Counter. Das ist sehr, das ist sehr eklig. Kann ich irgendwann mal mitspielen mit dem Platin 1? Bruder, ich bin... Ich spiele wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt ranken würde, Bronze 4. Ich weiß nicht, ob das so smart ist. Domi, was geht? Stimmt, die Age hat keinen Flash, du hast vollkommen recht. Bronze 4, Kings in der Hut. Ja, Dr. Hübi steht bereit, Kopium mitzubringen. Also, die können jetzt schon Kopium in den Chat schreiben. Age hat keinen Flash, aber einen Banger-Skin. Stimmt, das ist doch der teuerste oder der krasseste bei ihr, oder? Aber Sion ist auch so ein widerlicher Champ, Mann. Sion habe ich mir auch schon mal überlegt, ob ich mir den kaufe. Meine Passive macht Maximum Health Damage, wirklich? Ja, krass. Ja, Holz weh sein, Holzfäller sein, ja. Ja, es hat einer letzten Split einbenennen, äh, umbenennen eingelöst, aber der hat einfach nicht geschrieben, in was wir es umbenennen sollen. Ja, Holz, Holz, ja. Ja, Baumstamm-Säge. Ey, Novix, du bist ein King, Mann. Ich weiß aber nicht, ob ich, ob ich mich, ob, ob, ob mein Skill schon für den Skin reicht. Ich bin echt, äh, es ist, ich meine, ich habe so die Basics verstanden, aber ich habe immer noch nicht dieses typische Assassinen-Gameplay drauf. Aber, ne? Ich glaube, ich glaube, es gibt kein besseres Coaching als, äh, als ein Stream. Ash wird genauso wie Ash ausgesprochen. Okay, dann ist es Ash, alles klar. Gerne, Novix, gerne. Für Holz-Weh-Seil muss die Baumstamm-Säge rausgeholt werden. Startet der Shit mal. Äh, ne, wir hängen, äh, schon sehr lange bei 94%. Wahrscheinlich spielt Holzfäller sein Weh auf seinem, auf seinem Holz-Weh, äh, Toaster oder so. Ich weiß es nicht. Weiger ist, also, ne, das Problem ist, Weiger kann nicht easy stunnen. Also, Weiger kann ich nur angreifen, wenn er seinen Stun schon rausbekommen hat, aber der One-Shottet mich halt auch einfach. Ja, aber, Belveth, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was die für ein Champ ist. Kein Schimmer. Ähm, Ash ist für mich eigentlich ganz okay. Ash ist für mich ganz okay. Ich meine, ihre Ult ist auch eklig, aber, naja, mal gucken, mal gucken. Ich bin ja noch am Lernen. Erwartet bitte nichts. Danke. Belveth sieht wie ein HD-Render von der Shroom-Queen aus Partners in Time aus. Nee. Oder? Also, ich meine, es ist eine Frau, die lila ist. So. Ich meine, da war jetzt nichts mit einem Pilz oder so. Alter. Das ist so ungewohnt, mich mit einem Skin zu sehen. Weiger hat eh komplett falsche Runen. Hä, woher weißt du das? Hast du das Match im Internet nachgeguckt? Richtig, Domi. Aber ich meine, du weißt, so ein Loy-Steam kann lang dauern, aber wie gesagt, es bleibt gespeichert. Drück Steuerung 5. Was passiert dann? Was passiert dann? Haha! Ja, moin! Eis auf! Ich kann entscheiden, ob ich mit Kapuze spiele? Hä, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, hä, wie cool! Schlaf gut, Michael! Hat in jeder Himmelsrichtung einen Dash und wird stärker, wenn sie Kills macht oder riesige Monster erledigt. Okay. Ist ja voll unfair mit den riesigen Monstern. Bei riesigen Monster kann sie ja dauernd erledigen. Ich spiele also gut. Okay. Ich gebe mein Bestes. Die Gegner überzeugen mich noch nicht so, aber das ist okay. Die Drachen- und Void-Kreaturen. Okay, okay. Heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die keinen Drake bekommt. Sollte sie sowieso nicht. Ich versuche eigentlich... Warte mal. Ist der... Ist der... Oh! Mir wurde mein Red-Buff geklaut. Mashallah! Okay! Wir spielen also so. Mundo ist einfach nicht da. Der ist AFK. Okay. Dann kriegen wir vielleicht einen Siegesscreen hin. Aber bei einem... Also das ist... Es fühlt sich sehr eklig an, bei einem AFK-Spiel den Siegesscreen einzublenden. Ah! Jetzt ist er da. Okay, okay. Er kam nur etwas zu spät. Ja, hm. Jetzt ist mein Jungle leer, ne? Und die Krabbe ist noch nicht da. Was machen wir denn jetzt am besten? Woher kommt denn die Krabbe? Bei 3,30? Bei 3,30, glaube ich. Komm, dann wartet man die kurz ab. Was soll's. Ah, da ist das Origami gegen Mucke, ne? Ja, dann gehe ich jetzt erst mal heim und kaufe ein. Na, mein Rapper fehlt mir schon. Oh, warte mal. Er ist hier. Was? Der Mundo hat... Bruder! Der kam gerade frisch auf die Lane mit Level 2! Was hast du getan? Ah, vielleicht kriege ich den noch. Bruder, ich komme nicht an den Rand, ne? Habe ich da irgendeine Chance, an den Rand zu kommen? Wenn er noch ein bisschen bleibt. Wenn er noch ein bisschen bleibt. Oh, scheiße. Ich habe keine Chance. Oh, ich hätte jetzt schon längst außen rumlaufen können und über die, über die oberen Büsche kommen. Ja, ich hätte mit die Lane laufen müssen, ja. Aber wenn er jetzt noch da bleibt, bleibt er da? Er bleibt da. Ne, jetzt geht er. Schade. Okay, jetzt gehe ich auch heim. Oder nein, er bleibt. Oder? Ne, alles gut. Wir gehen, wir gehen. Ja, irgendwie kein so guter Startenspiel, to be honest. Irgendwie bin ich mit meiner Leistung heute Abend noch nicht so ganz zufrieden. Ich treffe keine guten Entscheidungen. Flash E-Free-Kill? Ich weiß nicht. War ich mir nicht sicher, ob ich so viel Schaden schon habe. Dagi Lukas. Renga macht halt am Anfang quasi gar keinen Schaden, gefühlt. Also das ist zumindest das, was ich gelernt habe. Ich kann nicht carryen. Ja man, übel sinnvoll. Sich von irgendjemandem in eine Elo bringen lassen, wo man gar nicht hingehört. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier unten was hinkriegen. Oh ja, wir kriegen da unten was hin. Die ist tot. Die ist so safe tot. Die ist so safe tot. Die ist so safe tot. Ich tue so, als ob ich nicht wüsste, dass sie da wäre und kill sie einfach. Okay, Freunde. Ja, Ace wird unser Hauptziel. Ace wird unser Hauptziel. Nimm mal das rote Tote mit, um die Wurzelgegänger zu entfernen. Sehr gut auf Jungle, weil du auf der gesamten Map bist. Ja, aber ist es nicht auch meine Aufgabe, irgendwie so ein bisschen dafür zu sorgen, dass ich auch was sehe? Also ich finde, meine Ward bringt mir auch immer sehr viel. Die Ace spielt, glaube ich, ADC. Die hat gar keine Items gekauft. Ne, die Belver. Achso, die Belver. Ich glaube, die spielt ADC. Ja, hat kein Pikachu dabei, richtig. Oh, oh, oh. Da ist sie. Okay. Was macht die denn jetzt? Was ist denn jetzt ihr Job? Die machen Drache. Die machen Drache. Die machen jetzt schon Drache. Mashallah. Bordlane, ich brauche eure Hilfe. Bordlane, ich brauche eure Hilfe. Oh, scheiße. Oh, ich habe keine Heilung. Ich brauche Heilung. Oh, die Ace. Die Ace. Ja. Ich muss den Kollegen killen für Heal. Ich brauche meine Stacks. Ich brauche meine Stacks. Ja. Shit. Jetzt haben die auch den ersten Drake. Mahnen alle, ich bin so schlecht. Eigentlich ist es sofort mit seinem Item zuständig. Aber verständlich, weil das eh keiner macht. Ja. Meine Waschmaschine ruft. Sanko. Kümmer dich gut um sie. Mann, ich will mein Level 6 haben. Die Midlane ist immer so schnell. Dafür könnt ihr Zerrid machen. Ja, True. Das ist auch noch eine Sache, wo ich mir bei Rengar sehr schwer tue. Also welche Jungle Monster er ab welchem Level alleine machen kann. Ah, die machen jetzt schon. Ah, jetzt ist der Mundo auch da. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich bin tot. Ich kann nicht angreifen, glaube ich, oder? Kann ich angreifen? Ja, ich habe den Kill. Sehr schön. Ich habe Mundo. Den Stack. Zurück, zurück, oder? Ja, zurück. Zurück. Passt schon, passt schon. Okay, ich gehe heim. Oh. Wir können noch mal angreifen. Ah, nein, jetzt ist Weiger auch noch da. Okay, zurück, zurück. Ah. Shit. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Old Way ist dead. Musste. Ich musste. Sonst wäre ich tot gewesen. Wie gesagt, mein größtes Problem ist, die Spiele sind immer nur Bruiser. Die macht schon wieder. Die macht schon wieder. Oh, ich bin tot, glaube ich. Nee, doch nicht. Okay, der Weiger ist übel whack. Der hat ja gar keine Ahnung. Das ist ja ein komplett blutiger Anfänger. Oh, Jamrim ist nicht da. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist alles andere. Das ist gut, Freunde. Ja, da ging nix. Morde hat die Ult auf das Magie-Shit von Mundo gemacht. Oh, Rade. Ach, fuck. Aber mein Smite hätte doch wieder nicht gereicht. Also, ich hätte ihn ja nicht ansatzweise killen können, oder? Oder kannst du... Nee. Hätte Smite mich hier gerettet? Aber ja, ich vergesse es. Es ist so dumm, ne? Warum kriege ich dieses verkackte Smite nicht in mein Brain? Ich vergesse immer, dass ich es habe. Das ist so... Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Weil, ich glaube, aus der Zeit, wo ich League gespielt habe, konnte man gegnerische Champs noch nicht smiten. Und das ist bis heute mein Brain. Das ist so dumm. Das ist so... Einfach nur ein simpler Knopf, den ich drücken muss. Ja, okay. Der hat gerade... Ich fühle mich schlecht, den anzugreifen. Weil der keine Ahnung hat. Der spielt wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben. Ich kann den nicht töten. Aber die Ace stirbt. Die ist mir scheißegal. Nein! Die hat mich im Turm gestunnt. Aber Varus hat ihn bekommen, sie erhüllt. Ich kann den nicht töten. Ah, ich hätte den Harald setzen können. Ich bin so hohl. Ah, der MC Volltrottel spielt auch gerade. Oh, Drake ist ab. Also, mal einfach mal... Ach, komm. Was soll's. Wir machen jetzt einfach Harald in der Mitte. Weil der Typ eh keine Ahnung hat. Oh, 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 Botlane. Oh, oh, der Jungle ist da. Oder nee, auf der Toplane fehlt Mundo. Ach nein, jetzt machen die Drake. Es läuft alles nicht so, wie ich will. Ja, der Harald muss da rein schallern, dass wir noch Turmpanzerungscash bekommen. Ja, sehr schön. Ach, das ist diese Fledermaus. Dieses Bellweth-Ding. Ich weiß, dass diese Fledermaus mich in einem meiner allerersten League-Matches komplett zerstört hat. Und da dachte ich mir so, Alter, ich fang jetzt mit League an und krieg so einen Drecks-Champ als Gegner. Ja, Freunde, dann töten wir halt den Walgar, ne? Hilft ja nix. Hilft ja nix. Es tut mir echt leid, Bro. Ich fühl mich schlecht. Ich fühl mich nicht gut. Ich fühl mich wirklich nicht gut. Also, ich meine, wahrscheinlich ein normaler Walgar hätte hier vielleicht auch nicht viel machen können, aber trotzdem. FF-Verweiger in den Chat, bitte. Ja, die Ace stirbt auch wieder, ne? Die ist jetzt wieder ein Free-Kill für mich. Oh, Justin ist down, glaub ich. Ja. Oh mein Gott, was? Oh, ich hab gleich Ult. Wenn Mundo nicht gleich flüchtet, ist er tot. Ah, okay, er flüchtet einfach. Oh mein Gott, ich krieg die Bellweth. Safe, safe krieg ich die. Nooo, ich bin ein Noob. Stirb, du Sau. Oh ja, das Blade rettet mich. Wegen Unsichtbarkeit. Alter, zu. Oh. Nein, der kriegt mich um die Ecke. Da kriegt er mich nicht. Kommt der? Wie viel hält denn der aus? Ich hab keine Ahnung. Ja, dann verteidigen wir mal nur. Ich greif den. Ich muss nur noch Cyan killen. Dann hab ich meine Kette voll. Oh sick, das seh ich jetzt erst. Dann hab ich plus 25% Attack Damage. Er war mal ein Nintendo Streamer. Ja, und dann hat Nintendo nie wieder Spiele rausgebracht. Man muss ja gucken, wo man bleibt, ne? Die krieg ich doch safe. Ja, kämpf im Busch gegen mich, bitch. Oh, 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 die sind zu dritt. Das nickt gut. Nein! Der hat mich mit seinem scheiß Stun-Kreis noch... Okay, ich werd Walger jetzt nicht meinen Schutz nehmen. Jetzt hat Walger einmal dazu beigetragen, dass ich gestorben bin. Welpenschutz vorbei. Welpenschutz vorbei. Ich glaub, du musst jemanden auswählen. Mit was auswählen? Mhm. Einmal was Spaß, zweimal Fatal, wart ab. Jetzt kommt Vendetta. Oh, wir haben neun Kills. Ich war bei acht dabei. Das nickt gut. Das nickt gut. Jetzt fällt erstmal wieder ein Kill auf der Bot-Lane, Freunde. Das nickt gut. 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 Das nickt gutt gutt. Das nickt 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 gutt. Oh, wir können Harold noch mal machen. Oh nee, wann kommt denn der wieder? Können wir den noch machen bei den 2 Minuten Comparen? Oh, oh, Fledermaus. Fledermaus, willst du abnippeln? Die killen jetzt nämlich hier ihn und kommen jetzt nämlich hier in den Jungle. Oh, die sind zu viert. Vielleicht sollte ich nicht angreifen. Aber der Drake kommt gleich. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die machen jetzt gleich Drake und ich kann nichts dagegen tun. Außer wir killen irgendeinen von denen bevor die da sind. Wenn wir irgendeinen von denen rausnehmen können, so direkt. Jetzt greifen die den Midtower an. Nein, die sind alle full life. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Ja. Aber Belbeth ist auf der Top. Oh mein Gott. Wenn wir jetzt hier angreifen. Oh. Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Aber ich kann die Ace rausnehmen, maybe. Oh, nicht gut, Freunde. Nee, da gab es nichts zu holen. Alter, es ist heute nur scheiße im Song Request. Es war noch kein cooler Track drin. Entweder so gute Musik oder Ich habe gesmited. Ich habe gesmited. As you see, my smite is on cooldown. Die, ähm, hallo. Ich wollte ja nur mal sagen, dass unsere Base gerade kaputt gemacht wird. So, als Idee. Ähm. Alter, was hat die denn da für... Was ist das denn? Was hatten die da für Monster? Was ist denn mit dir los? Was ist das denn für ein Champ? Wenn sie den Herald macht. Ach, das sind die... Ah, ich verstehe. Alter, was ist das denn für ein weirder Champ, Mann? Mann, jetzt ist unser... Warum unsere... Das sind unsere Topplanes wieder down. Das ist... Ach. Och, was ist das? Schülle für... Nein, skip. Skip, Mods. Ich... Ich will dieses Lied nicht mehr hören. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Irgendwann ist gut. Water Ninja Chih Tzu Water. Das haben die Baron gemacht. Es ist... Dieses ganze Spiel ist ein absolutes Desaster. Aber wir pushen die Mitte durch. Aber ich habe das Gefühl, wir leben gleich nicht mehr lang. Weil das eine Team kommt jetzt von hinten und die anderen kommen von vorne, oder? Ne, die sind alle heimgegangen. Okay. Ja, wir müssen aber schon wieder heim. Weil unsere Topplanes wieder durchgebumst wird. Ah, ich raste aus, Mann. Ist ein typischer Donnerstag, wo nichts läuft. Ja, irgendwie... Ist doch gar nicht so schlimm. Aber immer, wenn ich streame, verliere ich. Also immer in meinen privaten Matches habe ich immer eine viel höhere Win-Rate, als wenn ich streame. Irgendwie ist das weird. Jetzt gehe ich gleich drauf. Okay, alles gut. Jetzt... Ach, Bruder. Und ich kann halt auch niemanden raussnipen, weil die alle immer nur im Team rumlaufen. unsere Top-Lane. Nein, Jojo, solange ich den Boom streame, ist es okay. Da habe ich das Gefühl, ich arbeite. Auch wenn ich natürlich weiß, dass wenn ich andere Spiele spielen würde, ich deutlich mehr Geld verdienen würde. Aber das ist okay. Damit komme ich klar. Ich kann nichts tun. Nee, ohne... Das Problem ist, sobald Renga in seiner eigenen Base steht, ist es Feierabend. Weil ich brauche irgendeine Form von Büsche, damit ich irgendwas reiße. So, in meiner eigenen Base ist Renga komplett useless. PPTG, auf welchem... auf welcher Elo bist du denn? Ja, dann töten wir die Age mal wieder, oder? Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Lorenzo, greif doch an. Du läufst doch um. Lorenzo, du hast doch keinen einzigen Angriff gemacht. Sehr gut. Rein da. Gib ihm. Gib ihm. Lorenzo, mehr schießen, weniger laufen. Rein in die Masse. Holt euch die Kills. Ihr braucht sie. Sehr schön. Unsere Base. Aber die kann ich verteidigen. Die kann ich verteidigen. Ich bin dann wieder da. You got this, Lorenzo. Ich verteidige. Ich verteidige. Keine Sorge. Bruder, diese Musik heute. Also ihr hattet wirklich schon mal bessere Songbequests. Also heute ist wirklich nur Sprachen, die ich nicht verstehe und die immer gleich klingen. Heute ist so ein ganz weirder Tag. Es tut mir leid, dass ich so viel Lorenzo fronte. Ich will ihn gar nicht so viel fronten. Wirklich. Die machen jetzt Drake. Die stehen alle am Drake und warten ab. Wir haben halt wieder... Wir spielen irgendwie... Unser Team spielt keine Tanks, habe ich das Gefühl. Der steht da drin. Ich meine, ich kann mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt den Kollegen angreifen. Ach, fuck. Oh, von uns sind drei tot. Ärgerlich. Lorenzo, die kommen gleich. Lorenzo, die kommen gleich. Wir müssen eh heilen zum Verteidigen. Ich habe schon hier nicht gesmiltet, ne? Alter, was ist mit mir los? Was ist mit mir los, Mann? Für Games finde ich in LoL total hohl, weil du nie ausgeglichene Teams hinbekommst. Ich wette, bei Viewer Games wird es immer so sein, dass ein Team komplett zerstört wird. Stimmt, für mein Alte muss ich noch zwei Tage Camps machen. Du hast recht. Aber das ist bei solchen Games völlig sowas immer komplett aus den Augen. Ah, reicht jetzt schon. Hä? Ich habe doch nur eins gemacht. Okay. Alles klar, Jukin. Weiß ich Bescheid. Pes, Chaco, Drong, Drong, Bebe. Let's go. B-Chin-Guchi. Ja, Mann. Rein da. Ja, die machen jetzt wieder Baron, ne? Ja, das war es mit Baron. Und jetzt hat diese komische Fledermaus wieder übel viele Kills, Mann. Ah, nee, nicht Kills, aber diese Viecher. Diese Viecher. Wer hat denn bei denen die meisten Kills? Oh, wir sterben gerade. Wer hat denn bei denen die meisten Kills? Die Age tatsächlich. Ich muss irgendwie diese Age bekommen. Nee, das wird nix. Die Ult habe ich gewastet. Oder? Habe ich sie gewastet? Okay, ich habe die Age gekillt. Das ist gut. Ich habe die Age gekillt, weil die hat, die hat acht Kills. Der Fett, dankeschön. Ey, Tier 2 sogar. True Meister, dankeschön. Was ist das? Eric Cartman Poker Face. Chat. Chat, was tut ihr mit mir? Was tut ihr mit mir heute? Sehr gut. Sehr gut. Du machst das großartig. Morde. Weiter so Jam Ram. You got this. Ja. Good Job. Wie kann es eigentlich wieder so ein Spiel sein, was nur in unserer Basis stattfindet? Ich habe noch keinen Track drin gehabt, wo ich mir dachte, geil, Mann, zum Glück läuft jetzt dieser Track. Kein einziges Mal. Wir können halt auch nix pushen, ne? Also wie sollen wir denn irgendeine Lane pushen? Wie gewinnt man dieses Spiel? Wo ist die Age? Ich will die Age. Ich brauche die Age. Sonst ist Feierabend. Da ist sie wieder. Da ist sie. Da ist sie. Das war's mit dir. Unsere Base ist halt down. Unsere Inhips down, ne? Lauf, Justin, lauf. Jetzt kommt der. Jetzt kommt die Sau. Wie kann die mich denn killen? Ah, die hat auch sechs Kills. Was ist das für ein... Alter, Lorenzo greift nie an. Die heilt extrem viel. Ja, ich habe es gemerkt. Lorenzo hat irgendwie Talent dafür, immer erst ganz viel, um die Gegner rund zu laufen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie er klickt. Lorenzo, das muss ich mir irgendwann erklären. Vielleicht trifft er auch einfach nicht. Vielleicht trifft er einfach nicht den Gegner. Vielleicht kriegt er nicht angeklickt. Und jetzt sind wieder unsere Inhips down. Ja, wir können das Spiel nicht gewinnen, weil nur unsere Inhibitoren down sind. Wie willst du dich aus dieser Basis rauskämpfen? Sobald Ace wiederkommt, ist sie wieder tot. Die wird nie wieder auch nur einen Pfeil abfeuern, solange ich lebe. Aber ich habe noch die Hoffnung mit Jambran, wenn der Tanki wird, dass sie so ein bisschen Teamfight-tauglich sind. Hatten wir das Lied nicht gerade eben schon? Wir hatten doch gerade schon das Lied, oder? Oh, da ist die Ace. Leute, ihr müsst in die Mitte. Ich nehme die Ace raus. Alles gut. Gut, ihr solltet nicht mir folgen. So. Das war's mit der Ace. Hinter uns, Mundo. Ich habe gesmiltet. Seid ihr stolz? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Base, 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 base. Das hätte endlich mal ein sinnvoller Push sein können. Es ist zum Heulen. Noch ein Smilter. Ich lerne es langsam. Ich lerne es langsam. Ace lebt wieder. Ace lebt wieder. Wir müssen auf unsere Botlane aufpassen. Baron ist... Oh mein Gott. Baron lebt wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wäre Baron wichtig für uns. Schaffen wir den? Nein, die wissen Bescheid, ne? Alles. Wir müssen alles reinhauen, was wir haben. Alles. Scheiße, das war's. Oder? Sie haben geklaut. Nein, der lebt noch. Das ist jetzt nicht so gut, Freunde. Ja, das war's, glaube ich. Oh. Ach, wir verlieren wieder. Mann, wir sind nur am Losen. Das ist so... Was ist denn das für ein Matchmaking? Warum losen wir immer? Sollte Matchmaking nicht irgendwie so sein, dass man da nochmal gewinnt? Unsere Win-Lose-Rate im Stream ist echt grottig, Alter. Alter, wie greifen die an? Was ist denn das? Ich töte den Walger. Oder eigentlich muss ich die töten. Bruder, Alter, was ist denn mit der los? Hä, what the fuck? Wie krass ist dieser Champ? Was macht die denn? Matchmaking ganz schlecht, aber ich... Ich... Ich versteh's irgendwie nicht. Das hast du noch easy, Alter. Gar nix ist hier. Oh Gott, da kommt die, da kommt die Ace. Ich kann die da nicht mehr rausnehmen, ne? Die ist viel zu... Oha, Mashallah. Aber sie verteidigen noch wie Kings. Die wollen aber auch wieder nicht finishen, ne? Die spielen wieder mit uns. Ja, die spielen wieder mit uns. Das ist wie das Match davor. Die wollen nicht gewinnen. Mann, die trollen wieder nur rein. Die hätten wahrscheinlich schon viel schneller uns erledigen können. Oh Mann, schon wieder gelost. Ach, Reudig. Das ist so deprimierend heute. Warum? Ich hab Reudig gespielt. Ich hab richtig scheiße gespielt, Mann. So, ja, ich hab viele Kills, aber wir haben keine Objectives gekriegt. Wir hatten keine Drakes. Wir hatten gar nichts. Ich hab voll versagt als Jungle. Und jetzt müsst ihr nicht schreiben, du hast trotzdem gut gespielt. Braue ich nicht. Ist okay. Neue Runde, neues Glück, Alter. Ich will heute gewinnen. Odyssey lief gut, Poké. Ja, Odyssey hat Spaß gemacht. Das macht auch Spaß. Aber, aber es ist so, ich würde halt auch gern gewinnen mit den Jungs. Kein Blind Pick? Ja, okay. Ist okay, bin dabei. Draft. Nee, ich feier Community unten gar nicht, Sanko. Also, einfach aus dem Grund, dass ein Team wahrscheinlich komplett vernichtet wird. Was hätte ich denn mit den Kills machen sollen, Brille? Also, was wären denn jetzt so Moves gewesen, wie ich jetzt unserem Team besser geholfen hätte? Alter, was ist das eigentlich für Mucke? Bruder, diese Mucke heute, ne? Jetzt jodelt mir irgend so ein Opernsänger was voll. Schlaf gut, Asta. Alles klar, Simi, hau rein, Meister. Oh, wir müssen bannen. Äh, wen will ich weghaben? Lux, to be honest. Ah, ne, Lux wird schon gebannt. Oh, wen will ich denn noch weghaben? Yasuo? Maybe? Maybe? Ach, die spielen nicht nochmal, Belveth. Wir vertrauen einfach. Haben die zwei Champs gebannt, die wir spielen wollten? Weiß es gar nicht. Immer die Lasagne bannen. Was ist die Lasagne? Ach, das Pferd. Meinst du? Komm, Freunde, jetzt, komm, die Runde wird was. Oder selber spielen. Ja, Hikarim ist schon strong. Aber ich will Rengar lernen. Also, weil, weil mir wurde gesagt, Rengar ist ein Champ, mit dem man carrying kann. So, man muss, äh, man muss sehr viel, äh, man muss halt einfach sehr viel lernen. Du musst durch sehr viel Frust gehen. So, er ist halt sehr schwer zu lernen. Vor allem, ich bin jemand, ich spiele nie Assassins. Also, ich habe jetzt so ein bisschen gelernt, Assassins zu spielen. Aber ich habe noch sehr, ich habe noch einen sehr weiten Weg vor mir. Aber ich, ich, ich weiß, dass es halt richtig Worth ist, so Rengar zu lernen, wenn man ihn da mal kann. Aber der Weg dahin ist halt weit, weit, weit. Gerade am Ende nicht nur die Mitte auspushen, sondern alle Läden. Aber es waren überall Inhebsmeister. Nach Kills Turm durchpushen und nicht direkt Base gehen. Können wir ja nicht zu viel in einem Ort für eine Crap stehen. Ja, 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 okay. Aber ich habe jetzt auch nicht so Chancen gesehen, die Türme zu, aber ja, ich, ne, das Problem war, das Match war von Anfang an, das Match war von Anfang an irgendwie so, dass wir überall, wir hatten überall, wir hatten überall nur Brandherde. Wir hatten so keine Erfolgsmomente. Wir haben einen Turm im gesamten Spiel gehabt. So, na? Wir lernen, wir lernen. Er hatte beide gleich viele Kills, aber die haben wir alle am Ende gemacht. Die Kills haben wir alle am Ende gemacht. Es stand irgendwann mal, ich glaube, 16, 9 oder so. Und 8 davon hatte leider ich. Das war dumm. Ich muss meinen Mates mal mehr Kills lassen. Oh, ich muss bannen. Mashallah. Äh, 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 ähm. Ach komm, hauen wir Belverth weg. Kein Bock. Wir lernen, Freunde. Lernen durch Schmerze. Es ist zwar, die Spiele, in denen man reinscheißt, die tun zwar weh und machen nicht so viel Spaß, aber gerade aus solchen Spielen lernt man. Wenn ihr die Lane durchgepusht habt, die Zeit bis zur nächsten Lane zum Beispiel mit Warden verbringen. Okay. Ey, Tutti, dank dir für deine sieben Monate. Einfach nicht den Fokus und den Spaß verdienen. Ja, das ist eigentlich natürlich das Wichtigste, ne? Einfach sagen, okay, alles klar. Bruder, jetzt ist schon wieder jemand gelieft. Was ist das? Ihr habt das Recht. Ihr habt das Wichtigste, es ist echt einfach Kopf hoch und Spaß haben. Es bleibt ein Spiel, ne? Ja. Ich kam noch kein einziges Mal dazu, meinen Rengar zu picken. Wir schaffen das, Geist. Wir schaffen das. Ach, dann geht die ich jetzt. Je countet mich. Leon! Alter, 21 Monate. Dankeschön! Fast zwei Jahre, Kekwe. Schön, dass du da bist, Meister. Was bringt dir die Reagieren-Funktion unterm Stream? Ich weiß von nix. Haha! Ist halt auch ein Riesen-Nachteil, dass so gut wie alle Fünfer-Teams mit Audio verbunden sind. Ja, das ist noch so ein Punkt, aber das hast du überall. Das hatte ich auch, wenn ich, ähm, wenn ich mit Community in Splatoon gespielt habe. Also Community Games ist halt immer schwierig und ich will halt nicht im Voice schimmeln, weil ich da nicht auf den Chat eingehen kann. Das tut mir leid, ungeflummelt. Das ist, das ist noch so ein Punkt. Ja, da gebe ich dir recht. Wir haben allein deswegen schon Nachteil, weil wir nicht im Voice schimmeln. Das ist, das ist, das ist true. Da, da bumst man sich als Streamer und als Stream-Team immer selber. Bruder, schon wieder! Was ist das? Jetzt triggert mich gleich Leak an sich. Wir schallern gerade alle nur in A-Ram rein, ja, verstehe ich. Der Rest stimmt doch, ich weiß gar nicht. Hängt ihr zu viert auf, auf, auf Discord? Ja, tun wir, okay. Irgendwie dieses Matchmaking, ne? Geschenk erhalten, ah, das ist der Skin, Alter, Nomix, du geile Sau, Mann. Ich will dich jetzt mit mindestens 10 Kills in der nächsten Rolle sehen. Ich hatte 16, glaube ich. Oder wie viel hatte ich? 17 sogar! Skin gerechtfertigt, oder? Da seht ihr meine Rengar-Runden, ich verliere... Gebt euch, gebt euch das, gebt euch diese Rengar-Matches. Gebt euch diese Rengar-Matches. Man sieht, ich bin dabei, Rengar zu lernen. Hahaha! Sechsmal in Folge verloren. Oh boy. Deine Meinung zu den Voicelines von Rammus? Okay. Das Ding ist halt, ich hab halt sonst immer Champs gespielt, die halt super leicht zu lernen sind. Also sorry, Rammus ist einfach braindead. Y ist eigentlich auch übes braindead. So, nicht so ganz. Hekarim auch. Also ich spiele halt sonst immer solche übelsten Braindead-Champions, für die du halt legit nichts können musst, um gut zu sein. Und Rengar ist halt echt so ein Champs, so den musst du richtig krass können, um was zu reißen und auf diese Barriere treffe ich gerade. Oder du chillst in den Discord und mutest alle. Ja, aber dann hören die auch meinen Streamgelaber die ganze Zeit und können sich nicht gescheit unterhalten. Das ergibt auch keinen Sinn. Danku! Mit nem Gift jetzt hab an Gustav. Ey, dankeschön! Einfach so. Das ist cute, man. Vielen Dank, Meister. Jetzt kommt der Try-Trip. Ja, ich spiele jetzt nur noch Rengar. Ich spiele jetzt nur noch Rengar, bis ich keinen Bock mehr habe. Oder bis ich den Chat... Oh, ähm, den Chat. Den Champ. Oder bis ich den Champ richtig gut kann. Das ist... Ich will Rengar spielen. Entweder zerbreche ich oder meine Gegner. Push-to-Talk würde das Problem lösen. True. Hm. Aber das vergesse ich, glaube ich, auch. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Och nee, der hat Rammus gepickt. Der ist mein Hard-Counter. Ja, komm, ich schimmel... Auf welchem Server schimmelt ihr? Schon wieder ist jemand gelieft! Aber dann spiele ich immerhin gegen keinen Rammus. Warum denn? Also, warum liefen die denn? Ja, wir können einfach... Ja, wir können einfach einen DM-Call machen, ja. Und ich müde euch und, und, äh... Und macht Push-to-Talk an. Ah, Rammus bannen. True. Ja, ich banne jetzt Rammus weg. Den Hund, Alter. Die Wahrscheinlichkeit, dass man im Gegnerteam ist, ist wieder sehr hoch. Ah ja, weg mit dem. Die fürchten alle den Rengar, deswegen der Leaf. Schön wär's, Käpt'n Orange. Schön wär's. Wenn du Rammus bannst, wird die gepickt. Mal sehen, mal sehen. Die zittert schon vor deinem Namen. Ey, wenn's irgendwann mal so weit kommt, wär Baba. Alter, Blitzcrank, Heimerdinger, Wayne und Kha'Zix-Ban. Was sind das für Bans? Malphite. Mag ich nicht so, aber okay. Nasus Morgana. Also Morgana geht noch irgendwo. Morgana ist eigentlich für mich okay. Ich muss, die darf halt nur, ich, die, die Q darf mich nicht treffen. Aber Nasus und Malphite? Ja, um gegen Morgana zu spielen, das ist übelreudig. Ach, nee, jetzt kommt Tilo, Alter. Äh, aber Nasus und Malphite ist gruselig. Bro! Hä, jetzt hat jemand von uns gelieft. Justin hat gelieft. Justin, what the fuck? Jetzt haben wir eine 30-Minuten-Strafe. Okay, Justin, ich glaub, du musst gehen. War mit Disco, wegen dem Grupp. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn wir jetzt im Blind-Pick gehen? Dürfen wir das spielen? Okay, nee, dürfen wir auch nicht. Okay, Justin, du musst, glaub ich, lieben. Halbe Stunde. Das war's mit mir, Kegwe. Okay, er ist wieder Draft-Pick. Eigentlich, ach komm, ich bin einfach Blind-Pick. Ich hab keinen Bock mehr. Wer fehlt denn uns jetzt? Lorenzo. Okay, wir spielen Blind-Pick. Ich hab keinen Bock mehr auf Draft-Pick. Ich will nicht mehr. Oh, Freunde, ein neuer Versuch, Renga zu spielen. Was ein Abend, Bruder, was ein Abend. Weißt du, ich hab auch so viele krasse hier noch Effekte, die ich euch alle zeigen will. Aber es passiert einfach nichts Krasses, dass ich die nutzen kann. Es sind so Spiele, die so vor sich hin dümpeln. Versteht ihr, was ich mein? Oh, das ist ein gutes Lied. Das ist ein gutes Lied. Spiel den das erste Mal, oh boy. Liegt am Bordskin, den muss man alle paar Spiele ändern. Okay. Dann spiele ich jetzt die Blume. Wie viele Songs sind in der Cue? Elf. Okay, die jetzt noch kommenden Lieder sind okay. Die sind okay. Also ein bisschen Trash ist drin, aber... Das vierte Leak-Lied? Ja, die Leute fühlen Leak, hab ich das Gefühl. Komm, gib mir einfach ein gutes Spiel. Ich will ein, zwei Drakes machen. Ein paar schöne Kills machen. Und dann pushen wir durch. Und dann mach ich mal eine schöne Siegesanimation. Yeah, ich komme. So, warte. Okay, dann mute ich euch jetzt. Und dann mach ich Push-to-Talk an. Moment. Dann kann ich ein paar Calls durchschallern. Sprachen-Video-Chat, Push-to-Talk. Oh Gott, welchen Knopf nimmt man denn da? Was brauch ich denn? Brauch ich Steuerung in Leak? Nee, oder? Steuerung braucht man nicht in Leak, ne? Nur fürs Emoten, okay. Ihr hört mich? Okay, wunderbar. Alter, jetzt gucken wir mal, wie das mit Choros läuft, Freunde. Alter, wir haben jetzt diesen Song einfach mit diesem anderen Leak-Song da von vorhin vergleicht. Dieses Ami-Rap-Pop-Giudel. Es ist halt, es ist halt Welten dazwischen. Jetzt wird's laufen, mal gucken. Ich hoffe, ich hoffe. Wir bleiben positiv, Freunde. Wir bleiben gut gelaunt und positiv. Wir spielen jetzt einfach eine schöne Runde. Und dann will ich endlich auf diese Krone drücken. Ich will diese Sieges-Animation abspielen. Wer jungelt? Ich hab gar nicht aufs Gegner-Team geguckt. Warwick jungelt, okay, ist okay. Lux, Aurelion Sol, diese komische Frau, die ich nicht mag. Und, und... Die haben kein ADC. Oh, die Bot-Lane wird Yon, okay. Ist okay. Gegner-Team ist okay. Also Lux baller ich raus. Aurelion Sol ist das einfachste Opfer überhaupt für mich. Die da finde ich ein bisschen komisch. Gwen, die finde ich weird. Ja, Yon, Yone, ich weiß nicht, wie ihr den ausspricht. Und Warwick ist auch so, ist okay, so. So, ist okay. Mir spielt's auch mit Kapuze an. Oh, jetzt hab ich Push-to-Talk gemacht. Aurelion Sol ist ADC? Echt jetzt? Den kann man auf AD spielen? Ich mein, ja, weil er Heal dabei hat, ne? Ach, der ist APC. Ach so, der geht auch auf AP. Okay, kapiert. Oh, den zweiten Urlaub, ich hab mir wieder verkackt. Dieses Lied, Digga. Wer auch immer, Tobias heißt Happy Birthday. Happy Birthday. Oh nein, du hast ihn nicht mehr angegriffen, Jambram. Der wurde executed. Der wurde executed. No! Der Warwick hat First Blood bekommen. Ich raste aus. Was geht, Husky Mansion, dass du da bist? Jetzt wurde ein Gegner exekutiert. Wo exekutieren die sich denn alle? Oh, 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 oh. Der hat Bock auf mich. Der greift mich safe gleich wieder an, ne? Hey, der smelt mich. Der weiß genau, wo ich bin. Ja, geh mal erstmal weg. Geh mal erstmal weg. Einmal Full Clear. Einmal den Jungle komplett leer geräumt. Das kaufen, Ward kaufen, weiter geht's. Ich kann versuchen, ich probier meinen Lane-Gank auf der Bot-Lane. Wir probieren's mal. Ich mach das, ich hab das sonst noch nie gemacht, aber wir probieren das jetzt mal. Oh, aber die gehen heim. Naja, dann brauch ich keinen Lane-Gank machen. Oh, Jamrim hat ein bisschen Probleme mit Ryze. Ja, dann bin ich rein. Nee, den kriege ich glaube ich nicht, oder? Aber der ist schon sehr krass reingepusht. Sollen wir erstmal tryen, was passiert? Na, das war jetzt nicht so erfolgreich. Danach noch ein Match. Hängt von meiner Laune ab, so. Oben ist auch krass reingepusht. Sollen wir mal schauen, was da abgeht? Aber die hat Ulti schon, die ist schon Level 6. Oh, aber der, oh, sehr schön, sehr schön. Ich komme, ich komme Toplane. Ran da. Was ist denn das jetzt? Okay, jetzt war es wieder ein beschissener Gang. Mann, Alter, ich spiele so weg. Warum will ich auch einen schweren Champ lernen? So, das ist so... Oh, äh, okay. Die hat Bock. Aber, Bruder. Zurück, Brot. Ich wünsche, ich hätte so eine stabile Mentalität, die du... Alter, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht, alles andere ist stabil, Mann. Oh. Jamran kriegt nur auf die Fresse in der Mitte. Oh je. Weißt du, das Ding ist halt, das Problem ist, es ist auch so verlockend. Es ist halt auch so verlockend, auf einen leichten Champ zu wechseln, ne? Einfach, einfach Rammus spielen. Rammus spielen, du musst nichts tun und, und, und bist gut. So, und worth und, und. Ich spiele stabile Spiele. Aber, das ist halt so, ist halt, ist halt einfach, ja, ist halt einfach und fühlt sich dann irgendwie nicht rewarding an. Du kannst auch nicht carryen und so. Oh, jetzt ist auch, oh je, auch Toplane gestorben, oh je. Oh. Oh. Ich würde euch so gerne jetzt mit guter Laune versorgen, ne? So, so, hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Seit dessen sitze ich hier und bemitleide mich selber. Mann, Alter. Das ist nicht meine Mentalität. Das ist nicht meine Mentalität. Schluss jetzt, Freunde. Oh, jetzt ist der schon wieder da. Puder. Gott, der ist doch nicht auf unserem Elo, oder? Der spielt so gut. Ich bin echt ein depressives Lenker, ja. Du z.B. hast alle im Spiel. Nein, ich krieg nur auf die Fresse. Was bist du für eine Elo? Gar keine. Unranked. Ich bin Level 30 in-game. Also, ich dürfte jetzt Ranked spielen. Jetzt macht der meinen Red Buff. Der macht meinen Red Buff. Zum Red Buff. Zum Red Buff. Zum Red Buff. Zum Red Buff. Ja. Nice one. Oh, jetzt kommt die, jetzt kommt die, jetzt kommt die. Ja, ja, ich hab's gesehen. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Der hat halt schon drei Kills, ne? Kira, ich danke dir für den Zap, Mann. Du hast auch mal erst mal zehn Tage nicht geduscht, um das richtige LoL-Feeling zu kommen. Zehn Tage müssen es sein? Scheiße. Wie lange machst du noch? Boah, kein Schimmer. Vielleicht lege ich mich nach der Runde depressiv ins Bett und mitleide mich selber. Oder ich rasiere jetzt noch und denke mir, ja, Mann, rein in die Masse. Fünf Spiele noch mindestens. Das Problem ist, Warwick kann halt auch alle Objectives solo machen, ne? Das ist auch so ein Punkt, ne? Ich kann halt mit Warwick, ich kann halt mit Warwick dieses... Ja, da ist er schon wieder, ne? Ich kann halt mit Warwick die Objectives nicht machen. Ich hab ihn gesmited statt... Statt... Oh! Ach, jetzt kommt die... Ich hab... Bruder... Jetzt... Ja, ich bin tot, weil der jetzt so schnell ist. Ich kann nix machen. Doch, ich kann ihn stunnen. Oh mein Gott, ich lebe noch. Hast du schon die Leaks zur TRTK gesehen? Ne, die ist mir vollkommen egal. Ich verfolge zu einem Spielort zu einem Film nichts, bis es released wurde. Aber ich hab Smite benutzt. Auf nen Champ. Das ist gut. Bloß, da sollte es nicht hin. Außer Trailern. Ach, da guck ich auch nur die, die in den Direct sind. Warum wollen die Leute Leaks, aber hassen? Spoiler. Gute Aus... Oh, 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 oh. Der macht, der macht Drake. Der macht Drake. Drake, Drake, Drake. Sehr schön. Sag mal, ist der Aurelion Zoll AFK? Ne. Der ist da, okay. Ich will, dass die Lux nach oben kommt, aber ich glaub, die kommt nicht. Oh boy. Kommt die hoch? Nein. Nein. GG. Ich geh zurück bei der... Ja, die kommt. Die kommt. Nein. 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 Warum greift der mich an? Was will der von mir? Ja. Och, der ist schon wieder da Der ist schon wieder da Drauf, 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 drauf Zurück, zurück Ich hab gefehlt Junge, der chillt nur in unserem Jungle, ne Bruder, es ist so Die pushen schon wieder so gut Was, was sind jetzt so Sachen, die ich tendenziell besser machen kann Außer vielleicht, wenn meine Spells treffen und sowas Ich fühl mich wieder so lost Bruder, die Musik, ne Oh Gott, Junge hat sechs Kills, mashallah Jetzt wurden hier die Büsche weggebrannt Das ist ja als Rengar übel beschissen Jetzt hab ich auch noch RNG-Pech Weil ich jetzt keine Büsche mehr hab Was ist das denn Jetzt hat LOL auch noch nen RNG-Effekt Ach, der ist schon wieder da Was willst du von Bruder Ich bin so abgefuckt, ne Jetzt ist der Gott gleich Jetzt läuft irgendwie alles nicht so rund Wachsen die Büsche nach? Nein Nein, alles gut Achso, ist das Lied das, was Was, was, ist das Lied ein Ding? Zweiter Weltkrieg Lied oder was? Hat es problematisch einen Hintergrund? Boots kriege ich automatisch, Captain Über meine Runen DDR, ja, aber DDR ist doch jetzt auch nicht schlimm, oder? Das können wir schon laufen lassen Also DDR ist jetzt, ich sag mal, nicht schlimm wie jetzt Zweiter Weltkrieg Alter, die wird einfach acht Kills, Bruder Oh, ich will die Kills, ich will die Kills, ich brauch die so dringend Ich will beide, ich will beide Ich will beide Yeah Das ist gut für meine Kette, Freunde Oh, Drache Drachen helfen Achtung, der, der hat übel viele Kills Haben wir Ult auf den? Haben wir Ult auf den? Nein, haben wir nicht Ah, okay Bruder Was ist das jetzt wieder für ein Lied? Streichholz LP Die Alertbox ist gemutet? Echt? Lol, du hast recht Ah, der Zehner Ich möchte Ihnen hiermit für die nette Abendsunterhaltung danken Wenn Sie mir auch danken wollen, würde ich Ihnen gerne erfahren, wenn Kaiser weitergeht Morgen, Meister Warum sind die Alerts mute? Ich hab die nicht gemutet Die sind an Ernsthaft, jetzt kommt dieses Lied im Song Request? Freunde, wir losen schon wieder Es ist das dritte Game in Folge, was wir losen Es ist, es ist, irgendwie ist Lol Lol privatspielen Ein Win nach dem anderen Arschgeil, macht übe Laune Lol im Stream spielen Mein Leben ist so sad Wirklich Oh, ist das wirklich euer Song Request, Freunde? Ist das euer Anspruch an den Song Request? Er war wirklich rave Danke für den Zehner, Mann Vielen, vielen Dank Sehr, sehr lieb Vor allem, ich hab hier keine Büsche mehr Alter, das finde ich jetzt echt weird Dass ich jetzt einen Nachteil hab Weil ein falscher Drache erschienen ist So, like the fuck Wirklich? Was ist das? Das ist doch nicht korrekt, Mann Jetzt kommt der Warwick da wieder Gut, zwar aus die Büsche, Büsche Nee, wenn ich aus den Büschen angreife Springe ich so nach vorne Ach, jetzt ist der schon Es ist so Es ist einfach so Unangenehm Es ist so ein richtig unangenehmes Spiel Wirklich Warum haben wir hier drei Losers im Stream Warum Ich kann Ich hab jetzt Habe ich nicht am Dienstag auch drei Spiele gemacht Und zwei verloren Und das letzte gewonnen Wir haben eine 5-1-Quote im Stream Was soll das? Warum? Luigi, der Song war mir leider einfach zu depressiv Das wollte ich jetzt in dem Moment einfach nicht hören Kriegen wir den nicht? Wir kriegen den nicht, ne? Ne, wir kriegen den nicht Oh, jetzt kommt die Die hat auch viele Kills Ich hab in 10 Sekunden Ult Dann ist er tot Wenn er dann noch da ist Ich will die Lux tot sehen Ich will die Lux tot sehen Warum stunnt die mich nicht? Hä? Warum hat die kein Skill zurückgefolgt? Die hat mich einfach stunnen und umbringen können So, Freunde Das war, das war ganz cool War ganz gut Nein, jetzt bin ich wieder tot, ne? Oh, ich bin nicht tot Ich hab noch Flash Wir haben gar keinen Ton mehr Hä, was ist denn jetzt los? Ah, jetzt haben wir wieder Warte mal, wir machen nochmal Ich weiß, warum wir Moment mal Ich weiß, warum wir Ding sind Ich bin Mute Weil ich Discord auf Mute hab Alter, Tim Oh, Bruder Was geht? Alter Ich Vielen Dank für dein Rate Ich hab nur grad leichte Tonprobleme Es tut mir furchtbar leid Es tut mir furchtbar leid Ich hab nur grad leichte Tonprobleme Schön, dass du da bist Es tut mir furchtbar leid Meine Alerts sind grad Mute Weil ich hänge mit Leuten im Discord Und deswegen musste ich die muten Und dadurch ist automatisch Was stimmt? Ich hab wirklich keine Schuhe Warum hab ich denn keine Schuhe? Und dadurch ist irgendwie alles andere auch Mute Vielen, vielen Dank Schön, dass ihr hier seid Es ist mir eine Ehre, Mann Es ist mir eine Ehre Brian, wenn du den Typen geultet bekommst Ist er maybe Okay, jetzt nicht mehr Vergiss es Jetzt pushen sie wieder auf allen Lanes Ach, das stinkt doch Ne, den krieg ich auch nicht Okay Beste Leben Ach, das ist Warum Wann kann man dich Wann kann ich mal dich raiden? Ja, aber komm Es ist grad mal Viertel vor zwölf Das ist jetzt nicht so schlimm Aber du kommst grad zu meiner dritten Niederlage im Stream Ich bin todesfrustriert Immer wenn ich streame Verliere ich ausschließlich Ich glaub wirklich Ich müsste mal ein Match ohne die Jungs machen Ich glaub, wir haben das Problem Dass das wirklich Wir haben das Problem, dass meine Ich glaub, dass mein Matchmaking Mich gegen Mich gegen gute Oder was heißt gute Gegen bessere auf meinem Niveau Weil ich hab ja schon League-Erfahrung matcht Und ich halt vier Anfänger mitnehme Und die dann halt einfach von den Erfahrenen Leuten auf meinem Level Komplett zerstört werden Ich glaub, ich müsste mal ohne die Jungs Ins Matchmaking gehen Ich glaub, dann läuft's besser Viel Vorarbeiten fürs Wochenende Oh ja, true Ich verstehe Ich verstehe Ich will den Tod sehen Ich krieg 700 Gold dafür Meint ihr, ich schaff das? Ich glaub nicht Wir können ja mal tryen Wir können ja mal tryen Oh, ganzes Arschloch Wie extra geblieben ist Kriegen wir die? Ne, ich glaub, wir kriegen die nicht, oder? Doch, kriegen wir Hi, junge Dame Wenn die in den Busch läuft, hab ich sie Ja, ja, jetzt hab ich sie, oder? Ja, jetzt haben sie Drake gemacht Das Problem ist, dadurch, dass er halt auch zu früh ins Hintertreffen geraten Geht da halt gar nix Dadurch sind wir immer nur am Basis verteidigen Und die können dann einfach schön Drache und Baron und alles Ding Dadurch, dass wir so früh immer die Kontrolle über das Spiel verlieren Haben wir dann immer quasi verloren Weil wir, weil wir kriegen keinen Drake Wir kriegen keinen Baron Wir sind nur am Superminions verteidigen Weil unsere Inhibs down sind Und dann ist es einfach immer nur so So ein Kampf gegen den unabweichlichen Tod Und das ist dann immer so Immer so frustrating, glaub ich Ich glaub, das ist das Hauptproblem Alter Bruder, der Typ hat 21 Gills Ja, kill ihn Nein Ich glaub wirklich, dass dieses Matchmaking mit den Jungs aktuell uns das Genick bringt Nein, an dem Song hab ich nichts auszusetzen, Meister Meine Gedanken sind grad woanders Welt 2, heißer Sand, Paragrupa-Widerstand Oder dieser Kometeneinschlag, ne? Soll ich jetzt noch nen Kill machen oder nicht? Was soll's Machen wir noch nen Kill Ich laufe jetzt einfach weg, ja GG Ja, jetzt mach ich noch Soll ich noch ne letzte Runde machen? Sollen wir ins Rank gehen? Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt Um sein erstes Rank zu spielen? GG Lorenzo Ja, aber der Flow ist gebeitet, Justin Es ist ja kein Es ist ja kein Es ist ja nicht mein selbstgemachter Flow Ich mein, es gibt ja ganz viele Lieder in die Richtung Der ist ja quasi nur kopiert von dem anderen Song Alter, Jamfram mit 0,15 wurde übel durchgebummst Ah, unangenehm, Bro Einfach abhacken die Runde Ja, okay, im Callschirm hat er jetzt auch nicht so ganz die Offenbarung gebracht Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt Sollen wir Sollen wir ins Erste Aber soll ich das dann mit Rengar spielen oder mit jemand anderem? Der einzig wahre ist Oh, boi Die bei Calls waren schon sehr true Ich glaube mit Rengar ist Tank Ist aktuell ne Tankmeter? Ist das so? Soll ich Solo Rank gehen? Sollen wir? Das letzte Spiel für heute Abend Der Links wollte dich töten Wer ist der Links? Was meinst du? Rengar ist nicht so der Pick im Solo Aber ich hab da ganz viel anderes gelesen Ich hab gesagt Also mir wurde gesagt, dass der übel krass ist Dass man mit dem voll gut carrying kann und so Schlaf gut, Jamfram Ja, komm Freunde Letzte Runde, unser erstes Rank, was soll's Und morgen sind wir auch nochmal live Ungeplant Da machen wir einfach die Ranks Ja, wir machen nochmal Songs einreicher Song Request ist an Mit welchem Champ gehe ich dann? Soll ich da mit Ramos? Du kannst dich schon hochfieben mit Rengar Ja, aber ich glaube ich bin halt noch nicht gut genug Dass ich mich am Anfang so hochfiele Ich glaube da fehlt mir noch der Skill Komm, was soll's Tryen wir Machen wir unser erstes Rank Game Ramos spiele ich auch viel Okay, wir haben viele Ramos-Fans im Chat Okay, wir spielen Ramos Brauchst am besten mehrere Ja, das stimmt Rengar ist ein Chap Dem muss man richtig gut spielen können Dass er useful wird Richtig, genau das ist der Punkt Also ich habe jetzt halt schon 20 Games gemacht Und ich glaube ich habe halt so 75% verloren Aber es ist cool damit Also ich spiele Ich spiele den halt immer weiter Ich will den halt können So, ne? Oh, unser erstes Rank, Freunde Ich meine es ist noch ein Platzierungsmatch Also es passiert noch gar nichts Aber Let's go Okay, nimmt wieder jemand nicht an Nein, es ist nicht anders als normal Es ist ein ganz normales Spiel Bloß, dass du halt eben gerankt wirst Ah, da queere ihn einfach Gold 4 Ich weiß aber, dass sie hier Sie hat sehr hoch gespielt Das weiß ich Aber die hat sich jetzt noch nicht ranken lassen Oh, Santiano in der Playlist Danke, Guys Ich war früher auch hoch, aber ranked Aber auch hoch ranked Meinst du, glaube ich, auch andersrum, ne? Ach, auch hoch, aber ranked Ich verstehe die Nachricht nomics nicht Wie, dann kennst du Alina schon? Boah, die war mit einer meiner ersten Zuschauerinnen Alina kenne ich schon bestimmt seit sieben Jahren oder so Oh, boy, Freunde Jetzt geht's um alles Warum steht hier Greifvogel? Warum steht hier HübeTV Greifvogel? Was ist denn Greifvogel? Das stand da noch nie? Aber es ist nicht Roy's one Und warum sind mir jetzt meine Beschwörerzauber andersrum? Was ist denn hier los? Skip bitte, ja Wen bann ich denn? Auf wen habe ich keinen Bock? Morde ist schon weg Lux, Lux die Bitch Ich glaube, ein Riesenproblem bei unseren Lollrunden ist Dass wir halt immer Nicht alle Rollen abdecken Immer muss jemand eine Rolle spielen, die er nicht kann Ah, ich verstehe, was du meinst Ja, ja, ja Jeder bekommt Jungle Camps als Namen Dass man die Spieler nicht nachschauen kann Und dodge deswegen Ah Ja, krass Ja, krass Das kenne ich ja auch schon ewig nicht mehr Aber anhand welcher Skills Matchen die mich jetzt? Ich meine, ich habe ja noch nie einen Rank gespielt Wahrscheinlich so anhand von Wahrscheinlich irgendwie so anhand von Meinen bisherigen Games, oder? Wie wird denn das jetzt berechnet? Ich muss aber vorher noch auf die Toilette Bevor die Runde losgeht, höpfe ich noch kurz aufs Klo Was für ein Level hast du denn? Gefühlt ab einem hohen Level Wie 300 schwitzen auch die ganzen Leute im Normalen Enormous Dass man gleich Rank gehen kann Ich bin Level 30 Achso, das war gar nicht an mich gerichtet So, dann schauen wir mal, Freunde Boah, die haben voll viele AP Egal Egal, ich spiele jetzt den Rammus Ich spiele den Rammus, Freunde Ich gebe euch den Rammus So, ich mache Song Request aus Was ist denn Bury the Light? Was ist das für ein Lied? Ich muss kurz schreiben Ich bin einfach unranked Aber mein Lobby ist nur Silber Ja, aber Silber ist doch so normal, oder? Alter, was geht denn hier ab? Alter, alle haben den Silberrahmen Heißt es, dass die alle früher Silber gespielt haben? Bruder, okay Okay, ich bin gespannt So, Freunde Jetzt wieder volle Konzentration Irgendwann kann ich Renga Irgendwann kann ich ihn Aber jetzt muss ich erstmal auf die einfachen Champs zurückgreifen Y Rammus Hekarim Das sind meine drei Champs Das sind die drei Champs, die ich aktuell kann Schauen wir mal, was das wird Ich würde gerne irgendwann Renga spielen Aber ich glaube, jetzt muss ich mich aktuell einfach auf das konzentrieren, was ich kann Und das sind einfache Tank Champions Einfache Bruiser Na Und Jarvan kann ich auch noch Und Jarvan Das sind so Einfach, einfach, einfach Bruiser Nahkämpfer, die einfach auch was aushalten Das ist aktuell, was ich kann Ich würde gerne Renga können, aber Alles zu seiner Zeit Wer ist denn das? Was ist denn das für ein Champ? Das ist Gin? Was? Der sah aus wie eine Frau Bruder Alter, den habe ich ja noch nie gesehen, den Skin Du magst nicht schnell rumzulaufen Rammus Hekarim Ja, schon Aber eigentlich, weil Eigentlich spiele ich die vor allem gern, wie gesagt Weil sie halt einfach in die Fresse geben Und Aber halt auch gleichzeitig was aushalten Also ich brauche diese Mischung aus Damage und Tankiness Was ist das jetzt wieder für ein Titel? Was ist jetzt mit dem Titel passiert? Mit dem Titel hat sich gar nichts geändert, Bruder Achso, du meinst wahrscheinlich die Mucke, oder? Genau, und jetzt wird nicht jeder Ja, das Ich glaube, das trifft es am besten, Nomix Dass jeder Dass jeder Jeder Fehler direkt bestraft wird Du stehst einmal an der falschen Position Tot so Du machst einen Mistklick Direkt weg, weil du keine Leben hast Ja, ich glaube Ich gebe dir recht Ich glaube, das ist das Üble an ihm, ne? Egal Ist jetzt nicht mehr wichtig Wir sind unserem ersten Ranked Und jetzt Jetzt müssen wir einfach liefern Und wir spielen den Champ, den ich kann Jetzt gibt es keine Ausreden Dass ich die Mechanics nicht kann Oder so Das Camp ist so geil Weil sich die ganzen kleinen Viecher Einfach selber killen Wenn sie mich angreifen Ich liebe es Und plöpp Das Camp ist so geschenkt Als Rammus Holy shit Ich liebe es Ja, genau Albert Ich kann viel mehr auf das Ding Und genau Das ist mein Playstyle Schön viel Damage auf Positionierung achten Ja, genau Und das bin ich eigentlich gar nicht Also ich würde es gern Aber ich glaube Ich muss einfach akzeptieren Dass diese Nahkampf-Champions Mein Also die kann ich halt Die passen halt Ich glaube, man kann sich auch In einem gewissen Playstyle Nur bedingt aufzwingen Ich glaube, wenn man eine Rolle gut kann Dann kann man das glaube ich Auch einfach akzeptieren Aber ich will irgendwie Rengar nicht aufgeben Weil dann fühlt sich das So nach einer Niederlage an So nach dem Motto Ich kann ihn nicht Und deswegen höre ich jetzt auf Also ich will eigentlich Ich will mir diese Ich will mir nicht eingestellt Also Ich will nicht akzeptieren Den Champ nicht zu können Versteht ihr, was ich meine? Ich habe so dieses Mindset Man kann alles lernen Gutes Lied Ah, das ist der Remix Verdammt Das Original finde ich besser Sie haben zu Hause Das Geld ist komplett verunstaltet Mit den Staffeln Aber Staffel 1 bleibt trotzdem Mit einer der legendärsten Serien Überhaupt so Kriegen wir die? Ne, die spielt sehr vorsichtig Ne? Ja, ich spiele extrem vorsichtig Oh, können wir den kriegen? Ich glaube nicht, ne? Aber ich meine Der hat kein Mana mehr, so Wir machen dem einfach Noch ein bisschen Schaden Einfach ein bisschen Ein bisschen Dominanz zeigen So, hier bin ich Und jetzt bin ich wieder weg Ja, aber Botlane Pusht rein Midlane kann ich auch nicht Gut ganken Und Top auch nicht Das ist hier so ein Game Wo ich mir als Jungler Denke so, oh Bruder Was soll ich tun? Aber dann gehe ich halt Auf die Objectives, ne? Hau rein, everyone Und ich werde jetzt auch Jeden Kill feiern Ich werde jetzt auch Jeden Kill zelebrieren Mit meinen Effekten Jetzt, jetzt gibt's Gar nichts mehr Das, das Spiel wird jetzt 100% ernst genommen Aber wenn mit mal gepusht ist Kannst du mit Andy Stunt gut gängen Ja, aber dann Die soll sich auch gerne Rein, rein Pushen lassen Aber das hat die ja auch Kein Bock zu, ne? Oh, sie hat's dann Sie hat's dann Okay, okay Schauen wir mal Schauen wir mal Ob das das wird Oh, hi Oh, First Blood Auf der Bot Für uns Sehr geil Verdammt Und ich hab verschissen Ich kenn Das Problem ist Ich kenn den Champ nicht Ich weiß nicht Was der kann Ich hab irgendwie Bock die zu kriegen Meint ihr Ich schaff das? Oder soll ich Ich geh einfach rein Ich hab irgendwie das Gefühl Ich kann die kriegen Ich könnte heulen Ich könnte heulen Ich hab meinen Taunt Nicht rausbekommen Ich spiel schon wieder So schlecht Ach, egal Wir bleiben Wir bleiben fokussiert Äh, wir kaufen Schuhe Board Weiter geht's Ach, das ist dieses Lied Was neun Minuten geht Okay, wir skippen nach vier Wenn ihre Bar Unter ihren Leben Rot ist Hat sie nen Fear Auf allen Spells Okay Okay Wer jungelt bei denen Eigentlich nochmal Ach ja, stimmt Der Baum Danke dir, Lorenzo Ich hasse es Dass es in LoL Immer noch Champions gibt Die ich nicht kenne Wenn ich wüsste Wo der Junk Wenn ich wüsste Wo der Baum ist Könnte ich Könnte ich Drache machen Aber ich weiß nicht Wo Maokai ist Aber der geht jetzt Wahrscheinlich auf die Top Ja, der ist auf der Top Okay Ah, jetzt haben die aufgedeckt Die Ace hat aufgedeckt Korrekt auf jeden Fall Dass der mir so hilft Es ist sehr risky Was ich hier tue Es ist extrem risky Was ich hier tue Es ist so risky Was ich hier tue Es ist so riskant Es ist so riskant Aber ich glaube Ich glaube Es klappt halt wirklich Holy shit Wie lebe ich noch Ich habe acht Jahre Für den gebraucht Das war so dumm eigentlich Aber ich wusste halt Dass der gegnerische Jungle Auf der Top Land war So Aber trotzdem wundert es mich Dass gar niemand kam Ah, jetzt ist er da Jetzt ist er da Okay, okay, okay On my way On my way Was ist denn das? Ach, das ist Heimerdinger Lol Der sah erst aus wie Annie Na, das Problem ist Dass der Ezreal Sich halt auch Richtig widerlich So wegteleportieren kann Wenn ich auf den reinrattern Ah, ne Okay, Achtung, Achtung Achtung Oh Gott Der hat schnullt Der hat schnullt Okay Okay Na dann Gönn mal Ah, tötet sie Ja, ich wollte den Kill extra nicht nehmen Damit unser ADK Ja Unser ADC den bekommt Okay, okay Die ist Level 9 Na dann rein in die Masse Oh ne Jetzt wurde ich gefeert Oh mein Gott Let's go Ada Freunde Krabbe kommt noch Äh Fing Ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt Dass ich viel Impact auf den Kampf hatte Aber ich hab Präsenz gezeigt Ich glaub das hat gereicht Ich hab nur einen Support bekommen Das war jetzt irgendwie Also jetzt nicht mal eine Glanzstunde Aber im Ranked ist mir das scheißegal Hauptsache wir gewinnen den Bums So dann geh ich jetzt heim Kauf mir das Und dann Dann geh ich mal Harrod machen Dann hab ich auch noch meine Ward Und los geht's So komm her Meister Das haut auch schon die Wunden zurück Na ja Ja Das geile an meinem Champ Ist einfach Dass Meine Gegner sich einfach töten Oh Oh mit wenig Leben Oh 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 da seh ich mich Freunde Oh da seh ich mich ganz dicke Da seh ich mich ganz dicke Oh seh ich mich da Oh seh ich mich da Ach scheiße Der war zu schnell Verdammte Axt Oh seh ich mich da Ganze mal aufdecken Ja richtig Aber die bleiben halt so lange stehen Bis ein Gegner sie zerstört Und sie decken auch unsichtbare Dinge auf Kriege ich die? Ja die kriege ich Oh mein Gott Die hat sich einfach exekuten lassen Ich dreh hol Ich dreh hol Die hat sich einfach exekuten lassen Mann geht dir mir auf die Nerven Jetzt hätte ich mit dir pushen können Oder? Du musst die krassesten Zungenmuskeln Des Universums haben Bruder Halt zu euch Ich weiß Perma to be one Can't do nothing Ey alles gut Meister Alles gut Wir schaffen das schon irgendwie Ach Gott Dieser scheiß Vogel immer Kriege ich den jetzt? Habe ich jetzt eine Chance den zu kriegen? Der geht wieder zu seinem Zu seinem Turm Na Na der ist wieder zu seinem Turm gegangen Ja Dieser scheiß Merv weit oben Oh nein Jetzt sterben die beide Ich habe nur einen Support Ich bin so useless Schon wieder Die ist full live Oh Hauptsache ich kriege die Tonplatte nicht Bruder Der Damage Was ist das für ein Champ Mann Aber wenn der Mitleiner kommt Sind wir am Arsch Das zeige ich euch wie es ist Ja Feierabend Feierabend machen Wenn der Mitleiner kommt Ist hier Ist hier Schicht im Schacht Ich meine wir können unten pushen Ich habe Harold Halt so Was geht Hüschschrank Schön dass du da bist Muss mein Harold Irgendwann platzieren Schauen wir mal was das wird Schauen wir mal was das wird Hauptsache es Gold bekommen Ach die Tonplatten sind schon weg Oh ätzend So sehr schön Ich Irgendwie habe ich das Bedürfnis rein Komm scheiß doch Wir gehen rein Wir gehen rein Oh nein Da kommt die Ult vom Baum Und die hat mich noch genau In der Tower Range erwischt Könnte ausrasten Strong 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 Inspirato Ich danke dir vielmals Für dein Gifted Sub Man An mich Das ist sehr lieb An mich Nein nicht an mich Aber ihr wisst Bescheid Ist okay Ist okay Worth Worth Auch wenn ich aktuell nur eher so eine Belustigung für mein Team bin Aber ist okay Ist worth Wir müssen Drake jetzt mal machen Der Jin hat die Moves Ja Lief gut Green Run Lief gut Unser Jin hat sieben Kills Oh mein Gott Aber er hat Glück Dass es mich gibt Freunde Ich kann unseren ADC Sehr gut beschützen Äh den bitte skippen Ja Maokai Ah Maokai ist auf der Top Maokai ist auf der Top Aber Maokai kommt Scheiße Ah ne Zurück Zurück Außer wir kriegen die vorher schon Aber ne Der Midlaner ist da Aber unser Midlaner ist noch nicht da Ich trau dem Brat noch nicht so ganz Wie viel Kills hat der Midlaner? Vier Okay Der in Midlane ist das Problem Da kam die Maokai Ult Ich muss irgendwann reinjumpen Wir sind zu viert Und die sind Okay Aber vielleicht jetzt Schau mal einfach mal was es wird Ne Ja sehr schön Sehr schön Weitermachen 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 Wart mal Wo ist der Midlaner da? Kriegen wir nicht? Dann machen wir den Baum Yes Ganz wichtige Nummer Freunde Der Midlaner Und der Oh da kommt Malphite Nein Oh schaffen wir den? Ich hab Angst dass ich sterbe Den schaffen wir nicht zurück Ne wir schaffen das nicht Oder? Lebt unser Gin noch? Ah der kommt gleich Der Drache wird Wir kämpfen den Drachen weiter Oh Geil 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 Okay ich geh raus Ich geh raus Oh der hat mich geultet Aber es ist geil Wenn er mich ultet ist gut Lieber mich als das Team Lieber mich als das Team Ja du hast vollkommen recht Ungefunden Wir brauchen keine Kills Das ist absolut richtig Das ist Ich bin Ich bin absolut zufrieden Wenn der Malphite nur mich ultet Ist es gut Weil im Teamfight Ist das viel fataler Oh Interstellar Freunde Das ist die Mucke Die wir brauchen Freunde wir müssen immer Fokussiert bleiben Bruder was ist das Für ein Was ist das für ein Champ Ich kapier den nicht Ich kapier den Midlaner nicht Yo jetzt gerade Dankeschön Du bist ja noch live Hätte gedacht Dass du schon Schluss gemacht Hättest Ich werde wahrscheinlich Noch Dying Light spielen Und leben bei deinem Minecraft Stream gucken Damit ich für das nächste Mal Auf den aktuellen Stand bin Der Minecraft 7 ist leider Aktuell nicht verfügbar Da ist ein bisschen Was ärgerliches passiert Weshalb ich ihn runternehmen Muss nichts schlimmes Aber so Dementsprechend Ist er leider nicht da So Ich will diesen verdammten Ich will diesen verdammten Ding haben Diesen verdammten Drake Und die wollen ihn leider auch Oh die wollen ihn alle Ich kill tatsächlich den Weil ich Angst habe Wenn wir mit unserem Jungle fighten Dass jetzt hier was Schlimmes passiert Okay Wer hat die meisten Kills Midlaner Nur Midlaner Wir müssen Deren Midlaner rausnehmen Dann ist Ich muss eigentlich Fullint auf den Midlaner gehen Schlaf gut green Alter Dieses verängstigen Ist ja so ein Trash Mann Das blockt einfach Jede Form von Von Oh Ich habe Ich habe es verkackt Ich bin einfach ein schlechter Spieler Ich lebe Wie Wie lebe ich Ich kann aber nichts machen Greif doch die an Okay sehr gut Oder warten Ich heile mich noch Vielleicht bleibe ich doch noch Vielleicht bleibe ich doch noch Vielleicht kriege ich noch irgendwo ein Heal her Ich regeneriere ganz gut Leben Ich regeneriere ganz gut Leben Let's go Wir haben ihn Wir haben ihn Wir haben den Drake Wir haben beide Drakes bisher Sehr gut Freunde Sehr gut Ist was wegen Copyright passiert Also was meinst du damit Ne Es ist Ich kann es leider noch nicht sagen Nix Schlimmes Aber es ist einfach Was Es ist einfach was Was passiert Was nicht in die Öffentlichkeit soll Oh ja Der Graves hat vollkommen recht Ich habe mir Rüstungsschuhe gekauft Bei einem Team Wo drei magisch angreifen Ähm Ja okay True Muss ich ihm geben War ein dummer Kauf Didn't think Der Stream wird veröffentlicht Er wird auf dem VOD Kanal Dann in einer geschnittenen Version kommen So jetzt kaufen wir das da Mal ein bisschen Magic Resistance Oder habe ich hier auch Magic Ne Ich muss ein bisschen Magic kaufen So Der Midlaner von denen hat acht Kills Autsch Und das Problem ist Ich weiß nicht mal was der tut Dadurch weiß ich nicht Wie ich gegen ihn spielen muss Der Ezra hier unten Macht den Turm kaputt Müssen wir glaube ich akzeptieren Ich brauche mehr Magic Resistance Spiel gegen den wie gegen Nocturne Okay Kapiert Oh wir müssen Wir müssen Ezra hier unten Was ist das für ein weirdes Lied alter Ach das ist das Bruder einfach mehr Effekt als Song Sehr geil Unser Graves push top Ich will diesen Midlaner down sehen So brutal Okay der Graves kommt Der hat Bock Okay Oh ich bin alleine in den drei Das Oh ich bin alleine in den vier Oh Was ist denn da jetzt passiert Oh Annie Okay Wir verlieren Ich will nicht das vierte Match Heute verlieren Team please Ich will das Ich will das Match nicht verlieren Wirklich nicht Aber ich glaube Ich glaube wir verlieren es Warum Warum immer im Stream Stimmt ich hätte die Old auch zum Flüchten einsetzen können You're right Vorführeffekt Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Aber wie kann ich denn schon wieder vier Matches im Stream spielen und viermal verlieren Das suckt doch einfach Warum Das ist doch Dread man Ja wir müssen den Drake irgendwie kriegen Es ist nur der Midlaner ne Und der Malphite Ist halt Er ist halt ekelhaft Ein Tank Ein Damage stehlender Tank Mit sechs Kills Autsch Nur das schmeckt halt nicht Und vor allem der hat so ne So ne krasse Eröffnung Diese Ult Diese Ult von dem Von Malfit Ist einfach ein No-Brainer Och nein Jetzt kommt schon wieder die Ja mit Läner raus Oh mein Gott Ganz wichtiger Fight So jetzt machen wir den Und dann machen wir Drake 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 Barron Fuck Falsche Entscheidung von mir Keiner kommt um mir beim Drake zu helfen Korrekt Nur der Heimerdinger Wenn so wenige zum Helfen kommen Ist vielleicht Drake doch besser Das Gute ist Bei uns verteilen sich die Kills Besser aufs Team Als bei denen Ich muss einfach nur dafür sorgen Dass es meinem Team gut geht Oh das war's mit Graves Beim Baron wären die anderen auch gekommen Ja true auch rein Auch true So Ich muss mehr Magic Resistance kaufen Das hilft nix Bei dem Team Dann kriegt's auch von Ezreal Vielleicht ein bisschen mehr auf die Schnauze Aber das ist okay Schon wieder ein Spiel Wo ich gegen Super Minions verteidigen muss In jedem Spiel Heute ist in kürzester Zeit Dieser scheiß Inhip gefallen Sehr schön Ich hab nicht meinen Support bekommen Der gegnerische Midlaner Und dein Team Der kann in dein Team springen Also musst du vor allem aufpassen Dass du schnell dort bist und dein E triffst Ja das hab ich schon festgestellt Das war krass Oh der Midlaner Der Midlaner von denen Unser Gin hat auch nix mehr gemacht Seit einiger Zeit Der hat keine Kills mehr gekriegt Oh mein Gott Ah shit Okay unser Inhip ist bald wieder da Aber der nächste Was macht Graves denn auf der Top schon wieder? Ah der macht halt echt nen Kill Holy shit Oh 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 Da kommt der Midlaner Oh die brauchen mich glaube ich oder? Geht der rein? Ne Das ist wieder so creepy man Wieder so ein Teamfight Vor allem haben wir Annie nicht dabei Die hat noch Ne haben wir nicht Die hat acht Kills man Gut dass ich den bekommen hab Das ist okay Das ist gut Das ist wieder so ein gruseliges Spiel man Jetzt Oh ne Feierabend Feierabend Jetzt kommt der Midlaner von denen Passieren Der Rhin Muss irgendwann kommen Ich kann morgen nicht 10 Spiele spielen und 10 mal verlieren Läuft leider echt nicht gut Ne läuft Läuft gar nicht Ich mein wir haben zwei Tower Ich mein sie können irgendwie Irgendwie ist das Spiel noch drin Aber 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 Das Problem ist ich Ich weiß nicht was ich tun muss Dieser Midlaner von denen Wie heißt der Wex Ich hab keinen Schimmer wie man gegen Wex spielt Das ist so ein komischer Champ Ich weiß nicht was ich tun muss Die ist immer mal hier und da Und dann flüchtet sie Und dann ist sie da Mitten in uns drin Und Ich mein die ganze Zeit so Bruder was Was willst du mir erzählen Rein da Rein da Rein da Rein da Der Rein da Der Der gegnerische Jungler ist Ist im oberen Im oberen Jungle Sehr schön Da auf den Midlaner Ne Putz Feierabend jetzt hier Jetzt geht die auch drauf Und jetzt geht der drauf Du geist mal jetzt schön mich an Kollege Und jetzt nehmen wir dich noch raus Und da war es jetzt ein 4 zu 1 Teamfight Und jetzt machen wir Baron Okay wir machen nicht Baron offensichtlich Aber Bruder Okay wir machen zu 2 Baron Ich seh uns da zwar noch nicht so ganz Aber wir gucken mal was passiert Oh mein Gott wir haben den Inhip Holy Shit Okay die haben das gut gemacht Oh mein Okay das war Riskant Aber gut gespielt von ihnen Muss ich jetzt einfach mal die Fresse halten Wir haben Baron unten den Inhip Wir haben beides bekommen Kann ich Kann ich jetzt nix sagen Kann ich jetzt Ich hab Graves Schaden unterschätzt Tatsächlich Graves hat diesen Baron Einfach nur destroyed Werden wir diese Midlaner Dame bekommen Die haben wir jetzt gerade richtig schön gekriegt So dann Dann ist Dann ist Baba Wie gesagt bei uns Wir haben schön 10 Kills auf Annie 10 Kills auf Auf hier Wie heißt der Gin 12 auf Annie 10 auf dem Toplaner Ich quasi gar kein Wir haben eine perfekte Aufteilung Also das ist tatsächlich sehr geil Was ist die Camtech Soul Du hättest Bei weniger als 50% Leben Erhältst du 11% Schadenresistenz Und machst 11% mehr Schaden Okay das ist krass Ja okay Dann rein in die Masse Aha die doch schon mal So Da ist der Midlaner Okay Der Malfight ist in unserer Base Ich halte die auf Distanz Ja die kommen nicht an mir vorbei Die kamen nicht an mir vorbei Ja scheiße ne Ist kacke Das ist es Das ist GG Das ist GG Freunde Was ist hier los Wir gewinnen das Maschallah Das ist ja insane Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist passiert Freunde Was ist passiert Mein Stream Deck Funktioniert nicht Ich glaub's nicht Mein Stream Doch Nur für euch Die Annie war krass Die Annie war krass Ich hab wirklich Drei vom Fight Das war gottlos ne Der Malfight ist in unser Team rein Und ich bin zu dritt Vor denen rumgelaufen Danke dass du das sagst Nomix Ich hab mich Ich hab mich sehr Ich fand auch Den letzten Teamfighter Ich war einfach Ein Pain in ihrem Ass Die konnten einfach Nicht an mir vorbei Die haben sich nicht An mir vorbeigetraut Ich bin Eisen 1 Hä Gibt's gar nicht mehr Diese Ranked Matches Fängt man jetzt Immer in Eisen ein Selvenus Zu lange Hä Spielt man nur Ein Match Und wird direkt Eingerankt Früher war das so Dass du 10 Matches Spielen musstest Und dann wurdest du Eingerankt Bin ich jetzt echt Ein Eisenspieler Doch deine ersten 10 Sind Placements Aber du siehst Wo du gerade bist Ah lol Okay okay Was Graves Hat ein S bekommen Was Mit einem 9 8 13 Erhält der Achso es wird am Gold Gemessen ne Das wird am Gold Gemessen wahrscheinlich Der hat das meiste Gold von uns Okay es wird am Okay okay Verstehe Verstehe Warum hat der so viel Gold Hat der so viele Minions Gekillt Oh 300 Minions Hat der Maschallah Okay ja Verstehe Verstehe 300 Minions Ist strong Ja Dadurch ist er auch Im Spiel geblieben Obwohl er am Anfang Übel rausgenommen wurde Der hat das sehr gut gemacht Der hat das extrem gut gemacht Ich muss einfach Ich muss einfach Rammus spielen Also Renga In allen Ehren Ich würde Renga Mit Renga Hätten wir das verloren Mit Renga Mit Renga Wenn ich Renga Gespielt hätte Hätten wir das Spiel verloren Ich glaube Ich muss einfach Akzeptieren Dass ich kein Renga Spieler bin Ich bin Ich bin einfach Tank Ich 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 glaube Ich glaube Das muss ich einfach Akzeptieren So ich glaube Ich bleibe einfach Bei Renga Javan Y Hekarim Und die vier Spiele ich einfach Ich glaube Ich glaube Das ist die Lehre Aus heute Abend Hier ist übrigens Der Typ links Der mit dem Blick Killed Oh ja I see I see I see Also einfach Wieder halb eins Bruder Was passiert hier Okay Aber ich muss Jetzt wirklich Feierabend machen Weil ich muss Morgen Halb acht Aufstehen Wenn ich jetzt Heute zu lange Wach bin Freunde Dann komme ich Morgen nicht Aus dem Bett Aber wir sind Morgen live Und morgen Morgen mache ich es Jetzt raidet mich Gio Jetzt raidet mich Gio Ich glaube Ich glaube Die Birne hackt Unfassbar Ich 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 wollte gerade Den Stream beenden Und jetzt kommt hier MC MC Glatze Nein Spaß Du hast das wunderschön Das Hauptteilmeister Und Und Charlotte mit seiner JBB Community Habt ihr wieder auf JBB Geguckt? Habt ihr schon das Ente Finale geschaut? Ich habe nur gesehen Dass du das Halbfinale gesehen hast Er hat sogar Ein glatzen Emote Ich nehme alles zurück Ich nehme alles zurück Oder ist das Gio? Ja Dann noch schnell In Aram reinknallen Ich weiß gar nicht Gibt es Leute In Gios Community Leute Guys Gibt es Spielt irgendjemand von euch League of Legends? Julian's Block Battle Sabine Das ist ein Rap Battle Turnier Go Aram Ich hasse euch Ich muss morgen früh Aus dem Bett Das ist Es ist nur für euch Gerade ingame Das ist nur für euch Männer Und Frauen Aber ich glaube Rap Battle Turniere werden eher Von Männern geguckt Das ist nur für euch Diese Runde ist nur für euch Ich wollte eigentlich Gerade ins Bett gehen Und noch mein Buch lesen Ich glaube Mein Buch kann ich mir Jetzt sonst wo hinschieben Gio Du hast mich gerade Um wertvollen Schlaf gebracht Was liest du aktuell? Die Legenden der Alba E Ich weiß nicht Ob du es kennst Wer sind wir? Wayne Spielt man Wayne Im Aram? Ach Wenn die re-rollen Kann ich den Champ Picken Taugt Wayne Im Aram? Okay Das war's mit dem Aram Ihr müsst mir sagen Welche Champs Gut sind im Aram Ich hab keine Ahnung Aber ich glaube Eher so Champs In Range Wayne interessiert's Warte mal Was hab ich morgen Alles vor? Also um 18 Uhr Stream ich? Nee Lee Sin Auf gar keinen Fall Was ist Boost? Klicke um einen Boost Für dein Team zu erwerben Der 1 Skin Für deinen Champion Nein Lee Sin Was nicht re-rollen? Doch Schon re-rollen Oder? Meinst du mit Nein nicht Dass ich ihn nehmen soll? Achso Das 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 boosten kostet Okay Tam Ken schlägt Okay Es ist gut Es lieft immer jemand Wer Rammus Ist Rammus In dem Aram Sinnvoll? Lulu Pickt man Lulu Ich hab keinen Schimmer Von der Ich mein Lulu Kann gut supporten Ne Ich reiß halt Wenn ich die re-rolle Kann ich die dann Trotzdem noch picken? Ja Okay Ja dann können wir ja Zweimal rollen Oder? Oh Oh Da seh ich uns doch Freunde Da seh ich uns doch Warum ist hier eine Truhe? Was heißt die Truhe? Meisterschaftsruhe verfügt Achso Wenn ich S Und S spiele Lorenzo Schiede hart Komm rein Zimpen Oh boy Seit wann haben wir Lurk Monka? Ach Über Franker Faces Schnell Flash Oh shit You're right You're right Und dann ja Hier Hier bleibt Gio Ich hasse dich Du bist wahrscheinlich Gio ist wahrscheinlich Jemand Der raidet Und geht dann halt Direkt offline Ne Um wahrscheinlich Noch mit seinem Schatzi zu kuscheln Und jetzt Wenn ich ihn beschimpfen will Ist er nicht mal da Der kleine Sohn Ne Wahrscheinlich noch so Zwei Lollsuchtis Von Gios Raid Hier hängen geblieben Deren Leben Wie unseres Schon komplett An die Wand Gefahren wurde Und wir machen Jetzt noch Ein A-Ram Wir machen jetzt noch Ein A-Ram Obwohl der Typ Gar nicht mehr da ist Ich kriege keinen Schlaf Und er kuschelt Wahrscheinlich Gerade mit seiner Freundin So einer ist das Da tue ich sogar die Cap Das ist mal ein fetten Hatred Aber Ehre Um neue Champs Um neue Champs Kennenzulernen Ähm Es gibt nur eine Lane Jeder Champ Der hier gewählt wurde Wurde zufällig zugewiesen Und es geht einfach darum Sich jetzt durchzuboxen Oh man chartet auch auf Level 3 Er ist in voller Gaudi Modus Ist die Bewegungsgeschwindigkeit in dem Modus irgendwie niedriger als sonst? Du siehst Es ist sehr eskalativ Und ich hab den ersten Kill Also ich hab nicht das First Blood Aber ich hab nen Kill Habe gehört Am 18. März Kommt etwas auf deinen Kanal Am 18. März Was ist am 18. März? Was hab ich denn jetzt verpasst? Was ist in Zwei Wochen und einem Tag? Ach das! Ich weiß was du meinst Ja da kommt was Jetzt kam's ich Ich dachte mir grad Hä Bruder Was denn am 18. Aber ja du hast recht Da kommt was Alter Morgana ist ja sick in dem Modus Ich hab Range des Todes Pass auf Jede Queue sitzt Oh hallo Phil Was machst du denn da? Schaut euch das an Die leiden einfach nur mit mir Die haben keinen Spaß mit mir Ich steh einfach nur hinten Und geb auf die Fresse Das ist mein Modus Ich sag's euch Oh jetzt stand da Minion Also ich hab halt mehr Rangers Als alle Die kommen gar nicht an mich ran Um mich anzugreifen Er ist jetzt nichts ultra krasses Was am 18. kommt Aber schon ganz nett Schon ganz nett Aua ich hab nen Schneeballen In die Fresse bekommen Bosshafte Weihnachten An der Stelle Ich hab aber bald Kein Mana mehr Das stinkt halt übel Es ist wichtig ab und zu zu sterben Damit du einkaufen gehen kannst Ja mit 1000 Gold will ich noch nicht einkaufen Ich feuere jetzt erst nochmal einfach mal ein paar Qs raus So Ich mach denen so ein bisschen Angst Morgana ist super in dem Modus Wo ist eigentlich unsere Mucke Till I Collapse Ich hör gar nix Aber stimmt Till I Collapse hat dieses sehr lange Intro Mach mal ein bisschen lauter Ah jetzt hör ich die E-Gitarre Oh jetzt hab ich Ulti Let's go Also bisher läuft's eigentlich ganz gut für uns Muss ich sagen Vor allem hat mir auch eine erhöhte Mana Regeneration gefühlt Also Und jetzt harassen wir sie unterm Tower Jetzt gibt's hier bosshafte Weihnachten Versuch wenn dich 3 Sekunden niemand gehittet hat Dich selbst zu killen am Tower Ah ja Ah da müssen wir sie schon sehr zurückdrücken Damit man sich glaube ich in Aram exekuten kann Ich glaube da Muss man schon Sehr viel Glück haben Alter ich bin ja so widerlich in diesem Modus Aber ich hab jetzt schon fast 2000 Gold Ne Jetzt müsste ich langsam mal Oh der Bock Ah ist okay Ist okay Das Sterben war in Ordnung So aber was kaufe ich denn mit der Ja Schwule auf jeden Fall Ein Ludensturm Fähigkeiten fügen dem Ziel Mehr magischen Schaden zu Ja Rein in die Masse Ne Der Minecraft Steam Den musste ich leider runternehmen Der wird aber dann Also da ist Da wurde was gezeigt Was nicht gezeigt werden sollte Der wird aber auf dem VOD Kanal Dann landen Ich krieg keine Kills man Ich krieg nur Support Aber es ist okay Weil ich mein Aram ist es sowieso Vollkommen egal Ob du gewinnst oder verlierst Du hast sowieso keine Also du spammst einfach nur deine Fähigkeiten Und hoffst dass es gut läuft Es ist als nicht Kenner verwirrend Ja es ist auch als Kenner verwirrend Glaub mir Es ist Es ist Es ist Chaos Es ist pures Chaos Ich bin tot Oh Jetzt wurde ich geschnetzelt Und genau wenn ich es schreibe Sagst du was Das Problem ist Für meine Ulti Muss ich halt eine Zeit lang In der Mitte der Gegner stehen Da braucht man eigentlich Wie heißt der Bums? Sonja Stundenglas Wie schaffen die das denn Sich immer so weit nach vorne zu katapultieren Gibt es hier irgendeine Fähigkeit Von der ich nichts weiß Aber trotzdem sympathisch Du bist ein Schatz Weißt du das Das ist eine sehr liebe Nachricht Es gibt ein Portal am Nexus Ah lol Aber wir kriegen den Tower Glaub ich Maybe Eigentlich Nahkämpfer sind im A-Ram Immer voll für den Arsch Ne Das Schöne ist Ich kann mit meiner Pfütze Kann ich einfach die Minions Abfarmen Das ist eigentlich ganz Ganz cool So 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 geil Jeden Champ Den ich mit meinem Q kriege Der stirbt einfach Das ist so großartig So Jetzt geht der Tower down Was bringen eigentlich die Cookies Man kriegt immer so Kekse Was machen die Ja Ich hab nen Kill Let's go Grager schreibt sogar Good Job So als ob das jetzt hier so voll wichtig wäre Ich hab noch nen Kill Let's go Das ist einfach nur süß Diesen Booster am Nexus muss ich mal ausprobieren Ich will mich auch mal so in die Masse schleudern Und dann so sagen Bosshafte Weihnachten Plätzchen in die Fresse im Haus Alter ich bin halt so eine Nervensäge in diesem Spielmodus mit meiner Crew Das ist ja unglaublich Ich hab den Kill mit ner Auto Attack bekommen Was ist denn hier los Schau mal Eine Kombo Der Typ geht fast Hälfte Leben Also eher ein Drittel Oh das Lied ist geil Das Lied ist geil Wahrscheinlich 2000 Gold Die Cookies füllen den Verlauf Deswegen lieber regelmäßig löschen Bruder Hast du ihn wirklich gebracht Hast du es wirklich Hast du es getan Da steht jemand im Busch Pass auf Wo ist dich Oh er ist ausgewichtigt Die Sau Ja meine Also meine Ulti krieg ich halt gar nicht aufgeladen Kaufen uns jetzt Ja kaufen uns Sonjas Was soll ist Rein in die Masse Wie Ne Reizfisch Reizfisch Reizstromattacke Freunde Als ob wir geacet wurden Wie ehrenlos Wo ist dieser Booster im Nexus Hier Ich laufe da jetzt rein Was passiert da Ich hab ja Ich hab ja meine Ich hab ja Sonjas Ah hier Aber das ist jetzt nicht so gut Hallo Marcel Davies Okay aber Aram Runden Gehen ja wirklich sehr schnell Holy shit Das ist ja wirklich Also 15 Minuten Feierabend Oder Oh hi Oh Die hat dich treffen müssen Oh Aber Gragas hat getroffen Nice job Oh ich hab da was getroffen Let's go Schon wieder ein Kill Alter Morgana ist super In dem Modus Bloß meine Ultis Jetzt nicht so zu gebrauchen Oh Ich steh mitten im Tower Also nicht so gut Ich hol mir mal den hier Jawollu Er ist tot Oh nicht so gut Oh das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen ärgerlich Ich hab meine Kuh nicht bekommen Da ging jetzt irgendwie nicht so viel Ich stand alleine In der Masse Sechs Songs im Song Request Ja das reicht vollkommen Alter der Gragas ist ja der Shit Wie viele Kills hat der Zehn Kills Holy shit Der Gragas ist natürlich Bummer Stimmt ich hab Sonjas Oh Voll vergessen So rein ins Portal Freunde Okay kann man durch den Durchlauf Ach lol Die kaputt gemachten Türme liegen dann als Hindernisse auf der Strecke Oder auf der Lane Das ist ja krass Ja wir müssen irgendwie mal den Tower kriegen Schauen wir mal was das wird Let's go Bruder die Mucke ist auch gar ein bisschen stressig Okay Ja ich hab leider irgendwie nicht viel Oh Jetzt ist mein ganzes Team tot Das ist nicht so gut Alter Was ist denn mit dem los Uiuiui Freunde Die wollen mich Die haben Bock Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich will nicht tot sein Ich will leben Ich bin sehr langsam Ach Bruder Ohne Scheiß Ist Ist Yone Gerade Ein krasser Champ In der Bruder Das geht mit mir ab Ist Yone Oder Yon Gerade ein krasser Champ In der Meta Egal ob im normalen Spiel Oder jetzt auch im Aram Der vernichtet mich immer Ich hab keine Ahnung Wie man gegen den spielt Ich werd immer zerstört von ihm Gefühlt immer ein Team Was Yone Pick gewinnt Oder Yon Yon ist der Bruder von Yasuo Ach du Scheiße Warum kommen aus dieser Familie Nur Trash Menschen Ups Jetzt steh ich da halt drin Und werd zerstört Warum hat denn der da so ein Schild Oh mir geht's nicht gut Freunde Yon ist immer OP Prinzipiell gehasster Typ Sehr geil Bitch Verdammt Wir verlieren Also irgendwie Ich mein Aram juckt mich nicht Wir haben jetzt heute 5 Spiele gespielt Und 4 verloren Es ist irgendwie alles Es ist heute nicht so Dafür wird morgen Ein umso besserer Tag Eine Lehre Die ich aus Aus Loil gelernt hab Ist Je mehr du an einem Tag Gebumst wirst Desto besser läuft Der nächste Tag 20% Winrate Ist glaube ich In Ordnung Wo haben die immer Diesen Schneeball Effekt Her Die schießen aber so Schneebälle Wie machen die das Der Javan rasiert übel Der ist echt böse am Start Ach der ist ein extra Spay wie Flash Okay Ja Eventuell spiel ich morgen Wie ein junger Gott Ne Who knows Wir werden abwarten Ich mach halt auch kein Damage Ne Ich verliere in Ehre Ich werde nicht aufgeben Wir verlieren in Ehre Es ist okay Bruder vor allem Wie der sich auch mal so Weg teleportieren kann Und so Was ist das Ein widerlicher Champ Mein Champ Funktioniert halt darüber Dass ich halt Poke und Harasse Ne Das ist halt Das ist halt irgendwie In so einem Absolut komplett Eskalierenden Aram Nicht so einfach Ich trage irgendwie Nicht so viel Zu dem Spiel Bei Hab ich das Gefühl Ich versuche mal so ein paar Coole Picks Mit meiner Kuh zu machen Die Flippers Der Löwe schläft Heute Nacht Banger Die Flipper Von Flippers Ich liebe es Dass dieser 40 Jahre Oh der hat sich Über mich geflasht Holy shit Was ist mit dir los Dass dieses 40 Jahre Die Flippers So groß geworden ist Das liebe ich Der ist in meinen Sohn Ja Mit seiner Ultra Und ich raste aus 40 Jahre Die Flippers Ich liebe diesen Track Der ist so gut Wirklich Ich finde den so gut Das ist so ein Klingt das dumm Unschuldiges Lied Ja meine Ehe Stimmt Er ist einfach so schön So Wir sagen Danke schön Das ist so toll Ich liebe dieses Lied Was ich halt Im Aram Immer so So hohl finde Ist Dass halt irgendwie Immer sich so Voll schnell abzeichnet Welches Team gewinnt Und man eigentlich Gar keine Chance mehr Irgendwie zurück zu kommen Also du Du wartest einfach Nur noch auf deinen Tod Weil es ja immer so Die eine Seite stirbt Dann kommt der Mit mehr Items Und Leben zurück Als die andere Seite Das ist immer so Pingpong hin und her Aber du siehst schon Sehr schnell Wer die Oberhand hat So Oder man hat so Eine God Morgana Die einfach so Ein crazy Kill macht Irgendwie musst du es Ja am besten so spielen Dass du alle Champs Irgendwie alle Gegner So auf wenig Leben hast Ne Und dann irgendwie Dafür sorgst Dass du die alle Gleichzeitig killst Du musst ja so Ich glaube wenn du es Gewinnen willst Musst du das ja so Voll taktisch spielen Tim hat sich bei seinem Subathon darüber aufgelegt Dass du das Lied Konstant gespielt hast Ja ein Typ hat halt Keinen Geschmack so Ne Kann ich ja nichts dafür Ich habe halt echt Nicht so viel Impact Auf dieses Spiel Das war dumm Also flashen Und dann in Sonias gehen War das dümmste Was ich hätte tun können Ja einfach mehr Damage Freunde mehr Damage Also sie kriegen es aber noch nicht In uns zu beenden Sie kriegen es nicht hin Das Spiel zu beenden Warum auch immer Oh okay Der Viertel hat uns zerstört Es geht ja nicht mal darum Kills zu machen Es geht ja auch darum Den Gegner zu schwächen Alter Alter dieser Javin Was ist denn mit dem los Was ist Alter Der rasiert ja alles 1711 Ja der dankt einfach rein Und sagt so los geht's Alter ich krieg nur auf die Fresse Ja wie 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 kommt der so weit nach vorne Der fliegt immer 400 Meter Und ich stun den Und dann kann er sich auch zurückziehen Mit dem Schneeball Ah loja Das Item ist irgendwie an mir vorbeigegangen Ich dachte irgendwie Morgana wäre ein guter Champ Aber irgendwie ist Morgana für einen Aram nicht so gut Habe ich das Gefühl Also ich kann halt nicht mehr machen Als meine Fähigkeiten spammen Ah jetzt habe ich den Schneeball auch mal gesehen Ja wie krass ist das denn Oh das ist jetzt nicht so gut Freunde Vor lol haben wir Odyssey Streams gemacht Odyssey Multiplayer Speedruns War sehr geil Bro Pau du kommst um ein Uhr in den Stream Und fragst wie lang geht der Stream noch Ist das wirklich so eine wichtige Wenn es eine Frage gibt Die jeder Streamer hasst Ist es wie lang geht's noch Man streamt halt solange man Lust hat Und sie kommt Also sie kommt ja wirklich im Minutentakt Es ist die schlimmste Frage im Stream Wen juckt es denn wie lang's noch geht Man streamt ja wirklich auf So weg geht's geht's Not certa Ja Joach Ja Wenn wir das noch mehr Was ist die trainer Ja Jetzt gut Oh mein Gott, Freunde, jetzt läuft's. Der Push, der Push. Jetzt kommen die nämlich immer einzeln, das ist übel gut. Der Push, der Counter-Push. Wir marschieren, Freunde, wir marschieren. Der Inhip, er fällt. Jetzt ist der unsichtbar geworden, holy shit, Alter. Dieser Javin, ne? Mashallah, wirklich, mashallah. Das Problem ist, ich bin halt... Ich glaub, dass das das Schlimme an Morgana ist, ich bin halt ein Champ ohne Ulti. Also, meine Ulti ist halt komplett useless in diesem Modus. Wie er mich zerstört. Aua, Aua, Aua. Aua, GG. Good game. Ja, ne, eins von fünf gewonnen heute. Aber, das eine war ein Ranked. Also, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Die Looses in den normalen Games geholt und dann im Rank gewonnen. Alles richtig gemacht. Man muss nur, man muss nur, man muss nur mental damit klarkommen. Als ob ich hier jemanden ordern soll. Keine Ahnung, Grager ist großartig. Morgen wird's großartig, Freunde. Morgen ratten wir in die Ranked. Morgen wird's ehrenlos. 18 Uhr Ranked. Komm, jetzt raided dich noch wer. Ich muss ins Bett, Mann. Ich muss in sechs Stunden aufstehen. Sechseinhalb. Ist noch okay. Aber ich muss schnell einpannen. Benji ist live. Ja, wunderbar. Heißt der Benji64? Dann tippe ich's nämlich gleich hier in den Chat ein. Benji64 war sein Name, ne? Zack. Freunde, danke, dass ihr mir so lange dabei wart. Morgen wird's ehrenlos. Morgen haben wir die wenigsten Zuschauer auf AllTime auf Twitch. Aber wir spielen die Ranks ab 18 Uhr. Seid dabei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und haut rein. Schöner of breath. And one day, closer to death. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.